Hattest du Angst? Du hattest, also, du hattest Angst. Klar kann er rappen, aber er macht's halt nicht so. Und das, was, ach, keine Ahnung, man. Jetzt, genau das wollte ich nicht, man. Das will ich in diese Schiene gehen. Gab es mal eine Situation, in der du die Teilnahme am JBB bereut hast? Du musst ein Battle-Album machen. Das wollen die Leute. Du musst. Ja, ich hab's nicht gemacht, so. Und das hat mich auch gefickt. Dieses Gefühl hab so, ey, vielleicht sollst du einfach mal darauf scheißen, was du gut findest. Mach doch einfach Geld so. Was? Ja, ja. War auch nicht unbedingt jemand, mit dem ich mich hätte boxen wollen. Ich will mich allgemein nicht gern boxen, aber bei dem hab ich mich schon gedacht, okay, muss nicht sein so. Aber dann kommt halt diese Kinderfick-Scheiße, weißt du? Dann schreiben dir 40-Jährige, 50-Jährige Väter, schreiben dir so. Äh, du, 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 mit so Worten so. Du, ähm, du, weiß ich, du kleiner... Digger, sorry, neues Thema. Oder Apache. Ja. Runde vor meinem Rasen. Du sollst den Channel abonnieren. Oder hast du auf dem Baum geschlafen? Hallo, schönen guten Tag. Once again back is the incredible JGG am Start. Heute geben wir uns den zweiten Teil vom JBB 2014. Habt ihr Bock, oder war's dann? Ui, einmal den Ola in die Runde und... Los geht's. Ähm, ja, Freunde, ich weiß noch nicht ganz genau, was jetzt auf mich zukommt. Also, ich weiß, dass Gio vs. Laska jetzt auf mich zukommt. Das ist ja Logo, wie die Abkürzung eines Logopäden. Aber ich weiß noch nicht genau, was ich mit der Analyse mache hier. Sag ich euch ganz ehrlich so, ne? Also, eigentlich ist meine Ambition, das jetzt hier einfach durchzuziehen, so, ne? Mir das einfach anzugucken. Ähm, ich glaube auch, so machen wir das. Aber, ihr kennt mich doch, Freunde, da kann immer... Ja, da kann man immer ein bisschen vom Plan abschweifen, ne? Da kann immer ein bisschen was anderes kommen. Ich glaube, ich ziehe mir die Analyse auf jeden Fall ein bisschen in eine erhöhten Geschwindigkeit rein. Sonst wird es hier too much. Wie ihr seht, bin ich auch heute schön klein rechts oben hier im Bild zu sehen, ne? Und für die... Weil es gibt ja da immer Leute, die sagen, hey, JG, mach dich doch mal kleiner und so, ja? Und für euch habe ich mir jetzt was ganz Besonderes überlegt. Und zwar machen wir die Analyse heute so, ja? Damit keiner was zu meckern hat. Äh, das war natürlich nur ein total unlustiger Spaß. Äh, bei JBB geht das, weil das wird nicht gesperrt. Beziehungsweise kann ich es höchstwahrscheinlich eh monetarisieren, ja? Und bei den anderen Videos, wenn ich, ähm... Ah, das habe ich euch noch tausendmal erzählt. Guckt euch einfach meine anderen Analysen an, wenn ihr da irgendwelche Informationen noch zu braucht. Und jetzt ab! Dammt noch im Haul! Wir legen los mit Chio, Digga. Äh, was gibt es zu den beiden Hinrunden zu sagen? Habe ich eigentlich alles gesagt. Wenn ihr Bock habt, zieht euch diese Analyse noch rein. Ähm, noch mal rein. Und noch mal und noch mal. Und, äh, wir geben uns jetzt hier die Rückrunde, Freunde. Und, äh, ich bin gespannt wie der Bogen von Robin Hood. Und hänge am Boden wie der Hoden von Robin Hood. Ey. Ich bin ein Vogel wie Bobby Wood. Äh, ich bin ein Vogel wie Bobby Wood. Gbio vs. Labaska. Die Cracksteine von 8, die sind selbst verfreilicht. Auch wieder hier am Start. Ja. Da sind wir wieder bei dem epischen Geo-Intro, was einfach nicht ziehen will. Wie ein sturer Packesel. Hey. Der war, der war not bad. Wie ne Couch. Ja. Was ist denn das hier oben eigentlich schon wieder für ein Rotz? Was wollen die von mir? Ab! Ich hab euch gesagt, dass dieser Junge nix im Schädel hat. Und alles, was er da in seiner Runde kickt, bestätigt das. Denn ich dachte, du wolltest anfangen, Tacheles zu reden. Doch stattdessen versuchst du hier nur die Fakten zu verdrehen. Denn du... Ey, das erinnert mich an, ähm... An so ein Dr. Dre Eminem Beat, ne? So nicht ganz, aber so halb. Also ohne die Synthesizer und mit einer präsenteren Baseline wäre das so komplett eine Dr. Dre Production für einen Eminem Track. Und, ähm... Ich überlege gerade, ob ich das schon mal gesehen hab, Alter. I think you are a little bit dumm. Auch saulustig, dass er dich direkt als T-Shirt machen lassen hat. Ähm, ich weiß es nicht genau. Also ich weiß... Das hat auch irgendjemand, hat das unter meiner letzten Analyse als Kommentar geschrieben, dass ich mir diverse Gio-Runden, ähm... Reingezogen habe, bevor ich damals die, äh... Spongeboss vs. Gio-Analyse gemacht hab. Die Mammut-Analyse, oder wie ich sie auch immer getauft hab. Und, ähm... Jetzt hab ich bei der letzten Analyse bei der Hinrunde gesagt, dass ich Gios Runde noch nicht gekannt habe. Und habe sogar das verwerfliche Wort Schwören benutzt, ne? Und, ähm... Es ist in der Tat so, dass ich die Runde noch nicht gesehen hab, so. Zumindest war sie überhaupt nicht mehr auf meiner Bildfläche, so, ne? Äh, wenn ich sie mir vielleicht damals reingezogen hab, Kann sein, natürlich ist Schwören nicht der richtige Begriff dafür, ne? Leute, ich guck mir so viele Analysen an, ich... Äh, beziehungsweise Videos, ich weiß das irgendwann nicht mehr. Freunde, ja, gerade im JBB, wie viele Videos von Gio hab ich mich schon reingezogen, Alter. Mehr als ich Sackhaare hab. Verdammte Scheiße noch einmal. Ich hab euch gesagt, dass dieser Junge nix im Schädel hat Und alles, was er da in seiner Runde kickt, bestätigt das Denn ich dachte, du wolltest anfangen, Tacheles zu reden Doch stattdessen versuchst du hier nur die Fakten zu verdrehen Denn du... Äh, Flow übergeil, find ich richtig geil Richtig schön reingeballert Einstieg, find ich ein bisschen zu... Ruckartig, kommt dann auf den Beat einfach rein, so Ähm... Aber find ich, äh... Find ich, äh, vom Flow gar nicht... Ich hab euch gesagt, dass dieser Junge nix im Schädel hat Und alles, was er dann in seiner Runde sagt, bestätigt das Dabba, 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 du wolltest Tacheles zu reden Doch stattdessen fängst du an, hier nur die Fakten zu verdrehen Jetzt schon ganz geil vom Flow Gebe ich auf jeden Fall mal ein süßes kleines Pünktchen Ja... Obwohl das ist geil, so Das Gegenteil von ziehen ist schieben Zumindest könnte man es so sehen Ähm... Und dann zu sagen, ey, du laberst was von Nummern ziehen Weil Lasker zu ihm sagt, du stehst beim Arbeitsamt, du ziehst Nummern Und er sagt jetzt von wegen, ey, du laberst was von Nummern ziehen Doch frag mal deine Freundin, ich bin eher am Nummern schieben Das ist ganz geil, so Ich ziehe nicht die Nummer, ich schiebe Ist schon eigentlich ganz geil, gibt nen Punkt Ja, das ist auch wieder geil Das bestätigt auch schon wieder, dass er nicht die hellste Kerze auf dem Kuchen ist Wie kann man so nen Scheiß Plus sagen? Label? Da kann man MP3s hochladen Find ich auch ganz lustig so MP3s hochladen Aber okay, da lief wohl was in deinem Text verkehrt Denn eigentlich hab ich ein Major-Deal bei RapidShare Du Idiot Alter, das ist lustig, Junge Dass er so einen anderen Upload Eine andere Upload-Homepage jetzt nennt Ehm, einen anderen Upload-Anbieter Das ist echt verkehrt Denn eigentlich hab ich ein Major-Deal bei RapidShare Digga, das ist geil Ich find auch seine Gist Das ist der Style-Ninja-Chiro mag Das kommt auch authentisch Das gefällt mir gerade viel besser, als wenn er so einen auf Hard und Danger und Episch macht Auch wenn er da guckt Denn eigentlich hab ich ein Major-Deal bei RapidShare Und dann so in die Kamera guckt Fühl ich, Digga, find ich lustig, Mann Wohl was in deinem Text verkehrt Denn eigentlich hab ich ein Major-Deal bei RapidShare Du Idiot Du Idiot Mann, was in deinem Text verkehrt Denn eigentlich hab ich ein Major-Deal bei RapidShare Du Idiot Mann, was war das denn für ne miese Runde Als wenn ich mit meiner Fresse in den Spiegel gucke Mistgeburt Was war das? Auch lustige Selbstironie-Line, Alter Lustig mit Selbstironie gekontert, Digga Was war das denn für ne miese Runde? Als ob ich mit meiner Fresse in einen Spiegel gucke Und dann guckt er auch noch so ein Schreck rein Find ich lustig, Digga Find ich selbst gut aufs Korn genommen, Alter Was war das denn für ne miese Runde? Als wenn ich mit meiner Fresse in den Spiegel gucke Mistgeburt Das darf nicht dein Ernst sein Das sagt mir der, der privat mit Diverse schreibt Diverse ist ja auch so einer, der immer da so einen geschädigten Ruf hat Mistgeburt Das kann nicht dein Ernst sein Das sagt mir jemand, der privat mit Diverse schreibt Ja, das ist jetzt für mich aber nicht so Ich find aber das gefällt mir richtig gut bis jetzt Ohne Spaß, Alter Das unterhält mich sehr Auch wenn ich das ein bisschen zu arg auf lustig gemacht finde Da mit dieser Laska-Maske Da mit dem Fettsack, der durch die Stadt läuft Aber alles in allem Irgendwie ist das ein griffiges, rundes Ding für mich Was mich wirklich, wirklich unterhält, Alter Das sagt mir der, der privat mit Diverse schreibt Was Freundschaft, Alter, halte die Fresse Ich hab die noch nie getroffen Außer mit Punches im Battle Ist aber interessant Ich hab die noch nie getroffen Außer mit Punches im Battle Halte die Fresse Ich hab die noch nie getroffen Außer mit Punches im Battle Damit hab ich ihn getroffen Auch gut, Digga Auch gut Das haben dir die Bitches geschickt Ich hab die noch nie getroffen Außer mit Punches im Battle Ist aber interessant Das haben dir die Bitches geschickt Warte, das beweist doch nur, dass ich die richtig gefickt habe Das haben dir die Bitches geschickt, warte Das beweist doch nur, dass ich die richtig gefickt habe Versteh ich jetzt nicht ganz so Was hat das damit zu tun, nur weil er von irgendwelchen Bitches Das beweist es halt gar nicht so Nur weil sie ihm Pics schicken Aber mir gefällt der rein Bitches geschickt, warte, richtig gefickt habe Irgendwie ist das hier geil gesetzt So ein bisschen laid back, float so, find ich aber geil Interessant, das haben dir die Bitches geschickt, warte Das beweist doch nur, dass ich die richtig gefickt habe Mann, ich war in beiden Battlestar Sieger Und du zeigst mir mit deinen Verläufen nur zwei schlechte Verlierer Das ist aber gut, ja, das ist schon gut irgendwie mit eingebracht Diese Screenshots-Zeigerei so Klar, was für eine Missgeburt, man ist das Man sich sogar entschuldigt bei dem Gegner, dem man richtig gut zerfickt hat Ey, yo, Eike Was für eine Missgeburt, beiden Battlestar Sieger Und du zeigst mir mit deinen Verläufen nur zwei schlechte Verlierer Klar, was für eine Missgeburt, man ist das Man sich sogar entschuldigt bei dem Gegner, dem man richtig gut zerfickt hat Ey, yo, Eike Du kannst keinem zeigen, dass du krass bist Ah, geil Er nimmt den Flow von Laskas, äh, von Laskas, äh, Hinrunde Ey, yo, Eike Du kannst keine Ey, yo, Chio Du kannst ihm mal zeigen, dass du King bist Denn dafür reichen deine Skills nicht Ey, yo, Eike Du kannst ihm mal zeigen, dass du krass bist Ey, yo, Eike Du kannst keinem zeigen, dass du krass bist Denn dafür reicht dein scheiß Gesang nicht Scheiß auf Reime, scheiß auf Punches Denn was dich in diesem Battle fickt, ist etwas anderes Auch ohne Kasa wirst du nur zu geklatscht Denn was dich hier fickt, ist deine Dummheit, du Spast Ey, manchmal sind die plumpen Dinge wirklich die besten, Alter Nicht die besten, aber das ist, ich weiß nicht Ich mag so, ich mag so, ich mag dieses, so, dieses Trockene Ohne Spaß, es ist so halt mein Humor, Digga Das Einzige, was dich fickt, ist deine Dummheit, du Spast Finde ich lustig So vom Klangbild kommt er auf keinen Fall an Laskar ran Sage ich ganz ehrlich so von der Hook Da ist Laskar wirklich, äh, 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 naja Ist schon auf jeden Fall geil Gefällt mir sehr gut Und, äh, äh, Eike Du kannst ihm mal zeigen, dass du krass bist Denn dafür reicht dein scheiß Gesang nicht Ähm, ist schon in der Tat richtig Weil Laskar ist jetzt nicht krass Aber mir gefällt es einfach vom Klangbild viel besser Ähm, noch dazu kommt, dass ich Es ist so ein bisschen Es ist auch so ein zweiseitiges Schwert, ja Weil einerseits ist es natürlich Geil, wie er die Hook hier umdreht, ne Es ist natürlich geil Es ist irgendwie ein gelungener Konter Er nimmt die Hook von ihm, hops, ne Andererseits ist es halt auch so mit das Primitivste, was du machen kannst, so Einfach den Flow von dem anderen nehmen und da irgendwas drauf kicken, so Aber Trotzdem zieht es halt, ne Nichtsdestotrotz zieht es so Und deswegen gebe ich hier einen Punkt Gefällt mir so Ja, ich mag seinen Flow einfach Ich sag's jedes Mal wieder so Bei Gio, ich mag seinen Flow Der hat so diesen Der hat so diesen Flow, so Das ist einfach irgendwie so Ich mag seinen Flow wirklich Ja, ist auch gut Und deine Weggefährten, die tragen doch nur Masken, weil sie sich schämen mit dir gesehen zu werden Ähm, ist auch ganz lustig, so Weil ich beim letzten Lasker-Video beim vorletzten oder so gesagt hab, dass er die übelsten Hayopies in seinem Video mit drin hat, so Alter, da musst du wirklich richtig gut mit denen befreundet sein, dass man die mit ins Video nimmt, Alter Dann hatten die im nächsten Video Masken und jetzt sagt Gio, dass irgendwie die Leute nur Masken tragen, weil sie keinen Bock haben, sich mit Lasker sehen zu lassen, so Ist jetzt auch nicht so die kreativste Angriffsfläche, so dieses Masken-Ding, diese Masken-Lines, es ist immer nur so Entweder trägt jemand Maske, weil er selber seine Fresse nicht zeigen möchte oder seine Weggefährten tragen die Maske, weil sie sich nicht mit ihm sehen lassen wollen So, das ist so, diese Masken-Lines, ich weiß nicht, aber trotzdem ist es hier ganz gut Ja, das ist halt auch irgendwie greifend, wenn hinten dran genau auch einer mit Maske steht, so, ne Auch wenn das in dem Fall eine Lasker-Maske ist, aber es ist halt so, die Punchline ist auch jetzt nicht so die intelligenteste Und das in der Runde, wo er dem Gegner sagen will, dass der Gegner komplett dumm ist, weiß ich auch nicht, ob das jetzt so die klügste Herangehensweise ist, aber Es ist so Ja, ist mir jetzt so, ich mein, daher das Thema so mit diesem Biten schon im ersten Part, in seiner ersten Runde so schon komplett, ich will nicht sagen, ausgeschlachtet hat, aber auf jeden Fall zu Genüge behandelt hat Finde ich das jetzt nicht unbedingt notwendig, das jetzt hier nochmal so zu tun, äh, zumal jetzt auch irgendwie Die Zeilen auch nicht so krass kicken, wenn er jetzt noch die übelsten Bite-Lines ausgepackt hätte, die einen komplett wegdonnern, so dann okay Aber das ist jetzt so Hier gefällt mir Gio auch mal richtig von seiner Performance gerade und von seinem Gesichtsausdruck, so, ich bin selten so gesehen, dass er mir irgendwie so, so gefällt Ja, auch ganz okay Jetzt kommt schon wieder dieses Santiago-Ding so Wie willst du es schaffen, die Krone zu holen, denn alles, was du hast, hast du von deinem großen Idol Ist für mich zu schwach halt irgendwie Wie willst du es schaffen, dir die Krone zu holen, alles, was dich ausmacht, hast du von deinem großen Idol Ja, sein Ego zu kopieren ist bei dir Spaß, dir Programm, das ist die gleiche Location wie in der Quali vom Schwamm Mann, du hast das Ja, ich finde es puncht das so und ich finde, selbst wenn es die gleiche Location wäre, wäre es gar nicht schlecht so, aber es passt auf jeden Fall in seine Angriffsfläche, die er gerade so baut Deswegen geben wir hier mal ein Pünktchen Ich weiß nicht, also Guck mal, es gibt bestimmt Leute, die sehen das jetzt und denken sich, boah, das ist ja echt krass Und so, oder die haben das damals gesehen und dachten so Wow, Digga, ey, der deckt ja richtig auf, G und so, das ist ja wirklich so, alter, Laska arbeitet ja wirklich alles von dem so, ne Für mich, sag ich ganz ehrlich, das sind Zufälle halt, das ist jetzt Weder, ich weiß nicht, wenn es wirklich das gleiche Parkdeck da war Wenn es wirklich dann, dann ist es erstens nicht schlimm, zweitens muss es aber gar nicht sein, sondern es kann irgendein anderes Parkdeck sein, was sehr ähnlich aussieht, ja Also es ist jetzt auch nicht so krass innovativ und kommt so selten vor, dass Leute auf irgendeinem Parkdeck bei Nacht Videos drehen, ja Und das weitere mit diesem Kellerding da jetzt Bei den Videoideen, Rigorosität, Videoideen, geile Reihen by the way Das ist jetzt auch nicht so die mega innovative Videoidee, die irgendwie von 100 Videos einmal vorkommt Sondern die kommt vielleicht von 100 Videos, wenn es gerade um Battle Rap Videos geht, kommt die bestimmt 50 Mal vor, halt, ne Oder sagen wir 25 Mal, ja Deswegen da jetzt so eine Angrifffläche, ich meine es greift und es gibt bestimmt, wie gesagt, Leute, die dachten, boah krass Aber bei mir zieht es halt irgendwie nicht so, so gut er das auch irgendwie verpackt Man, du hast es übertrieben mit der Rigorosität, denn du klausst ihm sogar seine Videoideen Du hast keine Chance, auch wenn dich immer noch paar Fans supporten, denn du bist spätestens nach meinem letzten Text gestorben Wie kannst du ohne dich zu schämen, so ein Dreck recorden, erst hab ich gedacht, alter Sponji, bist du fett geworden, komm Ja, das war halt echt lustig, so wie kann man, also dieses Videoscheiße, die da Lasker in seinem Video in seinem letzten gemacht hat Wo er einen mit dem Baseballschläger streichelt und alles so auf Slobo gemacht, das ist halt echt ultra wack Deswegen finde ich es auch lustig, wie Gio das hier in den Dreck zieht und nachmacht Ja, das ist ganz lustig Komm mal lieber mit paar eigenen Texten, anstatt mich mit Zeilen zu betteln, die mich leider nicht treffen Komm mal lieber mit paar eigenen Texten, anstatt mich mit Zeilen zu betteln, die mich leider nicht treffen Das ist halt ein geiler Flow, Digga, ohne Spaß, ich gebe da noch einfach, ich feiere diesen Flow Komm mal lieber mit paar eigenen Texten, anstatt mich mit Zeilen zu betteln, die mich leider nicht treffen Ist auch ganz gut, jetzt so die Pointe zu schließen, indem er da jetzt halt wieder mal, auch wenn das für mich ein bisschen ausgelutscht ist, mit irgendwie nicht ganz handfesten Beweisen, dass er wirklich da beitet und so, trotzdem macht er das halt Angriffslöcher, verpackt das alles gut in Reime und schließt dann die Pointe zu sagen, ey, wie kommst du darauf, mich beiterzunennen, finde ich einen ganz gelungenen Abschluss. Aber ficken tut das nicht. Denn dafür reicht das, dass ich sagen nicht. Ist auch unästhetisch, dafür reicht dein scheiß Gesang nicht, reicht dein scheiß Gesang nicht, ist unästhetisch irgendwie auszusprechen für eine Hunde. Wie sie sich freuen, die beiden süß, Alter. Auch ohne Casa wirst du nur zu geklatscht. Ja, wie er wegschiebt, ja, komm, ab! Auch ohne Casa wirst du nur zu geklatscht. Denn was dich hier fickt, ist deine Dummheit, du Spaß. Ich hätte an deiner Stelle schon längst aufgegeben, denn fast jeder hier in diesem Battle will dich draußen sehen. Die Sache mit dem Audi war nicht extra, sondern aus Versehen. Wie soll man das erkennen, wenn so ein Fettsack vor dem Auto steht? Ja, checke ich gerade nicht ganz genau. Was war da mit dem Audi? Was war mit dem Audi, Leute? Aber zu sagen, ey, das ist nur aus Versehen. Wie soll man das erkennen, wenn so ein Fettsack vor dem Auto steht? Ist ganz lustig so. Aufstehender Treppe. Wie soll man das erkennen, wenn so ein Fettsack vor dem Auto steht? Wie konntest du die Sache mit dem Vegetarier? Willst du sagen, ey, du hast ja selber einen Sprachfehler? Ey, wie dumm ist man... ...sache mit dem Vegetarier? Willst du sagen, ey, du hast ja selber einen Sprachfehler? Ey, wie dumm ist man sein, um nicht zu peilen? Das ist kein Sprachfehler, sondern pure Unwissenheit. Und nur weil dein Vater dich immer so misstrangelt, heißt das nicht, dass jeder Vater seine Kinder so behandelt. Äh, geil. Ja, was heißt geil? Ist jetzt auch... Guck mal, das ist so... Ich hab die ganze Zeit drauf gewartet, dass er diese ekelhafte Zeile da von Lasker irgendwie kontert, wo Lasker irgendwie sagt, Tochter am Start oder irgendwas... Tochter, Tochter, jetzt hat Gio wenigstens ein Loch parat oder so. Ekelhafte Zeile, so weiß ich auch nicht, wie man... Ich weiß nicht, wie man sowas kicken kann, so, ne? Egal. Ähm, jedenfalls hab ich die ganze Zeit so ein bisschen drauf gewartet, dass er die Zeile irgendwie kontert. Und er kontert sie jetzt auch nicht innovativ, mega innovativ, einfach... Aber ich hatte das schon mal bei so ein paar Analysen, dass ich so gesagt habe, ich mag das, wenn man einfach so den Spieß umdreht, so, ne? Manchmal ist es wirklich so das Einfache und das Plumpe echt gut, halt so. Und jetzt hier zu sagen, ich mein, und nur weil... Weil dich dein scheiß Vater immer misshandelt, heißt das nicht, dass jeder Vater seine Kinder so behandelt. Oder irgendwie so sagt er es gerade. Und, ähm... Das ist meiner Meinung nach, auch wenn es, wie gesagt, nicht an Innovation, äh, platzt, ist es ein gelungener Konter, Digga. Und mir gefällt, ich sag's nochmal, mir gefällt hier Gio... Ich achte halt manchmal auf sowas, so, ne? Auf seine Performance und auf seine Mimik, so. Ich finde, dass er hier... Komplett so wirkt, wie er wirken sollte, so, irgendwie. Irgendwie ist es so, irgendwie greift das für mich heute. Ich weiß nicht, ob ihr da irgendwie verstehen könnt, was ich meine, aber irgendwie passt es alles. Und nur weil dein Vater dich immer so misshandelt, heißt das nicht, dass jeder Vater seine Kinder so behandelt. Abgesehen davon hast du mich mit so einem Schrott gebettelt, das hätte ich mal getroffen, wenn ich eine Tochter hätte. Als er diese... Du hast mich mit so einem Schrott gebettelt, das hätte ich mal getroffen, wenn ich eine Tochter hätte. Davon hast du mich mit so einem Schrott gebettelt, das hätte ich mal getroffen, wenn ich eine Tochter hätte. Ähm, ich weiß nicht genau, wie alt jetzt seine Tochter ist. 2014, keine Ahnung, ob man da schon eine Tochter hat. oder ob er es da noch geheim gehalten hat. Ich glaube aber jetzt mittlerweile ist es kein Geheimnis, dass Gio eine Tochter hat. Deswegen verstehe ich diese Zeile jetzt nicht ganz. Ich stelle mich jetzt einfach mal so hin, als würde ich das einfach alles so aufnehmen, wie er es sagt, in dem Fall zumindest. Und dann ist die Zeile eigentlich ganz gut. Zu sagen, ey, mit was für einem Schrott gebettelt, das ist so ein Schrott, Digga, das hätte mich nicht mal getroffen, wenn ich eine Tochter hätte. Das ist auch kein krasser Punch, das ist so ein bisschen ins Leere laufen lassen. Ich finde allerdings jetzt hier so, ich meine, wenn ich den Becher so sehe und bei den Punkten, ich habe jetzt noch keine 2-Punkte-Zeile gegeben, glaube ich zumindest, vielleicht eine. Mehr, aber nicht. Es ist so, gerade für eine Konterrunde, ich will nicht sagen, wenig, weil er kontert ja schon, aber es sind nämlich so diese Hardhitter und so. Gerade bei der Konterrunde, du hast ja eigentlich schon vorgegebene Zeilen, auf die du eingehen musst. Plus du hast noch den Rückenwind, dass du irgendwie immer krasser dastehst, wenn du Zeilen von jemandem konterst. Und ich finde eigentlich, dass da von einem Mund aus, von einem Mund aus dem Gio, von außen dem Mund von dem Gio, krassere Zeilen hätten rauskommen können. Trotzdem ist es vom Klangwerk und irgendwie von dem Ganzen, das Griffix so, mit das Beste, was ich von Gio so, kenne. Vom Hörgenuss her so, ne? Als er das Foto auf Facebook fand, dachte er, jetzt greife ich eklatant mein Gegner an. Als er dieses Babyfoto da auf Facebook fand, dachte er, jetzt greife ich eklatant mein Gegner an. Nur schade, dass der Ich und mein Neffe daneben stand. Ja, Auch wieder gut in alle, warte, warte. Achte er, jetzt greife ich eklatant mein Gegner an. Nur schade, dass der Ich und mein Neffe daneben stand. Ja, schon blöd, wenn man so dumm ist, dass man nicht mal lesen kann. Und zu lieb... Ja, ich wusste, dass da jetzt wieder die Vorhande kommt, von wegen so, du bist dumm, finde ich auch schon wieder irgendwie griffig. Ähm... Auch sauer, das ist halt wirklich ne... Das ist, das ist, das ist gut. Und das ist, das ist einfach wirklich sehr gut, sowas in Reime verpacken zu können, so. Als du mein Bild auf Facebook fandst, dachtest du dir, jetzt greife ich eklatant mein Gegner an. Doof ist nur, dass da Ich und mein Neffe daneben stand. So. Das ist schon so... Das ist gut. Eklatant mein Gegner an. Auch wie er es betont, nur schade, dass da Ich und mein Neffe daneben stand. So nachdem... Da steht Ich und mein Neffe daneben, du Depp. Aber dann zu sagen, ja, schade, schade, wenn man so dumm ist, dass man nicht mal lesen kann, das ist so dieses... Ja, das ist dumm, der schnallt sich nicht mal an. So dumm, so dumm. Das ist so ein bisschen lump halt, aber es greift auch hier in diese ganze Angriffsfläche, die sich die ganze Runde so zurechtlegt. Ich und mein Neffe daneben stand. Ja, schon blöd, wenn man so dumm ist, dass man nicht mal lesen kann. Und zu die Börse, was redest du da bitte? Guck mal auf den Text, da sagt halt hier Magneten vor die Lippe und nicht dicken. Los, erzähl, was soll das für ein Dreck sein? Du sagst, ich würde ihn biken, obwohl du nicht mal sein Text peinst. Nachdem... Ja, ist alles irgendwie so ein Püppchen. Im Part bist du im Arsch wie ein Homo, du kannst mir... Quasimodo reint da drauf, 100 pro. Arsch wie ein Homo, das ist so... Das klingt direkt nach Zweck rein, Digga. Nach diesem Battle bist du im Arsch wie ein Homo. Irgendwas mit Quasimodo, Digga. Ich würde ihn biken, obwohl du nicht mal sein Text peinst. Nach dem Part bist du im Arsch wie ein Homo, du kannst mir den Buckel runterrutschen. Quasimodo. Ja, Freunde, es gibt halt einfach Dinge, die, 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 die checkt man irgendwann. Nach dem Part bist du im Arsch wie ein Homo, du kannst mir den Buckel runterrutschen. Quasimodo. Ja, aber Quasimodo-Lines, ich weiß nicht so, an dieser Stelle alle hier die Glocke aktivieren, wie Quasimodo den Channel abonnieren und sonst noch den Maulwurf streicheln, kurz die Hasen füttern und dann aber runter von meinem Rasen, dann mit eurem Maul. Zusammen, was du geschrieben hast, war Unsinn. Du hast mit deiner Runde nur bewiesen, dass du dumm bist. Das stimmt, das hat er aber wirklich alles gut so, äh, wiedergelegt. Also nach dieser Runde, selbst wenn man nur diese Runde sieht und davor keine Hinrunde gesehen hat und so könnte man wirklich denken, anhand der Darstellung, wie es Gio uns hier geliefert hat, so von wegen, ey, Laska ist wirklich ein bisschen dumm so. Da könnte man wirklich denken, das finde ich alles gut. Klangbild hat mir mit am besten gefallen, Punchlines allerdings eher weniger. Jetzt bin ich mal gespannt, was unser Labasca da war zu sabackt, ja? Schauen wir doch eben einmal kurz drauf. Was habe ich denn eigentlich für eine Punkte, Punkteangabe der, oh, heute ist mein Deutsch wieder richtig on fleek, alter, Freunde. Bis sie früh noch. Was haben wir denn? Halb neun. Ach du, haben wir echt das halb neun? Scheiße, wir haben halb neun, Freunde, alter. Wir haben erst halb neun? Was? Okay, ähm, 29 zu 10 habe ich gegeben. Bei der Hinrunde. Von beiden, ich habe die mir eben übrigens gerade noch mal reingezogen, bevor ich das Video gestartet habe, damit ich die ganzen Lines noch peile und so, ne? Ist doch klar, ist doch klar. Sechs Minuten, mit was kommt er da wieder, Junge? Entspann mal deine Lage, du. Chill mal deine Rolle, du. Fahr mal keine Filme her. Du Depp. Oh mein Gott, Gänsehaut. Ey, du hast mit privaten Details noch nicht mal Kasa Zerfleisch, mehr als mich dumm zu nennen, fiel dir bei mir gerade nicht ein. Du bist bodenständig, trotzdem ganzen Fame vom Turnier, Mann, du bist nicht Fame, du hast dich sogar selbst abonniert. Wieder im Finale. Okay, 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 okay. Das kommt gerade richtig krass, finde ich, ehrlich, ne? Das finde ich richtig krass, so. Ist auch jetzt nicht die innovativste Vorgehensweise, so den Flow seines Kontrahentens zu nehmen, zu beiten, ist immer so, das ist so ein negativ belastendes Wort. Klar könntest du jetzt sagen, das ist gebeitet, aber es ist ja bewusst gepickt, dieser Flow. Und dann zu sagen, du hast mit privaten Details nicht einmal Kasa zerfleisch, Digga. Das ist eigentlich geil, weil über Kasa hat er so viele private Details, weil es eben sein Bruder ist. Deswegen steckt in dieser Zeile halt sauviel Gewicht, wie ich finde, so, ne? Du hast mit privaten Details nicht einmal Kasa zerfleisch, Digga. Das ist, ähm... Ey, du hast mit privaten Details noch nicht mal Kasa zerfleisch, mehr als mich dumm zu nennen, fiel dir bei mir gerade nicht ein. Du bist bodenständig, trotzdem ganzen Fame vom Turnier, Mann, du bist nicht Fame, du hast dich sogar selbst abonniert. Wieder im... Ey, ohne Spaß, auch wieder das Rap, das kommt wirklich krass. Ich finde es wirklich krass und auch die Zeilen, das sind... Ne, das sind... Guck mal, ich gebe eine Punkte für die... Du hast nicht einmal Kasa zerfleisch, dann gebe ich einen Punkt für die Art, wie er es rappt und dann gebe ich noch einen Punkt für, ähm... Eigentlich ist es sogar fast zwei Zeilen, ne? Ne, aber ich komm, ich hab jetzt... Ich weiß es nicht, das ist für mich so... Wisst ihr, das ist so eigentlich eine Zeile, die ist nicht zwei Zeilen wert, aber er rappt das irgendwie so krass und so arrogant und so bloßstellend. Da, 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 aber wegen ganzen Fame von... Du bist nicht abgehoben, trotzdem ganzen Fame des Turniers, doch du bist nicht Fame, du hast dich sogar selbst abonniert. Finde ich echt stark. Wirklich, ich finde Kasa ist... Äh, Laskar ist einer, der... bei mir noch nie so das Gefühl geweckt hat, dass ich irgendwie denke, wie scheiße rappt er denn oder wie komisch steigt er denn da ein oder so? Kasa, äh... Es ist der Laskar. Janis? Laskar. Laskar hat immer so Einstiege in seine Raps, wo ich so denke, ey, die sind irgendwie nice, muss ich wirklich sagen, Alter. Ich finde das nice hier gerade vom kompletten Klangbild und wie er es rappt und wie er betont. Einfach nice, Digga, real talk. Aber wenn ihr auf die Audio... Ganz kurz noch, wenn die Audioqualität, die Aufnahmequalität hier, ich weiß nicht, wo er das aufgenommen hat, wahrscheinlich in der Pepsi-Dose, Alter. Das klingt hier teilweise echt, ich weiß nicht, oder sein Michael war auf Crack, Alter, aber das hört sich komplett scheiße an. Und ständig trotzdem ganzen Fame vom Turnier, Mann, du bist nicht Fame, du hast dich sogar selbst abonniert. Wieder im Finale, was an sich ne gute Leistung ist, denn für das Geld macht deine Mama nochmal stundenweise Schicht. Du machst es wie ich mit meinem Gras. Was meinst du, Hure, eigentlich? Dich kann man nicht in der Pfeife rauchen, weil du die Pfeife bist. Ja, äh, äh, ich kann man nicht in der Pfeife rauchen, was meinst du da eigentlich? Dich kann man nicht in der Pfeife rauchen, weil du die Pfeife bist. Ist auch ein guter Konter, Digga, jetzt gibt es zwei Punkte, ich gebe da zwei Punkte dafür. Auch, weil da noch so ein bisschen Gewicht von der ersten Zeile mitschwingt, auch wenn die jetzt nicht so real war, die Zeile da irgendwie, ähm, stundenweise Schicht. Da schiebt deine Mutter stundenweise Schicht. Äh, weil es ist so, ja. Was ich ne gute Leistung ist, dann für das Geld macht deine Mama nur mal stundenweise Schicht. Du machst es wie ich mit meinem Gras. Was meinst du, Hure, eigentlich? Dich kann man nicht in der Pfeife rauchen, weil du die Pfeife bist. Versuchst, meinen Werdegang zu läutern und das ohne rechtes Wissen und behauptest dabei, du willst mich nicht oberflächlich dissen. Bist du vollkommen behindert, denn nach Palinz sagt, ey, ich seh aus wie Voldemort. Wer ist jetzt der Holzkopf, du Spinner? Wieso fragst du mich? Behinder, der nach Palinz sagt, ey, ich seh aus wie Voldemort. Wer ist jetzt der Holzkopf, du Spinner? Wieso fragst du mich? Ja, das ist schon gut. Mir gefällt es gerade besser, obwohl mir Geo echt schon gefallen hat, aber ich finde es gerade, das wirkt, wirklich, das wirkt eigentlich so, wie ne Battle-Runde im JBB wirken sollte. Ohne Spaß so. Das ist, ähm, irgendwie, hat es komplett das geile Feeling so. Auch wenn ich die Trumps auf dem Beat, die Bremsen so minimal, weil die so arg so abgehackt sind. Aber ist trotzdem alles irgendwie ganz geil. Fragst du mich, wie ich mir nen R8 leisten kann? Das ist ein A6, du Flachpfeife, Mann. Lebst du Trottel hinterm... Du fragst, ja, auch gut, so, auch dieses Flachpfeife da. Das heißt Vegetarier, du Flachpfeife. Jetzt nimmt der Flachpfeife das Wort mit rein, so, dient dann auch schon als Konter, plus noch die Zeile, wie du fragst dich, wie ich nen A8 leisten kann? Das ist ein A6, du Flachpfeife, Mann. Auch ganz, auch gut gekontert, auch wenn Flachpfeife, Mann, das Mann ist so ziemlich arke Zweck, aber ist trotzdem gut, Digga. Geile Arroganz, Alter. Schön abgehoben, Alter, von oben herab. Geil zu sagen, ey, du frontest mich mit dem Auto, was noch mehr kostet, als der Block, in dem du wohnst, Digga. Puh. Geil. Wenn du clever wärst, würdest du mich nicht mit einer 90.000 Euro Karre dissen, wenn du S-Bahn fährst. Heute wird der Bastard gekillt, denn der Kluge gibt nach und der Dumme bekommt das, was er will. Du hast da was... Ach, geil. Der Dumme kriegt das, der Kluge gibt nach und der Dumme kriegt das, was er will. Ja, der bezeichnet sich selber gerade als der Dumme, er kriegt das, was er will, so. Der Bastard wird gekillt, der Kluge, weil er nach... Das ist auch gut, Digga, ohne Spaß, so. Das ist auch echt gut. Ich geb da zwei Punkte für, aber auch noch wegen der Zeile davor, mit dem, du solltest mich nicht mit einem Auto fronten, wenn du selber S-Bahn fährst. Deep Throat im Stadtpark, irgendwie... Oder auf dem Friedhof, Anal oder irgend sowas. Ich sag, Real Talk, ich kenn die Runde nicht, Freunde, ne? Aber das ist eigentlich grad wieder ein geiler Beweis dafür, für diesen Automatismus, den ich euch auch in meinem Rap-Tutorial die ganze Zeit predige, so, ne? Füttere dein Automatismus, so. Eigne dir das an, Digga. Die Lines, ich weiß es ja gar nicht so, ne? Aber für mich, ich würde, ich bin mir relativ sicher, ich würde sogar aus Jux und Tollerei wetten, wenn es nicht so ein hoher Betrag wäre. Als du noch Beatbox gemacht hast, gab mir deine Mutter Deep Throat im Stadtpark. Irgendwie sowas kommt jetzt, Digga. 100 Prozent. Nicht 100 Prozent. Ich bin mir relativ sicher einfach, Mann. Das ist einfach geil so. Da funktioniert wirklich mein Automatismus. Die Sensoren, ding, 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 ding. Die rasten regelrecht aus, Alter. Ich bin deep throat, du Bastard. Okay, deep throat, du Bastard. Okay. Wechsel denn, als du noch Beatbox gemacht hast, gab deine Mama mir wöchentlich, ne deep throat, du Bastard. Das ist aber ein Whacker-Konto. Geld muss ich nie abdrücken, doch bei deiner Mutter Sonja, für die sexuellen Praktiken, kein Plan, ob es die Bitch noch weiß, doch... Schön vorgezogene Reiben, prinzipiell, so ne Reibensetzung sorgt prinzipiell für einen geilen Flow, macht Lasker auch oft, so die Reime vorzuziehen, allerdings für dich, hier kommt es nicht so geil rüber. Doch bei deiner Mutter Sonja, für die sexuellen Praktiken, kein Plan, ob es die Bitch noch weiß, doch wie hat das Kondom genüsslich ausgelutscht, als wäre es ein fucking Tiptop Ice, ich mach mit... Das hat er denn die ganze Zeit, jetzt wird es ein bisschen nie... Das finde ich jetzt so schade, eigentlich so, ne, weil er fängt meiner Meinung nach wirklich stark an in der Runde, so wirklich so, das war mal, das war mal irgendwie so, wirklich, ich will nicht sagen, seit langer Zeit, nee, nee, das war eine der Runden aus dem JBB, die ich mir jetzt hier so gebe, wo ich wirklich gedacht habe, okay, das catcht mich gerade so, ne, und jetzt kommen so Zeilen, wo ich so denke, Digga, das ist Nonsense, Digga, du fucking Coward, ne, Quatsch, das ist so, das ist einfach, das ist irgendwie, das wird jetzt niveaulos, Digga, das sind jetzt so Zeilen, die kannst du gegen jeden x-beliebigen Hayopi kicken, Alter, und den interessieren die genauso wenig wie mich. Money Boy, ne Crew, die hat das Kondom genüsslich ausgelutscht, als wäre es ein fucking Tiptop Ice, Es war ja irgendwas mit Kondom, aber Lasker hat auch zu Chiyo gesagt, von wegen, äh, ich mach in das Kondom einen Schnitt, und da, 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 das Geld, das Kindergeld nehm ich monatlich mit, deswegen verstehe ich nicht, warum Lasker jetzt wieder was mit Kondom in Bezug auf Chiyo sagt, hätte Chiyo irgendwas zu Lasker gesagt in der Hinrunde mit Kondom, und Lasker würde das jetzt so kontern, da könnte ich es verstehen, vielleicht hab ich es aber auch einfach nicht mehr ganz so krass auf dem Schirm wie Regentropfen bei Niederschlag. Ich mach mit Money Boy ne Crew, wir nennen uns dumm und dümmer, du nennst deine Crew mit Kasa, die zwei Hurenkinder, man, ich hab mir alle... Digga, 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 das kommt ohne Spaß, Mann, Alter, das kommt krass grad, das kam krass, ich fand, das kam krass so, ne, Money Boy sein Ruf hin, Money Boy sein Ruf her, aber das kam krass, weil Lasker irgendwas zu ihm sagt, mach mit Money Boy ne Crew, nennt euch dumm und dümmer, ne, und dass er jetzt Money Boy da reinholt, ich weiß, was sagt Money Boy, du machst mit Kasa eine Crew und nennst euch die Hurenkinder, Digga, dumm und dümmer, du nennst deine Crew mit Kasa, die zwei Hurenkinder, du nennst deine Crew mit Kasa, die zwei Hurenkinder, das Schisch kommt auch geil, das Adlep, Digga, das sind auf jeden Fall zwei Punkte so, Überraschungseffekt ist da, Alter, du nennst deine Crew mit Kasa, die zwei Hurenkinder, das Schisch, hey, kennt ihr das, wenn ihr so im hinteren Kopf von euch, ich frage mich die ganze Zeit, hab ich das schon mal irgendwo gesehen, so, ich weiß es nicht, Alter, auf jeden Fall bin ich gerade komplett geflasht, Alter, das finde ich, ich finde auch Money Boy, das ist das Beste, was ich von Money Boy je gehört habe, eine Zeile, du nennst deine Crew mit Kasa, die zwei Hurenkinder, Schisch, Mann, ich hab mir alles selbst, Beste, Digga, ohne Spaß noch einmal, dann lass ich weiterlaufen, du nennst deine Crew mit Kasa, die zwei Hurenkinder, Schisch, Mann, ich hab mir alles selbst verdient, und mir in meinem ganzen Leben niemals etwas Geld geliehen, dann sagt mir Giovanni, dass ich damals keine Kohle hatte, doch ich hab am Tag mehr Geld verdient, als die Fotze in einem Monat machte, Cash ist ein, Ja, das sind diese Zeilen, ich hab an einem Tag mehr verdient, als du, das, 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 ja, ich mach eine Single, und sie lang für ein Jahr, deinen Monatslohn trage ich an meinem Handgelenkblatt, diese Zeilen kennt man schon so, finde ich jetzt nicht geil zu sagen, ich mach an einem Tag mehr, als du in einem Monat macht es so, keine Ahnung, es ist natürlich eine gute Zeile, und passt auch hier irgendwie rein, aber es ist jetzt nicht so, dass ich denke, okay, ja, wow, ähm, ich hab am Tag mehr Geld verdient, als die Fotze in einem Monat machte, ja doch, ich muss dafür aber einen Punkt geben, weil er, er, er frontet schon den Angriff von Gio zurück, und versucht ihn so zu verteidigen, aber, ja, Cash ist ein, einen Bauarbeiter nennen, finde ich auch dämlich, wenn das einer sagt, mit einem Abschluss in Bautechnik, dann fragt man sich, okay, das greift aber auf, Cash ist ein, einen Bauarbeiter nennen, finde ich auch dämlich, wenn das jemand sagt, mit einem Abschluss in Bautechnik, ist auch gut, also, das ist schon, das ist schon echt stark, finde ich von Laskar, ja alles, bis auf diese, zwei, drei Mutterleins, die meiner Meinung nach whack, und sinnlos waren, nicht sinnlos, aber überflüssig so, bis jetzt ist es schon echt gut, weiter nennen, finde ich auch dämlich, wenn das einer sagt, mit einem Abschluss in Bautechnik, dann fragt man sich, was dieser Spaß, die verdient und findet raus, dass er nicht arbeitet und hat's, wie er bezieht, doch Giovanni Gärtner, ich schenk dir ein, äh, gar nichts denn, damit bist du Gärtner und kannst Rasen mähen, Gio, du hast recht, hier ist wieder der vorgezogene Laskar Flow, der geil ist, die Reimsetzung hier, das Rasen mähen, das vorgezogen, es kommt nicht ans Ende von der Zeit, sondern vorgezogen und somit hat er irgendwie einen neuen Flow geschaffen, das ist geil, Giovanni da und kriegst so, äh, gar nichts denn, du bleibst nur ein Gärtner und kannst Rasen mähen, Gio, ich schenk dir ein, äh, und findet raus, dass er nicht arbeitet und hat's, wie er bezieht, doch Giovanni Gärtner, ich schenk dir ein, äh, gar nichts denn, damit bist du Gärtner und kannst Rasen mähen, Gio, du hast recht, den Logo Pell, Geil, und dann hat er, Gio, du hast recht, dieses, Gio, du hast recht, ist eigentlich an der Stelle, wo das Rasen mähen im Normalfall gesetzt wäre, so, aber da er das Rasen mähen fortzieht, hat er da an der Stelle, wo es jetzt eigentlich sein sollte, Platz für das, Gio, ist schon geil, also, mir gefällt das Ding, ohne Spaß, mir gefällt das einfach, äh, gar nichts denn, damit bist du Gärtner und kannst Rasen mähen, Gio, du hast recht, den Logo Pell, hab ich empfohlen, für dich, hab ich auch noch einen Weltklasse, Gesichtsschirurgen, Mann, um dich zu betteln, braucht man gar nicht viel, da reicht meine Mähne, nur weil du ne glatze Arsch lehn, den ich die Haare zu berge, er denkt sich, was für ne Mähne, viel, da reicht meine Mähne, nur weil du ne, eine Weltklasse, Gesichtsschirurgen, Mann, um dich zu betteln, braucht man gar nicht viel, da reicht meine Mähne, nur weil du ne glatze Arsch lehn, den ich die Haare zu berge, er denkt sich, was, ja, ist okay, ist jetzt auch nicht, äh, die Innovation, paar Exelon, was für ne Mähne, da braucht man keine Kappe anzuziehen, spurtet in den Laden und kauft eine Packung als Beziehen, Damals hat der Julia mal gedisst, ey, was machst du denn hier, ach, das bringt dir Hurensohn, ja, klickst, du machst alles für ein bisschen Geld, wie bist du denn drauf, du bist ganz offiziell, Mistgeburt, ah, siehst du, ah, da war ich mir auch jetzt aber auch nicht so sicher, dass ich hätte wetten wollen, alles für ein bisschen Geld, wie bist du denn drauf, bist du denn drauf, Mistgeburt, du bist ganz offiziell, MC Bitchmoves getauft, aber dieses Bitchmoves hin, Bitchmoves her, du machst Bitchmoves, ich mach Bitchmoves, du machst Bitchmoves, der macht Bitchmoves, du kaufst da, klickst, du machst das da, du hast dem das geschrieben, bei dem Label hast du aber den Knebelvertrag, aber nicht so wie bei dem Label, bei dem Label hast du aber da Schwanz geblasen, weil du ein Feature mit dem wolltest, und der hat das mir aber auf Facebook geschrieben, und der hat das geliked, und auch gesehen, denn es hatte zwei Häkchen in WhatsApp, das geht mir langsam auf den Sack, dieses Hin und Her, Dank nochmal, Was machst du denn drauf, du bist ganz offiziell, MC Bitchmoves getauft, Front ist das Turnier bei Schizophrenic, Block wie ne Snitch, und dann machst du dann bei dem, letztendlich doch wieder mit, hierna fragt sich jeder Mensch, was für ein Heuchler du bist, der innerlich noch hässlicher, als äußerlich ist, Missgeburt, Witzfigur, jetzt aber, du fixt mich kurz, jetzt würde ich fast schon wieder wetten, fixt mich kurz, Witzfigur oder Missgeburt, ich glaube eher, weil er es so krass betont, fixt mich kurz, nimmt er das Witzfigur, weil er das I, I, U hat, und bei Missgeburt hat er I, E, U, Komm, wir wetten, ich sag, er sagt Witzfigur, wenn ich verliere, denkt euch was aus, was mache ich, wenn ich verliere, ich wette jetzt, er sagt Witzfigur, er sagt Witzfigur, Digga, der innerlich noch hässlicher, als äußerlich ist, du schreibst ein paar Lines hin, und fixt mich kurz, kümmer dich mal um dein scheiß Kind, du Missgeburt, die ersten, oh, er sagt Missgeburt, warum sagt er Missgeburt, Mann! Naja, Freunde, schreibt hier mal rein, was ich mache soll, aber, also, jetzt heißt es nicht, dass ihr jetzt da reinschreiben könnt, und ich mach's sowieso, ne, ich guck mir das natürlich vorher an, prüfe das mit meinem Anwalt, ja, erwarte ein sechsseitiges Schreiben von euch, dann prüft es mein Anwalt nochmal, dann geh ich vor Gericht, ruf die Bullen einmal an, die sollen auch nochmal drüber gucken, safety first, und dann machen wir das. Du ballerst ein paar Lines hin und fixt mich kurz, kümmer dich mal um dein scheiß Kind, du Missgeburt, finde ich, hat aber auf jeden Fall, auf jeden Fall, äh, einen guten Punch mit, Alter, auch wie er's betont und rappt. Du schreibst ein paar Lines hin und fixt mich kurz, kümmer dich mal um dein scheiß Kind, du Missgeburt, die ersten Worte deiner Tochter waren wohl nicht schön für dich, denn sie sagte, bitte Papa, bitte töte mich, die krassen Jungen, Nonsens geht mir am Arsch vorbei, sowas. Jungs, die du ja so betonst, sind meine Freunde und sie kommen dich holen, sobald sie wissen, wo du wohnst, und von dir, ja, das ist geil, das gefällt mir. Jungs, die du ja so beton, und diese Jungs, die du so betonst, das sind meine Jungs und sie kommen dich holen, sobald sie wissen, wo du wohnst, finde ich gut. Gio hat bestimmt Paranoia-Kicks gekriegt. Was wollen die denn, süßes oder saures bei mir, sollen sie mal an die Tür kommen? Was für süßes oder saures, ich bin Dealer, bei mir gibt's nur grünes oder braunes, und mehr nett, ab mit euch. Wenn jemand bei mir an der Tür klingelt, da geh ich runter und schlag ihm mit einem Schlag die komplette Kauleiste in den Arsch. Bastard. Jetzt macht er auf episch hier, der denkt auch, der wäre Entertainment oder J.J.G. So was kannst du nicht kicken mit deinem Gesicht. Mein Gott, junge, junge, junge. Okay, ich muss wieder ernst werden. Machen wir mal. Komm, wir haben uns heute noch nicht gegeben, damit wir ruhig bleiben, den ganzen Tag, geben wir uns mal ein paar Tropfen CBD. Ja, das ist keine Werbung. Jetzt, ich mach das hier zu. Das ist keine Werbung. Das ist keine Werbung. Das ist keine Werbung. Das ist keine Werbung. Aber mir scheint ja voll die Sonne hier rein. Das sehe ich das jetzt hier. Das ist keine Werbung. Ich schalte das extra zu. Komm, einfach nein. Normalerweise, Tänisch die Tropfe, einfach nein. So, das Ding wirkt in den Kundenbruchteilen. JBB. Weiter geht's. Ich muss wirklich wieder normal werden gerade. Und das schaffe ich ab jetzt. Und von dieser, wie du sagst, komischen Gestalt wird mit deinem Blut in Knallrot. Dein Blut immer mit Mal. Du schämst dich für dich selbst, denn in jedem Track musst du rappen. Komm nicht auf die Idee, mich mit Gio Webma zu betten. Wenn du weißt, das ist in jedem Track, musst du rappen. Komm nicht auf die Idee, mich mit Gio Webma zu betten. Wenn du weißt, das ist ganz schön peinlich. Hey Leute, willkommen zu der ersten richtigen Folge Gio Webma. Manche Wörter konnte ich einfach nicht mit reinpacken. Die waren ein bisschen zu... Ja, ich hoffe, es gefällt euch. Falls ja, gebt einen Daumen-Look und abonniert mich. Wer zerreißt dich hier ganz allein, BITCH, dann sagst du mir, ich wäre nicht... Soll das jetzt wieder so ein peinlicher Rückblick sein? Soll das jetzt wieder irgendeine peinliche Aufnahme sein, wo man sagt, Hahahaha, Gio, guck mal, wie er da aussieht. Verstehe ich jetzt nicht ganz, was sowas soll. Er sagt, du zerreißt dich ganz allein, BITCH. Finde ich jetzt nicht. So ein Intro von einem YouTuber, was ich hier gerade sehe. Was soll mir das jetzt sagen halt? Gib einen Daumen-Look und abonniert mich. Wer zerreißt dich hier ganz allein, BITCH, dann sagst du mir, ich wäre ne Spongebosskopie, Mann, das Wort der RUNI, checkst du Holzkopf-ROLI, das nennt man Deja-Vu, du Trottel, wenn du siehst, wie ich im Parkhaus BIT, denkst du daran, wie man dir das letzte Jahr den Arsch aufriss und du bezeichnst... Ja, ist ganz gut, so gekontert, von wegen, das nennt man Deja-Vu, wenn du siehst, wie ich hier Parkhaus BIT, denkst du zurück, wie man dir damals seinen Arsch aufriss, ist ja... Ich bin kein Plug-y-Yard, Mann, ich bin das Update, ich würd dich wirklich gerne... Ich bin kein Plug-y-Yard, nein, ich bin das Update, ist ganz gut. Ich bin eine Kopie, nenn doch zu deiner Fresse, ich bin kein Plug-y-Yard, Mann, ich bin das Update, ich würd dich wirklich gerne, eine Kopie, nenn doch zu deiner Fresse, fällt mir nichts ein, denn wirklich nichts scheint zu hässlich zu sein, ist das ein Doppelkinn oder warst du beim... Es ist mir zu plump, es ist mir zu flach, einfach zu sagen, hey, zu deiner Fresse fällt mir nichts ein, denn nichts scheint zu hässlich zu sein, das ist so... Ich weiß nicht, das ist das gleiche wie ein Niveau wie Spiegel, immer einmal mehr als ich, das ist so... Weiß ich nicht. Nenn doch zu deiner Fresse, fällt mir nichts ein, denn wirklich nichts scheint zu hässlich zu sein, ist das ein Doppelkinn oder warst du beim... Plastischen Chirurgen, denn das, was da rumhängt, erinnert mehr in einem stark behaarten Hoden mit dem Sack... Ganz lustig, mehr aber auch nicht. Gesicht machst du noch auf King und behauptest du aus Eier schon richtig, aber nur unterm Kinn. Okay, 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 dann das aber so zu verpacken, er hätte die Doppelkinnzeile hat er jetzt auf jeden Fall noch ausgeführt, so. Plastischen Chirurgen sind... Ist das ein Doppelkinn oder ein stark behaarten Hoden? Du machst hier auf King und du sagst, du hast Eier, aber nur an deinem Kinn. Dann gibt's noch ein Pünchchen dafür. Ich mach's du noch auf King und behauptest du aus Eier schon richtig, aber nur an deinem Kinn. Und meinen alten Namen in E-Shop, du Schmachthaken, hab ich nur geswischt, weil wir ein Feature gemacht haben. Auch gut, er konnte, aber was sagt er, du Schmachthaken? Sagt er da Schmachthaken? Du Schmachthaken, Digga. Das ist ja... Was ist denn ein Schmacht... Was bedeutet Schmachthaken? Was bedeutet Schmachthaken? Mobbing-Vorwurf, unberechtigt. Nervboofs-Riege-Blaster. Wasserstand-Totes-Meer. Simon Hellberg-Vermogen. Sony-Headphones-MDR-ZX-110AP. Bryce-Heropanti-MP3-Songs-Down-Like-Wa... Okay, jetzt weiß ich, was er meint. Okay, jetzt weiß ich, was er meint. Keine Ahnung, weil das Schmachthaken, das klingt so ein bisschen... Das ist jetzt, das könnte man schon sagen, ein bisschen gezweckt, so um den Reim auf gemacht haben zu kriegen. Aber ja, komm, lassen wir mal so stehen, wie ein Wohnzimmerschrank. Zu sagen, und mein Name, Ischot, du Schmachthaken, habe ich nur geändert, weil wir damals ein Feature gemacht haben, finde ich ein sehr gelungener Konter. Irgendwie neige ich heute aber dazu, nur einzelne Punkte zu geben. Es ist wahrscheinlich wieder phasenabhängig, weil ich jeden Tag anders drauf bin. Ja, ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr meint, ich hätte bei irgendwelchen Zeilen hier zwei Punkte oder gar keinen Punkt oder drei Punkte oder 18 Punkte. Ja, könnt ihr mir das gerne mitteilen. Und ihr könnt auch gerne bei mir vorbeikommen, aber nur mitteilen. Das ist gut. Wie konntest du das all den Leuten sagen? Bist du behindert oder was, jetzt brauch ich wieder einen neuen Namen? Das ist gut, das ist gut. Mann, der will mich doch verarschen oder nicht. Recherchiert mein ganzes Leben und dann sagt er, dass ich kiff. Ich saß vorm PC und dachte mir nur zugedröhnt, was geht denn, Mann? Ich kiff nur, damit ich mir solche Hurensöhne geben kann. Deine... Zu flach, Digga. Ich kiff nur, damit ich mir solche Hurensöhne geben kann. Das ist zu flach einfach. Das ist zu flach. Will er mich verarschen oder nicht? Recherchiert mein ganzes Leben und dann sagt er, dass ich kiff. Ich dachte jetzt erst, dass Laska gar nicht kifft so. Aber er kifft ja, deswegen will er ihn ja nicht verarschen. Und wenn er so sagen will, er will mich verarschen, er recherchiert mein ganzes Leben und sagt nur, dass ich kiff, dann stimmt's ja auch nicht, weil er sagt ja deutlich mehr als nur, dass er kifft. Versteh ich jetzt nicht ganz. Verarschen oder nicht? Recherchiert mein ganzes Leben und dann sagt er, dass ich kiff. Ich saß vorm PC und dachte mir nur zugedröhnt, was geht denn, Mann? Ich kiff nur, damit ich mir solche Hurensöhne geben kann. Deine Kifferleins waren Standardscheiß. Deine Facebook-Bilder kommt an dich schon ganz allein. Statt mit Bräuten chillen, war ich mit meinen Freunden kiffen. Ihr entgegen malt euch lieber Bärte über eure Lippen. Ich war hat am Hasseln, war ich mit meinen Freunden kiffen. Jeder Gegen malt euch lieber Bärte über eure Lippen. Ich war hat am Hasseln, du entgegen mit den liebsten kuscheln, bis Sonja sagte, es wird Zeit für das Familienpuzzle. Du miese Schwuchte bist kein G- Wow, er hat mit seiner Mutter ein Puzzle gemacht. Das ist ja unfassbar peinlich, da sollte man auf jeden Fall eine Angriffsfläche draus machen, finde ich. Du schnippst ins Frauenkleid und hast nur Haare, wenn du dir wieder Perücken ausleist. Nicht wie dein Du bist kein G, du schnippst ins Frauenkleid und hast nur Haare, wenn du dir wieder Perücken ausleist. Nicht wie dein Vater Wolfgang Winning, der es richtig machte, der deine Mann verließ und danach andere Bitches knackte. Denn er meinte, deine Mutter dieses fette Schwein hat beim Sex nur einen massiven Felsgestein im Bett gegleicht. Echt mal heiß. Einen massiven Felsgestein im Bett gegleicht. Äh, ja, ist okay. Aber kein Punkt würdig, so aus meinem aktuellen Gefühl raus. Deine Mutter dieses fette Schwein hat beim Sex nur einen massiven Felsgestein im Bett gegleicht. Echt mal heiß. Wolfgang hat einen guten Geschmack. Ey, diese Bilder, das ist für mich, ich weiß nicht, das war halt damals voll drin, immer so Bilder zu... Guck mal, das ist wie dieses Puzzle-Bild mit seiner Mutter. Da ist einfach ein Puzzle-Bild, was er mit seiner Mutter macht und daraus wird dann einfach nur gesagt, du musst weg, denn Sonja wollte puzzeln. Und das wird so hingestellt, als wäre das so voll die Punchline halt so, ne? Natürlich, man kann sich drüber lustig machen, so vielleicht, das sind Mittel, zu denen man greift, wenn man irgendwie versucht, seinen Gegner ins Lächerliche zu ziehen, so, ne? Klar kann man sagen, er muss mit seiner Mutter puzzeln, so, aber das ist so, ich weiß nicht, geh mir doch nicht auf den Sack mit irgendwelchen Fotos, Digga. Fick ihn doch weg, aber zeig mir doch nicht Fotos und rap darüber, was auf den Fotos zu sehen ist, so. Das ist so, hä? Ich weiß nicht. Ja, das war echt mal nice. Wolfgang hat einen guten Geschmack, man kann nur hoffen, dass er nicht noch einen Hurensohn macht. Okay. Heute bleiben wir bei einem Punkt, der hat ja auch ich schon gewonnen, glaub ich, hier bei mir, oder? Ich weiß es nicht, das ist ja wieder eng, wie der Anus deiner Mutter. Und wieder ein Screenshot-Bild, so, ne? Aber das ist wenigstens ganz gut, da macht er wenigstens eine Zeit draus und erzählt mir nicht nur, was auf dem Bild ist. im nächsten Teil von Harry Potter, schweig Gio, Dobby, bei dem Bild hast du wohl kaum viel verändert. Im nächsten Teil von Harry Potter, schweig Gio, Dobbys Bruder und wird dann der nächste Robert De Niro. Jacky Stett Film Lines, ich bin raus, Bruder muss los. Dann hast du, was du wolltest, denn du bloß doch für ein bisschen Cash, würd dich hier verlieren, hieß es Spongeboss gegen Mr. Crab. Und weil du so ein Opfer bist, dass kein... Würde dich hier verlieren. Cash, würd dich hier verlieren, hieß es Spongeboss gegen Mr. Crab. Und weil du so ein Opfer bist, dass kein Geld für eine Nanny hat, nimmst du zum Dreh den Stall von deiner Tochter mit. Bei dem aus Sicherheitsgründen massiven Stahlgerüst. Bei dem aus Sicherheitsgründen massiven Stahlgerüst. Pass mal auf die Leinen, der ich hate die rechtsradikalisch nennen. Macht Sinn, weil ich sage, dass ich auch Zweckreime haben könnt. Meine Behinderung... Macht Sinn, weil ich auch sagen könnt, dass ich Zweck... Macht Sinn, weil ich auch Zweckreime haben könnt. Rechtsradikalisch nennen, macht Sinn, weil ich sage, dass ich auch Zweckreime haben könnt. Meine Behinderung ist geistig, nein. Er... Ich sage, dass ich auch Zweckreime haben könnt. Mein... Text zu lang für die Beschreibung Deine Behinderung ist geistig, nein Eher deine, wenn du nicht mal meine Zeilen peilst Iwi, 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 Iwi Wicker, 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 wicker Aber, 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 wick, wick, wick Abatula, 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 wick, wick, wick Abatula, 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 waa, waa, waa Iwi, 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 Iwi Abatula, fack, 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 fack Und ich schwör, dass ich ein Besenfresse, Mann Wenn du Spinner meine nächsten beiden Zeilen Ohne Fehler rappen kannst, meine Crew Ja, das ist lustig Aber Laska reibt mir zu oft mit Mann am Ende In seinen Runden, ey Das ist immer so ein Mann, das ist ein Besenfresse, Mann Wenn du zwei Sätze von mir ohne Fehler sprechen kannst Du rappt immer nur auf Weed und Coca-Lynx Wir machen Trap auf Drash, schickst du mir nen Video Beweis Wirst du siegen? Rappt immer nur auf Weed und Coca-Lynx Wir machen Trap auf Drash, schickst du mir nen Video Beweis Wirst du siegen? Du erscheinst hier mit so gammligen Fersen Da kannst du gleich versuchen Steine an nen Panzer zu werfen Weil du öfters als zu Hause bei den Arbeitsämtern sitzt Denkst Ja, selber noch gut Da kannst du gleich versuchen Steine an nen Panzer zu werfen Auch ganz lustig Sie klebt an jeder Banane wie ein Chiquita Sticker Das ist nice, Digga Da gebe ich auch ohne zu zögern zwei Punkte für Das ist nice Das sind diese kleinen Ich meine, ihr wisst ja wahrscheinlich Wenn ihr Bananen kauft Gibt es da diese kleinen blau-weißen Aufkleber Sind das, glaube ich Chiquita Sticker Nice, Digga Die war nice, Alter Die war nice, sag ich mal Die war wirklich nice, Digga Deine kleine Schwester Shishi hat Tripper Denn sie klebt an jeder Banane wie ein Chiquita Sticker Und wie erwartet fick ich alle in dem Part Außer deine Oma, denn sie wartet schon im Saat Warum, warum muss man sowas machen so Er hat ihn doch wirklich, er hat ihn doch gut gefickt Egal Komm, man hat jedes Mal diese Moral-Apostel-Scheiße, Janis Okay, Freunde Wir schauen mal Wir schauen mal Okay, man muss natürlich berücksichtigen Dass Lasker auf jeden Fall die längere Runde hat Und deswegen natürlich auch Was heißt natürlich, aber Die Wahrscheinlichkeit, dass er mehr Punkte hat, ziemlich hoch ist Wir fangen an mit Gio Du tust mir so, so leid Gio hat Punktos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 22, 24 24 Punkte Für Gio Lasker Hat Punktos Boah, alter, das ist ein bisschen mehr 2, 4, 6, 8, 10, 12 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 32, 34, 36, 37 Ihr wolltet es so Ihr Nein, nein, nein Ihr wolltet das so Jetzt pisst mir nicht an, Karin Nur weil ich es mach Hallo Für die Leute, die jetzt hier einen Cut entdeckt haben Ne Zwischen Den Battle Runden Und Jubuliens Ab an der Labüse Ihr fischt Im Trüben Hier war kein Cut Das merken die nicht Hör doch mal auf, mir die ganze Zeit dazwischen zu sprechen Die sind Sonst würden die mir doch gar nicht folgen Wir lassen uns Von Jubulien in seiner Abaner Labüse Komplett ne Brokkoli ans Ohr schwätzen, Freunde Aber komplett Ich weiß nicht genau, wie ich hiermit umgehe Ähm Ich weiß auch noch nicht genau, in welcher Geschwindigkeit ich mir das Ganze angucke, ne Fakt ist Ich gucke es mir an Normal komplett Die wollen das so Und ähm Es ist ein bisschen so außerhalb meines Kompetenzbereichs Und auch aus meinem Außerhalb meines ähm Fähigkeitenbereiches Ja, weil es ist für mich In der Tat unglaublich schwer Einfach nur zuzuhören Weil ich meine Natürlich werde ich jetzt hier auch immer mal Stop drücken, ne Und ähm Auch meinen Senf dazu abgeben So wie Wurstbudenbesitzer Aber im Grunde genommen Lass ich mir einfach Komplett ne Brokkoli ans Ohr schwätzen Danach hab ich Brokkoli Ohren Als wäre ich UFC Kämpfer Die einzige Frage, die sich mir stellt ist Haben sie dir ins Gehirn geschissen? Freunde, komm Also Chio hat von mir 24 Punkte bekommen Laska 37 Für mich war in der zweiten Runde Laska besser In der ersten Runde Gio Und wir Schabau und jetzt Was Chibulian Seine Abana Labüse Tabatsu Sabakt Me Friendos Los geht's Ich fang mal vorsichtig an Ich guck nur mal Ob es funktioniert Mit 1,25 Geschwindigkeit So, wir sind beim Finale Gio gegen Laska Ihr wollt also wissen Wer dieses Jahr JBB King ist Es ist ein sehr umfangreiches Finale geworden und dementsprechend Umfangreich ist auch diese Analyse Seit neuestem vergleichen wir ja Hinrunde mit Hinrunde Und Rückrunde mit Rückrunde Beziehungsweise hab ich das jetzt Einfach in Runde 1 Und Runde 2 Umgetauft Alter, das ist echt böse Ich mein, Julian Guck mal, der labert sowieso So ohne Punkt Und komm mal So einfach ein Satz An den anderen gereizt Und das jetzt In etwas schnellere Geschwindigkeit Also ich weiß nicht Ob ich diese Konzentration Aufbringen kann Das hier 53 Minuten Durchzuziehen Das sag ich euch aber mal Ganz ehrlich und unverschämt Und nicht durch Diplome Sondern Freischnauze In your face Also fangen wir an Mit Runde 1 Die Videos Laska hat ein sehr Spongeboss Nee, Digga, das geht nicht Ich muss es nochmal Ich muss da durch Ich muss da durch Ich muss da durch Wir haben die Qualifikation 1 Die Videos Laska hat ein sehr Spongeboss Inspiriertes Video Wir haben die Qualifikationslocation Die Skimasken-Typen Die Folterkammer Es wirkt alles Wie eine etwas schwächere Kopie Ich bin mit Okay, bis jetzt Die Folterkammer Und die Szene jetzt Das wirkt wirklich Wie eine Kopie, ne Aber davor Das vorm Auto-Rappen und so Warte mal ganz kurz Ich glaube, ob ich Wirklich hier aufnehme Das vorm Auto Und auch diese Skimasken Ne Diese Räubermaske Ey Ich komm mit Jeans Ich komm mit Skimaske, Schusswaffe Und Munition In einer In einer Ich komm mit Skimaske, Schusswaffe Und Munition In meiner Jeans, Jacken, Brusttasche Geh zu deinem Vater Und wenn ich den Abzug drücke Landet seine Baskenmütze In der nächsten Wasserfütze Ähm, okay Also er hat jetzt Vier Dinge aufgezählt Die ähm Darstellen sollen Dass sich Laska extrem An Spongebots Orientiert hat Ist auch Greift alles Für mich sind allerdings Nur zwei Dinge Wirklich ähnlich Die anderen sind Zu krass An den Haaren herbeigezogen Jeder Rapper Hat mal vorm Auto Gerappt Und jeder Rapper Hat mal ne Skimaske Aufgehabt Die Skimasken Typen Die Folterkammer Es wirkt alles Wie eine etwas Schwächere Kopie Ich bin mir nicht sicher Ob das eine Parodie Sein soll Oder was das zu bedeuten hat Er hat in der Rückrunde Zwar eine Danke Ausrede dafür Aber trotzdem Finde ich das Nicht ganz schlüssig Denn er sagt Dass es Gio Daran erinnern soll Was Spongebots Mit ihm gemacht hat Aber er nimmt Nur Sachen aus Runden Die gar nicht Gegen Gio gebracht wurden Somit gar nichts Damit zu tun haben Naja aber trotzdem Triggert das ein Gio Wenn er Das ist natürlich Ja okay Das Argument Was Julian hier bringt Ist natürlich auch irgendwie Kann man auch nachvollziehen Aber trotzdem Sind es ja Runden Von Spongebots Die Gio Einfach nur an Spongebots Erinnern sollen Und nicht an die Runden Gegen ihn selbst Von daher ist der Konter von Laska Gar nicht so schlecht gewesen Auch wenn es hier Natürlich auch irgendwie Nicht richtig greift Der Konter ist so ein bisschen So Hauptsache ich hab mal Dazu was gesagt So Verteidigung Aber zieht auch nicht Wirklich so Wenn er das alles Angeblich so krass Mit der Absicht macht Warum bringt er da Nicht einen Punchline damit Und sagt Ey ich erinnere dich An das was damals war Und warum beitet er Schon seit der Qualifikation Egal wie ich es drehe Und wende Ich habe keine Erklärung Die Laskers gebeitete Videoideen gut Oder Okay aber jetzt Je mehr Bilder da kommen Desto mehr fällt mir das Echt auch auf Das ist halt Ich meine das Also ich kann mir nicht Vorstellen Dass das nicht Absicht gewesen ist Oder dass er sich dachte Von wegen Oh das fällt keinem auf Oder so Niemals Alter Deswegen Ah ja Ist schon irgendwie merkwürdig Wie ich es drehe und wende Ich habe keine Erklärung Die Laskers gebeitete Videoideen gut Oder plausibel machen würden Aber nichtsdestotrotz Ist Laskers Video Qualitativ hochwertig produziert Gios Video ist ziemlich einfach gehalten Was den Drehaufwand angeht Ein paar beleuchtete Performanceaufnahmen Und viele viele Ausschnitte Von Lasker Es ist eigentlich etwas schwächer Was den technischen Aspekt angeht Aber das Video macht brutal Stimmung Ist atmosphärisch Gut umgesetzt Und ist passend Er nimmt einen kompletten Diesen Anti-Lasker-Film mit rein Ich finde das sehr gelungen Mir persönlich gefällt es Sogar besser als das von Lasker Weil der mich einfach Pausenlos an einen Möchtegern-Spongeboss erinnert Echt? Ist das so krass? Keine Ahnung Also so Okay mit den Video Mit den Video-Ausschnitten Jetzt kann man schon sagen Dass es extrem an Spongeboss erinnert So sogar Schon mehr als das Dass es wirklich auffällig Irgendwie die gleichen Szenarien Genommen ist Aber vom Rap-Style Finde ich null Erinnert mich Lasker Wirklich null an Spongeboss Ich weiß nicht Warum das so viele sagen Lasker hat mehr Aufwand betrieben Was Locations, Statisten Und Accessoires angeht Aber es wirkt alles Wie ein Plagiat Ich finde das Video Von Gio rein atmosphärisch Und vom Konzept her Einfach besser Lasker ist aber Aufwendiger produziert Ich gebe beiden Einen Videopunkt Es ist so geil Und es ist einfach Wirklich so Balsam für die Seele Wenn man sieht Wie Julian hier noch Analysiert hat Alter Wirklich so Griffig Auch wenn man nicht Immer mit seiner Meinung D'accord ist Er vertritt einfach Komplett seinen Standpunkt So Das ist schön alles erklärt Feier ich wirklich extrem Bei Flo ist das auch Eine kleine Zwickmühle Lasker ist viel musikalischer Flo ziemlich gut Und exakt Aber langweilig Gio float im Erzählmodus Eine fast siebenminütige Geschichte Und das ohne Dass es langweilig wird Äh Auch Das bin ich jetzt wieder so Ich muss wirklich aufpassen Dass ich nicht selber immer denke So dass ich mir So intuitiv Immer irgendwas anderes Aus dem Rippenleiher Nur um anderer Meinung Von Julian zu sein Äh Aber ich würde das Also Ich wüsste gar nicht Wie ich es beschreiben sollte So richtig Natürlich wüsste ich es Aber ich würde Wenn ich jetzt den Vergleich In Julian zieht es Lasker langweilig float Und Gio krass Ähm Würde ich Also Gio float schon krass Das sage ich immer Gio float so So Der float so So Wie ein Computerprogramm Habe ich ja schon aufgedeckt Der float so perfekt So fehlerfrei Aber ich finde nicht Dass er Sehr viel Flows variiert Variiert Ich finde wenn einer Mehr Flows variiert Dann eher Lasker Lasker klingt manchmal Etwas eintönig Und monoton Gios Runde ist dagegen Sehr abwechslungsreich Und das sogar ohne Hook Ich kann mir Gios Runde Persönlich besser geben Und es hätte mich Nicht mal gestört Wenn sie doppelt So lang gewesen wäre Laskers zweiter Part Hat 28 Zeilen Und da wird es wegen Seiner etwas monotoneren Art Zu rappen Schon leicht grenzwertig Lasker ist musikalischer Gio ist dafür Battle-Rappiger Und unterhaltsamer Ja das stimmt aber Also auf jeden Fall Lasker ist definitiv Musikalischer Aber Gio ist auf jeden Fall Battle-Ligger Oder wie er es gerade gesagt hat Ähm Ich finde allerdings nicht Dass Lasker irgendwann Monoton float So für mich hat Lasker Ein mega geiles Klangbild Was ich mir wirklich Auch über längere Zeit Gut geben kann Das ist halt Sau Er nimmt halt voll die Stelle Die auch wirklich geil gefloat ist Von Lasker Weil er hier den Rhyme vorzieht Ey du beitest deinen Text Und ich würde mich nicht mal wundern Wenn du gegen mich Eine Zeile von mir rappst Dieses Zeile von mir rappst Ist schön vorgezogen Nicht ans Ende Ähm Von der Zeile Sondern an einer anderen Stelle platziert Und das gibt halt Einen geilen Flow Deswegen Widerspricht sich das eigentlich Was Julian gerade sagt So Er sagt Lasker Rappt monoton und langweilig Float monoton und langweilig Nimmt dann aber Eine Stelle wo er eigentlich Gerade ziemlich geil float So Was vielleicht jetzt nicht Vom Klangbild her Sehr geil ist Aber von der Reimsetzung Und vom Flow her An sich Wenn du es wie ich In deinem Kopf so Geschrieben Bei mir ist es alles so Es ist halt wie so Wie so Wie so ein Taktgitter in meinem Kopf Ich merke es immer Wenn ich höre So Das ist halt automatisch So drin Und dann ist es Auf jeden Fall anspruchsvoll Und ich finde es auch Hier vom Klangbild Ziemlich gut Guter Gio ist dafür Better Rappiger Und unterhaltsamer Du beitest deinen Text Und ich würd mich nicht mal wundern Wenn du gegen mich Ne Zeile von mir rappt Alter keiner will dich Lauch in den Charts sehen Bevor ich dein Album kauf Kauf ich mir HG Gio zieht sich meine Vorrunde rein Und das war Felix der zweite Gartner Der dann dafür bekannt ist Aus den Wolken zu fallen Guck mal auch hier Hier ist wieder Das zweite Beispiel Was er von Lasker nimmt Ist wirklich auch eine Stelle Die ist jetzt nicht mega innovativ Und mega krass Von der Reimsetzung Oder so Aber sie ist etwas anders Es ist nicht die Normalo Reimsetzung Weil die Normalo Reimsetzung ist Dabba 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 4 Reim Dabba 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 4 Oder auf die 3 und oder 4 Der Reim so zu setzen Und dann halt so diese Flow So wie es Gio jetzt beispielsweise gemacht hat Das ist ein geiler Flow Das ist für jeden Hörer Der rundere Flow Aber es ist nicht der anspruchsvollere Flow Der anspruchsvollere Flow Ist wie Lasker im ersten Beispiel hier gemacht hat Dass er den zweiten Reim vorgezogen hat Zeile von mir rappt Und in dem Beispiel auch jetzt Kaufe ich mir Hagel Gio zieht sich meine Vorrunde rein Guck mal das Vorrunde rein Das ist auch vorgezogen Dabba 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 Er kommt auf die 1 mit Vorrunde rein Dabba 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 Vorrunde rein Und der Reim sitzt auf der 1 Vorrunde rein Und danach hat er Dabba 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 Das ist Entertainment Rhymtechnik Was Entertainment auch erklärt In dem Jiggy Will's Wissen mit mir Da erklärt er genau das Und das ist eigentlich Wie gesagt Ich will nicht sagen Dass es vom Klangbild der bessere Flow ist Aber wenn man von anspruchsvoll redet Dann ist das auf jeden Fall anspruchsvoller Allein von dem Skill Und deswegen finde ich Was Julian sagt Widerspricht sich so ein bisschen 10, bevor ich dein Album kauf, kauf ich mir HG, eine Vorrunde rein, vorrunde freien, und dann bist du, aus den Wolken zu fallen. Guck mal, und Airflow, das ist auch geil, es ist geil wie Giflo, ich will das überhaupt nicht kritisieren, ich will einfach nur, auch Julien nicht widersprechen, ich will einfach nur meinen Standpunkt sagen, du glaubst du bist, und du glaubst du bist der geilste, und ich rauch dich in der Pfeife, rund, schön die Reime da platziert, wo man sie, als Hörer erwartet, alles schön rund, perfekt, auch geil, aber es ist nicht anspruchsvoller. Auch hier gebe ich beiden den Punkt, Technik, hier wird es sehr viel leichter, beide liefern hier nicht den technischen Überschnitt, aber Gio hat unfassbar viele Zahlen und hält den Techniklevel trotzdem durchgehend auf einem etwas höheren Level als Lasker. Er schafft es zwar nicht ganz ausschließlich Qualitätsbars zu kicken, aber er hat es sich mit seiner riesigen Menge auch selber extrem schwer gemacht. Außerdem ist seine Runde inhaltlich sehr stark, beziehungsweise stärker als Laskers, was auch noch zusätzlich schwer ist, Gios Reimstruktur wirkt einfach sehr viel runder und ungezweckter als die von Lasker. Das stimmt, sie wirkt auch sehr viel runder, das ist richtig, komplett richtig so, aber das liegt daran, dass Lasker halt, wie ich es gerade in den Beispielen, die mir Julian wie auf dem Silbertablett serviert hat, zeigen konnte, dass Lasker von der Struktur vielleicht sogar anspruchsvoller ist als Gio. Ich nehme an, ihr habt jetzt verstanden, was ich meine, ich drifte jetzt schon wieder in meinen Rechtfertigungstrang ab, Alter, das ich euch noch 19 Mal erklären muss. Weil ihr dumm seid, auf den Kopf geknallt, dreimal hochgeworfen, zweimal aufgefangen, vom Wickeltisch geknallt seid. Einfach sehr viel runder und ungezweckter als die von Lasker. Punchlines, Lasker hat einen ziemlich starken Einstieg, in dem er erzählt, was Gio für eine Ratte ist, wie Gio alles geplant hat und seinen eigenen Freund Cassius Clay verraten hat. Das sind ziemlich gute Fronts. Herzlichen Glückwunsch, wieder hast du's ins Finale reingeschafft, du Snitch. Alles klar, Digga, dann labern wir mal... Tacheles! Ja, denn Gio, das Bizarre an der Sache ist, dass du hinter der Fassade eine Ratte bist. Bis jetzt hat es keiner deiner Fanbase gepeilt, denn das Ganze war geplant bis ins letzte Detail. Gio macht in seinen Texten oft korrekt, aber nein, denn für Fame stellt er seinem Freund Cassius Clay. Dann wird's aber etwas unauthentisch. Lyrisch bleibt es ziemlich gut, aber der Facebook-Verlauf hebelt leider seine eigene Punchline wieder aus. Er sagt, was würdest du sonst noch für die Klicks tun und warum riefst du Tim nach dem Viertelfinale an und meint es sorry für den Bitch-Move? Diese Aussage hätte ich im Rahmen der Runde noch für glaubhaft gehalten, aber der Beweis, der dann angeführt wird, macht es wieder etwas unglaubwürdig. Denn in dem Verlauf sagt Cassius Clay, ich hab am Tag vor der Analyse eine 5-Minuten-WhatsApp-Voicemail von ihm bekommen, wo er sich 14 Mal entschuldigt hat. Gäbe es diese Voicemail wirklich, dann hätte er sie Lasker geschickt und er hätte sie wiederum reingeschnitten. So ist es einfach nur... Stimmt. Womöglich hätte er das gemacht. Weiß man aber nicht, aber womöglich hätte er das gemacht. ...ein lächerliches Rumgeheule von Gios letztem komplett zerstörten Opfer. So ist es einfach nur ein lächerliches Rumgeheule von Gios letztem komplett zerstörten Opfer. Das ist der... Ja nochmal Cassius Clay als schlechten Verlierer. Warum nicht was Plausibles, nicht nachprüfbares ausdenken? Er hätte schreiben sollen, dass Gio ihn am Telefon vollgelabert hat. Und schon gäbe es keine Aufzeichnung. Stimmt. Wo ist die... Stimmt. ...die Rede von einer Aufzeichnung, die einfach nicht existiert. Oder zumindest nicht in dieser Form existiert, in der es hier behauptet wird. Denn sonst hätten sie einen Ausschnitt reingetan. Ich verstehe einfach nicht, wie man sich immer so dämlich beim Lügen erwischen lassen kann. Ja, aber das ist ja kein Beweis. Ich meine, ich finde den Gedankengang, den Julian hat, sehr intelligent und womöglich ist es auch so. Aber es ist ja kein Beweis dafür, dass die Voicemail wirklich nicht existiert. Es könnte ja auch sein, dass sich Lasker gedacht hat, ey, es reicht, wenn ich hier den Screenshot einblende. Also, weiß ich nicht. Voicemail passt nicht rein, weil nicht die richtige Stelle im Text vorhanden. Oder stört die Ästhetik von meiner Runde. Oder, oder, oder. Wie gesagt, es ist meiner Meinung nach kein Beweis. Er sagt, Lasker wurde beim Lügen ertappt, aber das ist ja de facto nicht so. Wie gesagt, nichts dagegen, wenn sich die abenteuerlichsten Geschichten ausgedacht werden, aber dann noch bitte plausibel und am besten nicht nachprüfbar präsentieren. Was danach kommt, finde ich wieder richtig gut. Vor allem das mit dem Spiegel ist meiner Meinung nach die beste Zeile der gesamten Runde. Du konntest dich entscheiden zwischen Geld oder Freundschaft. Tu nicht so, als wenn du es am Ende bereut hast. Du Pussy, bringst du die Petrax. Aus gutem Grund, denn die Verräter Lines treffen, nur wenn du sie in den Spiegel rappst. Der Rest vom Part ist ganz okay. Das, was die Verse sagt, ist zwar viel plausibler als das von Cassius Clay und außerdem nicht nach. Ja, ja, wir hatten privat ein bisschen Kontakt, hatten auch am Donnerstag telefoniert und er meinte schon, bitte nicht übel nehmen, alles nur Bettel etc. Dachte schon, klar, Alter, alles cool. Hinterher begründete er es damit, dass er mich mit meinen eigenen Waffen schlagen wollte und alles andere nicht gepanscht hätte. Naja. Nachprüfbar, weil hier nicht von einer Aufzeichnung gesprochen wird, aber von einer Entschuldigung ist in dem Text gar nicht die Rede. Das hat Lasker dann wohl wieder mal dazu gedichtet. Stell deine Freunde als Verräter da, doch was bist du, wenn du verrätst, dass jeder deiner Freunde ein Verräter war. Ziemlich gut finde ich die Idee, die Überlein von Gio nochmal gegen ihn zu verwenden, auch wenn die Umsetzung leider ziemlich schlecht ist. Diese Line hätte man sehr viel wirkungsvoller umdrehen können, aber man könnte sagen, der Wille zählt. Ich verliere lieber, als mich ständig zu bütten. Du nennst mich hässlich, doch bist du... Menschlich ein Krüppel! Ich war übel zum Perth und deshalb bang ich dich mit Figur. Du siehst aus wie ein Krüppel und bist menschlich ne Missgeburt. Die Huck ist las... Fand ich jetzt gar nicht so hart. ...typisch wieder ziemlich eingängig und musikalisch, aber im zweiten Part geht's weiter mit etwas komischen Sachen. Ich wusste teilweise einfach überhaupt nicht, von wem er redet. Ich weiß nicht, wer Tim Tonic ist oder My Own Music. Einige werden jetzt sagen, dass ich das... Ja, wer ist denn das? Hä? Sind bestimmt irgendwelche VBT-Rapper. Googlen muss, aber wenn der Angreifer es nicht schafft, solche Anschuldigungen so zu erklären, dass man das ohne Hintergrundwissen sofort begreift, dann ist das ein schlechter Diss. Ich will nichts googeln müssen, um eine Punchline zu kapieren. Und wenn die Sachen unbekannter sind als das JBB, dann ist die Push-Geschichte sowieso unauthentisch, weil es hier den größten Push gibt. Ey, du hast zu deinen Gegnern gesagt, sie haben einen Knebelvertrag bei Mediakraft, doch selber hast du Pläne gemacht. Denn er wusste, wenn er Tim Tonic jeden Monat in Puffi gibt, pusht er ihn und sorgt dafür, dass jeder Gios Mucke sieht. Und das war der Grund für ihn, weshalb er dann bei My Own Music unterschrieb. Trotzdem heißt es Arbeitsamt Nummer 10 und... Das war der Grund für ihn, weshalb er dann bei My Own Music unterschrieb. Trotzdem heißt es Arbeitsamt Nummer 10. Auch ganz geil eigentlich so. Ich meine jetzt nicht vom Klangbild wieder mal, aber so wie er das unterschrieb setzt, ist das eigentlich ganz gut. Das war der Grund für ihn, weshalb er dann bei My Own Music unterschrieb. Trotzdem heißt es Arbeitsamt Nummer 10 und so sah man ihn schreibend in seinem Kinderzimmer hängen. Mit der Hoffnung, er bleibt weiterhin im Internet präsent. Sowas direkt am Anfang eines Parts irritiert mich komplett in einem Diss. Das wirkt wie Name-Dropping mit No-Names und ist damit Wack-Shit. Dann geht es weiter mit Byte-Vorwürfen, ein sehr dünnes Eis, auf das sich Lasker hier begibt, weil... Oh ja. Ich meine damals muss... Ich will nicht sagen, wusste man. Weil es ist ja auch nur, weil Timedic das sagt und auch sehr detailliert und beweislastig widerlegt, ist es trotzdem... Naja, ich will nicht sagen, man weiß es nicht, aber ich bin halt immer so ein Freund davon, das sage ich auch jedes Mal, sich beide Seiten der Medaille anzuschauen und beide Meinungen anzuhören und sich dann ein Urteil zu schließen. Aber trotzdem ist es jetzt so im Nachhinein natürlich sehr, sehr dünnes Eis, was Lasker da betritt, wenn er anderen Byte vorwirft. Weil sein gesamtes Video, wie gesagt, sehr Spongeboss inspiriert ist. Das ist auch noch dazu. Das ist natürlich auch noch dazu. Julian drückt das hier sehr vornehm aus, wenn er sagt inspiriert, aber es ist natürlich schon... Es ist eine Kopie halt so. Eis, auf das sich Lasker hier begibt, weil sein gesamtes Video, wie gesagt, sehr Spongeboss inspiriert ist. So fällt ihm nichts mehr ein, glaubt er anderen Rappern halt die Ferse. Rapp gibt die Verse, Rapper, die spielt besser rappen als die Werse. Die kennen wir doch vorher und sagt, wie dreist ist das bitte, von deinem eigenen Gegner etwas byten zu müssen, denn die letzte Zeile deiner Hook ist mir auch bekannt. Hält jemand neben vor die Lippe und du frisst ihn aus der Hand. Digger, du bytest deinen Text und ich würd mich nicht mal wundern, wenn er gegen mich ne Zeile von mir rappt. Grundsätzlich etwas, was man durchaus bringen kann, aber Lasker macht viel zu sehr aufs Bonji, um irgendwem Gebyte vorzuwerfen. Ach so. Danach wird seine Mischung aus lustig... Aber er macht doch nur im Video viel zu sehr aufs Bonji und das ist... Also ich glaube nicht, dass Lasker so dumm ist, auch wenn Gio denkt, er ist a little bit dumm. Ich glaube nicht, dass er so dumm ist, dass er wirklich denkt, das merkt niemand. Das ist doch so auffällig halt. Viel zu sehr aufs Bonji, um irgendwem Gebyte vorzuwerfen. Danach wird seine Mischung aus lustig, übertrieben und unterhaltsam. Er soll mal da was zu den Byte-Vorwürfen sagen von Lasker jetzt, weil was ist denn das? Ich meine, er beweist hier quasi, dass Gio zwei Zeilen nimmt. Es gibt diverse Rapper, die viel besser rappen als diverse oder irgendwie sowas. Und dann noch die Zeile, ich schalte dir mein Leben vor die Schnauze und so frisst mir aus der Hand die Zeile so. Ich meine, die hat ja Gio wirklich getroppt. Was sagt Julian dazu? Würde mich jetzt echt mal gerade interessieren. Also ich, so wie ich Gio einschätzen würde, würde ich sagen, das ist wirklich wieder ein Zufall der Doppelschöpfung. So, ganz im Ernst so. Oder es ist wie so eine Hommage an denjenigen, an den, an denjenigen, der die Zeile zuerst gekickt hat. Irgendwie schrottig, aber danach geht es dann um Gios Perle und seine Tochter, die er selber fickt, bis sie dann wegen Mangelernährung drauf geht und Gio keinen Bock hat, die Leiche zu ficken. Gio zieht sich meine Vorrunde rein. Und es ist nur Felix, der zweite Gartner, der dann dafür bekannt ist, aus den Wolken zu fallen. Deine Perle hat wohl mehr als Massimodo gekischt. Oder weshalb hat sie mit so einem Quasimodo gefickt. Vorher machte Gio noch in das Konto meinen Schnitt. Mit dem Gedanken, dass Kinder gerne im Schmuck. Ja, dass Julian sowas gefällt, ist natürlich klar. Hat auch Entertainment-Faktor, kann man ja nicht leugnen. Aber trotzdem von der Moral dahinter, finde ich es einfach komplett egelhaft. ob Gios Runde gegen Cassius Clay nimmt. Und wie erwartet hab ich Kasa in der Hook? Waren in diesen Bärle fühlst du dich gerade wie ein Puff? Gerade wie ein Puff! Wie erwartet wirklich Kasa an der Hook? Und nicht seine Mom, denn sie ist gerade noch ein Puff. Die Runde von Lasker hat auf jeden Fall eine ziemlich gute Mischung aus Humor und Pseudo-Real-Talk, auch wenn sie ein bisschen zu viel Gejammer von Gios... Naja, Pseudo-Real-Talk ist es ja nicht, finde ich. Pseudo-Real-Talk wäre ja wirklich so, als würde er sich jetzt alles an den Haaren herbeiziehen. Es ist viel Pseudo, aber so Dinge wie mit den 2-Byte-Vorwürfen jetzt zum Beispiel, mit den Textstellen, das ist ja nicht Pseudo, das ist ja real, Digga. ...opfern beinhaltet. Da spricht nur noch mehr für Gio und seine... Sag mal, hat er irgendwas gegen Cassius Clay, äh, ähm, Julian? Könnt ihr... Gab's da noch irgendwas? Weil ich finde, er teilt hier ganz schön gegen Cassius aus, auch wenn es natürlich in gewohnt der Julian-Manier ist, aber es fühlt sich gerade für mich so an, als gibt's da noch den ein oder anderen Seitenhieb im Nachhinein. In dieser Runde gibt es insgesamt nichts, was jetzt in irgendeiner Form überwältigend heftig gepanscht hat. Unterhaltsam ist die Runde auf jeden Fall gewesen, hin und wieder lustig und auch mal ein Schlag unter die Gürtellinie. Aber ich hab einfach so richtige Überlines vermisst. Man denkt keinen Moment, dass eine richtige Zerstörung vorliegt, weder atmosphärisch noch inhaltlich. Das stimmt. Ihr habt sicherlich gemerkt, dass ich fast keine einzelnen Lines rausgesucht habe, weil die Passagen immer nur als Ganzes irgendwo punchen, aber kaum prägnante Einzellines vorhanden sind. Direkt gerade überlegt, ob er da gerade gereinert hat. Irgendwelche dann sind die... Irgendwo punchen. Ich fast keine einzelnen Lines rausgesucht habe, weil die Passagen immer nur als Ganzes irgendwo punchen. Immer nur als Ganzes irgendwo punchen. Hätte dabei irgendwo punchen noch eine Silbe rein. Irgendwo am punchen. Immer nur als Ganzes. Weil seine... Weil seine Sätze immer nur als Ganzes irgendwo dann punchen. Hätte er noch eine Silbe in den zweiten Satz rein, da hätte er hier wirklich gut gereimt, Julian. So, das fällt mir aus. Fast keine einzelnen Lines rausgesucht habe, weil die Passagen immer nur als Ganzes irgendwo punchen, aber kaum prägnante Einzellines vorhanden sind. Laska... Wenn er das vorhanden sind. Immer nur am Ganzes irgendwo am punchen. Da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da vorhanden. Er hat da voll die Line draus machen können. Egal, jetzt, komm. Ruhe jetzt, komm. Ruhe, Ruhe. Ruhiger Stream heute, ruhiger... Ruhe, Ruhe. Immer nur als Ganzes irgendwo punchen, aber kaum prägnante Einzellines vorhanden sind. Laska ist sehr konstant. Es gibt fast keine Highlights und auch nichts sonderlich Schlechtes. Das läuft alles so durch, ohne viele nennenswerte Ereignisse, was auch viel auf den etwas monotonen Flow zurückzuführen ist. Keine nennenswerte Ereignisse, so wie deine Geburt. Seine Musikalität steht seiner Punchline-Delivery etwas im Weg. Kommen wir zu Gios Runde und die... Gio, erste Runde auf jeden Fall besser. ...ist gigantisch. Es sind 144 Bars, die er dagegen, Laska, gebracht hat. Und es sind viele, viele gute Punchlines dabei. Es würde schneller gehen, wenn ich euch sagen würde, welche Zahlen nicht gut sind, dann... Wie ging denn eigentlich meine Bewertung aus? Hier, hat der Chris, mein Dokumentenbruder, das eingetragen? Ja, Mann. Hinrunde, 29 zu 10 für Gio. Sehr, sehr eindeutig. Sehr, sehr, sehr eindeutig. ...statt alle Guten aufzuzählen, aber wir machen es... ...bei es würde schneller gehen, wenn ich euch sagen würde, welche Zahlen nicht gut sind, anstatt alle Guten aufzuzählen. Aber wir machen es natürlich ordentlich und ausführlich. Wir sind schließlich im Finale. Das war der... Das ist der... Ja, ja, das ist der Julian. Das ist der. Ja, genau. Der, der sechs Monate einfach sein Turnier schleifen lässt. Wie ein Tischler-Lehrling. Ja, das ist der. ...der hier behauptet, dass Gio nur Quantität statt Qualität gebracht hat, redet richtigen Blödsinn. Natürlich kann man unmöglich 144 Überbars kicken, aber die Qualität liegt durchgehend sehr weit oben. Also fangen wir an. Der Anfang ist eine Art Einleitung. Da passiert Punchline-technisch nicht sonderlich viel, weil er erstmal seine Gatling-Gun aufbaut, bevor er losschießt. Sehr atmosphärisches Zusammenspiel aus Beat, ohne Drums und bedeutungsschwangeren Aussagen. Schönes Bild, was er mir in den Kopf hat. Er baut erst seine Gatling-Gun auf, bevor er losschießt. Ziemlich geil. Zuerst erzählt er, was er mit seinen vorherigen Opfern gemacht hat und was er von Lasker hält. Ich hab mit privaten Details seine Rivalen verfleischt. Und mir war klar, dass ich damit das Finale erreicht war. Das war nur ne Frage der Zeit. Doch zu dir fällt mir kein Wort ein, dass diesen Hass, den ich in mir trage, beschreibt. Ja, okay, jetzt merke ich auch wieder, dass Gio wirklich auch seine Reime... Das ist schon... Also Gio, immer wenn ich ihn höre, denke ich mir wirklich so von der... Von der Stimme und seiner Betonung ist er nicht so mein Fall. Sag ich ehrlich. Ich mag auch seine Aussprache jetzt nicht unbedingt so. Dass ich sage, wow, krass. Aber von... Allein die Art, wie er rappt, so, ne? Also die Flows. Ähm... Ist das schon echt ein ganz, ganz hohes Level, Digga. Frage der Zeit. Doch zu dir fällt mir kein Wort ein, dass diesen Hass, den ich in mir trage, beschreibt... Frage beschreibt. Direkt von Hass zu sprechen ist etwas überdramatisch, aber jedem das Seine. Danach geht es weiter mit Kritik an Laskars Art zu betteln und der Art, wie Laskar vorher gebettelt wurde. Denn Gio hält es nicht für nötig, über Laskars Familie zu sprechen, wie Laskar es gegen Eighty getan hat. Er will nicht so abheben, wie er es wohl bei Laskar vermutet. Und er will nicht oberflächlich auf Fett und Hässlichkeit gehen, wie Entertainment. Ja, ich sehe Entertainment und muss immer... Also es freut mich irgendwie immer, wenn ich hier sehe. Ich weiß nicht. Er ist auch irgendwie was ganz Besonderes, Alter. Ich bin niemand, der über dein Wohnfeld mitspricht. Ich bin ein Mann, der trotz des ganzen Fans... ...oberflächlich ist. Also denk mal nicht, dass ich dich jetzt oberflächlich tisch. Nein, ich werde nicht sagen, dass du fett oder hässlich bist. Sehr ambitioniertes Unterfangen und sehr geile Stimmung, die der Gio hier rüberbringt. Es wurde so viel über Laskars Äußeres gebracht, dass Gio hier direkt am Anfang einen erfrischend anderen Ansatz gewählt hat. Er will uns mehr über Laskar und seinen Werdegang erzählen und damit fängt er im Anschluss auch direkt an, nämlich mit recherchierten Details über Laskars vorherigen Namen. Denn die Leute sollten mehr erfahren Über dich und deinen Werdegang Hört euch einfach diese Verse an Als ich damals noch Beatbox gemacht hab Und du dich statt Laskar noch... E-Shot genannt hast Da warst du noch ziemlich unbekannt Selbst in deinem Bundesland Hört an sich doch keiner deine Mucke an Danach fängt er ein bisschen an, Laskars selbst geschaffene Angriffsfläche mit dem Kiffen einzuleiten Und nach dieser Aus... Ey Kuchen, wenn du das siehst, ne? Herr Kuchen Mark Mir fällt grad auf, dass Laskar erschreckende Ähnlichkeiten mit Mo hat, Alter Jetzt mal Real Talk, Alter Sag's aber nicht Mo Ausführlichen, Stimmung erzeugenden Einleitung Nähern wir uns dann auch der allerersten richtigen Punchline, die extrem lustig ist Statt mit Bräuten chillen, warst du mit deinen Freunden kiffen Schon mit zwölf hast du das erste Mal zum Joint gegriffen Und es ist offensichtlich, dass durch die ganze Kifferei auch heute noch dein Kopf gefickt ist Denn du Hundeson erkennst nicht AT-Rates radikalisch zu nennen Ist das unintelligentisch Generell schafft Gio hier wunderbar den Drahtseilakt aus Atmosphäre Miesen Lines und übertrieben lustigen Punchlines Die Runde hat einfach alles, was man sich von einer guten Battle-Runde wünschen kann Vor allem fand ich noch nie, dass Gio der krasseste Hook-Künstler war Seine Stärken lagen immer schon in den Parts Und dass er hier einen langen Part gemacht hat Ist einfach die perfekte Demonstration seiner persönlichen Stärken Er ist echt so Aber gerade das Thema mit der Hook Das finde ich auch heute noch bei Gio echt so Dass er nicht so der Hook-King ist, sage ich dir ehrlich so Seine Hooks finde ich irgendwie immer so ein bisschen Fahrt Bisschen boring Nicht schlecht, aber so ein bisschen als fehlt da noch so Die Brise Er battelt schlau mit dem, was er am besten kann Natürlich würde Lasker einen guten Song machen Lasker ist mehr Musiker als Battle-Rapper Das wusste Gio genau Und er versucht gar nicht musikalisch zu konkurrieren Strategisch wunderbar ausgespielt Echt strategisch sehr sehr klug, Alter Genau Und er versucht gar nicht musikalisch zu konkurrieren Strategisch wunderbar ausgespielt Weiter geht's mit Laskers Anglizismen Was auch schon wieder hart lustig gemacht ist Und doch sonst sind deine Zeiten öfter sonderbar Who gives a fuck Ich never do homo Komma klar Ist ja niedlich Dass du dich riesig freust Über deine Englischkenntnisse Doch please speak Deutsch Danach reitet er noch ein bisschen Auf Laskers Schwächen In der deutschen Grammatik Und auf seiner allgemeinen Dummheit Wegen dem Angeln Im Gartenteich rum Was du für ein dummer Spaß hier bist Hab ich nach diesem Satz geblickt Ich hätt bedenken sollen Dass da nichts richtig und kramatisch ist Du bringst souveränen Schwachsinn Und Tops Das zieht dich aus dem Sumpf raus Für du die Tune Tunste DM Achtel Doch man fragt sich gleich Das ist auch ne geile Man fragt sich gleich Der jetzt kommt richtig gut Wie er den Reim setzt Man fragt sich gleich Und jetzt da Aber da Jetzt bringt er einen Binnenreim Ich weiß nicht mehr genau welchen Und am Ende sagt er Denn wer angelt denn im Gartenteich Und holt diesen fragt sich gleich Reim back Hab ich glaube ich In meiner ersten Anhalt Oder was heißt glaube ich Ganz bestimmt Habe ich diesen Reim Diese Line nicht unkommentiert gelassen Und nicht unanalysiert Doch man fragt sich gleich Was das für ein Unsinn ist Und wie dumm du bist Denn wer angelt schon im Gartenteich Was das für ein Unsinn ist Und wie dumm du bist Denn wer angelt denn im Gartenteich Gartenteich ist jetzt nicht unbedingt Ein Highlight der Runde Weil man das dann doch schon sehr Als nicht gerade ernst gemeint Identifizieren konnte Danach wird es aber wieder lustig Aber es ist doch trotzdem Gut das als Angriffsfläche zu nehmen Also ich finde das echt gut Man das dann doch schon sehr Als nicht gerade ernst gemeint Identifizieren konnte Danach wird es aber wieder lustig Wenn es darum geht Dass Lasker das Wort Vegetarier falsch ausspricht Doch kommen wir nochmal zu deinem Text Bevor ich abschweife Vegetarier 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 Das heißt Vegetarier Du Flachpfeife Muss ich jetzt ganz gut was sagen Hab ich auch vercheckt In der letzten Runde Weil ich dachte Dass Chiyo Quasi Eine Hommage An An Spongeboss macht Indem er das nimmt Aber Spongeboss Diss Chiyo Damit in der Finalrunde Weil die Finalrunde Äh äh Spongeboss Spongeboss gegen Chiyo Hat da ja noch gar nicht stattgefunden Das hat mich beim letzten Mal Ein bisschen durcheinander gebracht So wie meine Spielzeugautosammlung Danach wird es ultra lustig Erstmal sagt Chiyo Dass Lasker von der Hauptschule geflogen ist Und dann kommt eine Punchline Die ich jedes Mal wieder feiere Egal wie oft ich mir die Runde gebe Und danach kommt sogar noch eine gute In der er sagt Dass man Laskers Dummeid Schon an seinem Gesichtsausdruck erkennt Im Interview hast du Lausbube gelogen Was Ausbildung Du bist von der Hauptschule geflogen Damit du mich verstehst Formuliere ich das mal ein bisschen um I think you are a little bit dumm Und Das ist halt echt saugut so irgendwie Dafür musst du nicht mal so behindert reden Denn man kann dir deine Dummheit sogar vom Gesicht ablesen Aber die Man kann dir deine Dummheit vom Gesicht ablesen Finde ich jetzt Ich weiß nicht Diese ganzen Gesichtlines Finde ich irgendwie ein bisschen plump Seid denn sie sind wirklich so hard hitter Ich weiß nicht Es gibt geile Gesichtslines Wie wenn du zu Slaternibrahimowitsch sagst Ey Digga Deine Nase steht im Abseits Das ist lustig Aber So diese Man kann dir die Dummheit vom Gesicht ablesen Das ist so Hey du trägst ne Maske weil du hässlich bist Das ist so Weiß ich nicht Mit deinem Gesicht würde ich lachen Denn der Kreishege reinlaufen Das ist mir zu plump Nach diesen Überlines Kommt aber leider ne Ultra Schrottline In der Gio sagt Dass Lasker zu dumm ist Um sich anzuschnallen Das interessiert nun wirklich Niemanden Und spricht nicht gerade für Dummheit Sondern höchstens für Möchtegern Coolness Oder sowas Das stimmt Die Anschallline fand ich auch mega scheiße Also net mega scheiße Aber auch komplett Irgendwie Plump Blöd So das waren die ersten 40 Lines Und ich muss sagen Das fast alles echt gut ist Okay das mit dem Gartenteich Und dem Anschall Musste jetzt nicht unbedingt sein Aber ansonsten Hut ab Ich denke wir sind jetzt ungefähr Bei einem Unentschieden Was Punchlines angeht Der Anfang ist halt mehr Einleitung Und danach geht's erst langsam los Aber da waren schon echt Ein paar geile Dinger bei Das geht langsam los Wie deine Mutter im Rollator Kid Danach geht es sehr unterhaltsam Weiter über Es geht sehr unterhaltsam Weiter wie deine Mutter In Spitzhacke und Highheel Kid Das dumm Hi Gio verpackt das wirklich Sehr geil und macht sich Verpackt das sehr geil Wie deine Mutter Mein Geburtstagsgeschenk Zum 16 Kid Wunderbar über Lasker lustig Auch den Vater von Lasker Baut er noch mit rein Er baut den Vater von Lasker Noch mit rein Als würde ein Tischler Gerade einen Wandschrank Aufbauen und noch Holz brauchen Kid Jetzt reicht's aber Das mit dem Vater Das war auch gut Wobei ich auch da Ich bin gespannt Wie Julian das jetzt Definiert Das Gewicht der Lines Ich fand das auch gut So diese Diese Angriffsfläche zu schaffen Von wegen Dein Vater arbeitet mit Holz So ne Mit Holz hast du direkt So mit dem Satz Schaffst du dir ein Ein Arsenal an Punchlines Den du nehmen kannst Holz Digga Da kannst du so viel machen So ne Und ich finde Er sagt da jetzt Er hat ein Brett vorm Kopf Und Irgendwie Ein Holzkopf geschaffen Oder so Ich weiß nicht genau Das Holzkopf geschaffen Ist eigentlich Prinzipiell echt Ist eigentlich gut Ich weiß auch nicht Aber ich glaube Mich zu ändern Dass da jetzt so Ein zwei Zeilen kommen Die wirklich so Ein bisschen so primitiv sind So das sind so mit Die ersten Zeilen Und Punchlines Die dir einfallen Wenn du Holz Als Angriffsfläche hast So direkt so Was ist Holz Ah ja das Lustig ist mir Jetzt grad nicht ein Fall Ist auch wieder ein Widerspruch Ja ihr habt recht Applaus Hier den Kriegt ihr von mir Ist echt peinlich Wie du Lutscher Dich freust Zum Beispiel Auf dem Foto Guck mal ein Joint Du bist echt ein Idiot Zensierst dich selber Damit man nicht Dich erkennt Du lädst es dann Auf deiner Seite hoch Mit deinem Zeug Hast du gar keinen Erfolg Anders als dein Vater Der arbeitet mit Holz Ja ja Okay ein bisschen Familie Hat sich wohl doch Reingeschlichen Aber nichts dramatisches Die nächsten Lines Waren mir dann auch Viel zu ausgelutscht Um mich zu entertainen Ah stimmt Das ist auf die Bretter Schicken Die nächsten Lines Waren mir dann auch Viel zu ausgelutscht Um mich zu entertainen Dieses auf die Bretter Schicken Und Brett vom Kopf Ist krass Standard Ja man danke Geil Komplett die gleiche Meinung Hab ich da Komplett Wäre jedem Lappen Eingefallen Komplett geil Wie er es sagt Unterstütz Äh Unterschreibe ich so Ey Kuchen Das ist der Mo Alter Jetzt sag doch mal Wirklich Der sieht aus wie der Mo Ich mach dir mal kurz Sorry Ja, das ist ja, das finde ich scheiße. Das ist auch mega plump und wäre jedem Bastard eingefallen, so eine Zeile. Du bist nur im Finale, weil jeder andere verkackt hat. Ja, 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 ja. Das finde ich wack, aber das davor, dass ich dich sogar noch überschätze, wenn ich dich unterschätze, ist... Das ist zu viel, wenn ich dich unterschätze. Das ist sogar richtig gut, aber die danach ist komplett Bullshit. Und dass Lasker nur im Finale ist, weil seine Gegner so hart verkackt haben. Das Letzte ist eine Sache, die tatsächlich sehr wahrheitsinspiriert ist. Alle Gegner von Lasker haben in ihren Runden gegen Lasker einfach nicht ihre beste Leistung gebracht. Alles, was vor Lasker von den Leuten gemacht wurde, war um Klassen besser als das, was gegen Lasker gemacht wurde. Das wisst ihr, das weiß ich, das weiß... Ja, okay, vielleicht ist es halt dann wirklich so. Ich meine, prinzipiell ist es ja wirklich so eine Punchline oder eine Angriffslöche oder ein Front, den man schon so oft gehört hat. Dass der eine zum anderen sagt, ey, deine Gegner waren einfach scheiße, deswegen bist du hier. Dass es jetzt bei Lasker halt wirklich irgendwie so der Fall ist. Ich meine, 80 hat eine mega starke erste Runde abgeliefert und eine mega schlechte zweite. War das nicht so? Irgendwie so, ja. ...war um Klassen besser als das, was gegen Lasker gemacht wurde. Das wisst ihr, das weiß ich, das weiß wahrscheinlich auch Lasker. Deswegen trifft diese Punchline komplett ins Schwarze, wenn ihr mich fragt, und ist absolut authentischer Real Talk. In diesem Battle wirst du blödi angefickt. Selbst wenn ich dich unterschätze, mach ich dich größer als du bist. Warum du so weit kamst, kann ich dir mit einem Satz sagen. Du bist so im Finale, weil die anderen verkackt haben. Danach wird es wieder ein bisschen lustig. Besonders das erste mit dem Schulabschluss habe ich gefeiert. Das zweite ist eher mittelmäßig. Ich fand es gut, dass Gio nicht sagen wollte, dass Lasker fett oder hässlich ist. Okay, er zeigt es mit dem Bild und umschreibt es, aber im Prinzip will er hier sagen, dass Lasker hässlich ist. Das ist nicht ganz konsequent an dieser Stelle, außerdem... Inkonsequent! Das ist Gio, also wer im Glashaus sitzt... Gegen AT hat das zu einen guten Spruch... Das ist Gio, also wer im Glashaus sitzt... Äh, ich weiß auch nicht, Gio... Also, ich meine, ich kann das jetzt eh nicht so beurteilen, oder ich kann eh nicht so andere Männer beurteilen, ne, aber... Also, ich weiß ja nicht, ich kann... Gio ist... Ich kann nicht sagen, dass irgendjemand hier ein schöner... Obwohl, doch, manchmal kann ich sagen... Manchmal, aber meine Freundin widerspricht mir da immer so... Manchmal gucken wir einen Film und ich denke so, boah, der Typ ist echt attraktiv... Und dann frage ich sie so... Und die sagt, nein... Es gibt so... Stimmt schon, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass Gio so hässlich ist... Also, ich weiß, Gio ist wirklich... Ist keiner, bei dem ich sagen würde, Schatz, der sieht gut aus, oder? Aber... Das ist auf jeden Fall jetzt nicht so... Und ich sage, boah, der ist halt bösehässlich, so... Die Augen sind ein bisschen weit auseinander... So, die Länge, die Gio hat... In der die Augen auseinander gehen, habe ich, wo die Augen zusammen gehen... Da könnte man uns eigentlich in der Mitte treffen... Zum Schnitzel essen und Pizza fressen... Und Chicken Magas... Das steht im Duden, das Wort... Guck nach, guck nach... Gegen 80 hattest du einen guten Spruch... Du empfiehlst einen Logopäden und ich dir einen Schulabschluss... Mit der Harry Potter-Line hast du vollkommen versagt... Denn die puncht dich, wenn dir das ein Voldemort sagt... Aber ich verzeihe ihm ein wirklich kleiner Ausrutscher... Im Anbetracht dieser überragenden Mammutrunde... Danach wird es wieder sehr lustig... In Verbindung mit unserem alten Kumpel Moneyboy... Dem besten Rapper des Universums... Bei Diverse war es noch der Moneyboy-Effekt... Du dagegen hast sogar mit Moneyboy ein Track... Geht euch lieber mal um eure Mucke kümmern... Macht ne Crew auf... Und denkt euch... Dumm und dümmer... Wieder krass gefeiert den Shit... Gio bringt hier echt ein Ding nach dem anderen... Danach kommt ein bisschen Standard-Shit... Also nichts Herausragendes... Aber auch nichts Whackes... Sondern einfach solide Lückenfüller über Famegeilheit... Und ein lasches Wortspiel mit Asche und Geld... Aber danach gibt es wieder eine richtig lustige... Selbstironische Punchline als Rettung... Ihr passt gut zusammen, weil ihr beide dämlich seid... Hauptsache ein wenig Fame... Hauptsache ein wenig Hype... Du hättest gerne den R8... Doch dafür fehlt die Patte... Denn obwohl du viele Joints raus... Machst du wenig Asche... Alter, kein... Die Joints... Ich weiß nicht... Die Joints-Zeilen finde ich auch... Es gibt kaum noch gute Joints-Zeilen... Finde ich so... Das ist alles so... Du drehst dir krumme Dinge... Äh... Weiß ich nicht... Das ist so... Ich weiß nicht... Das ist für mich... Du machst wenig Asche... Das ist alles so... Ich... Es gibt so Dinge, die sind so ausgelutscht... Ey, sorry... Ich muss noch ein... Ich höre jetzt auf mit der Thematik... Aber mir fällt es gerade so auf... Ich muss noch ein Bild im Kuchen schicken... Das ist zu krass... Wir fehlt die Patte... Denn obwohl du viele Joints raus... Machst du wenig Asche... Alter, keiner will dich lauch in den Charts sehen... Bevor ich dein Album kauf... Kauf ich mir Haargel... Was war denn das für ein komischer Cut? Ein Album kauf, kauf ich mir Haargel... Yo, dass der Gio nicht gerade Haargel in Unmengen kauft, ist schon echt nicht schlecht... Aber traurig, dass Gio die Karre da für einen R8 hält... Hätte er doch wenigstens A8 oder sowas gesagt... Denn der R8 sieht wirklich ultra anders aus... Ich kenn mich bei Audi auch... I think you are a little bit dumm, Gio... Null aus, aber das muss man nun auch wirklich nicht, um diesen übertriebenen Ultra-Audi zu kennen... Den hätte sogar ich erkannt... Hab ich aber nicht... Ja, ist wieder ein Widerspruch... Sonst hätte ich da in der Hinrunde meine Analyse gemacht... Ja, Achtung, ihr kriegt einmal... Den da... Danach kommen wieder 4 Lines, etwas schwächere Lückenfülle... Aber am Ende auch wieder die Rettung... Mit einer sehr lustig rübergebrachten Punchline über Laskars Geisteszustand... Du kleiner dummer Junkie, glaubst du Mr. Geiste... Doch ich mach's wie du mit deinem Gras... Und aufrecht in der Pfeife... Also mach mal nicht auf Gangster... Denn das bleibt dein Traum, du drehst so krumme Dinger... Wenn du versuchst, dir einen Joint zu bauen... Das ist so wack... Nach diesem Battle bleibt die einzige Erinnerung... Wenn man an dich denkt, eine geistige Behinderung... Die Punchline-Dichte ist leicht gesunken... Aber in Relation ist sie immer noch ziemlich hoch... Und ich denke, man kann jetzt schon von einem 2 zu 1 für Gio in Sachen Punchlines sprechen... Er hat einfach das, was bei Laskar gefehlt hat... Und zwar diese richtig geilen Highlights, die man nicht mehr vergisst... Aber jetzt kommt leider... Das stimmt... Das stimmt wirklich... Jetzt, wo Julian das sagt, wird mir das auch klar... Die größte Schwäche seiner Runde... Eine Geschichte voller Ungereimtheiten... Er hat hier leider einen sehr unglaubwürdigen Pseudo-Real-Talk-Teil mit eingebaut... Den er sich lieber gespart hätte... Und zwar geht es darum, dass Laskar angeblich wegen Geldschulden seinen Namen geändert hat... Der Aufbau ist anfangs noch sehr gut gelungen... Sag, wissen deine Fans, warum du nicht mehr E-Shot heißt... Warum du dich mit neuen Namen vor dem Mikro zeigst... Warum du Laskar heißt von einen auf den anderen Tag... Obwohl doch E-Shot schon jahrelang dein Name war... Sehr guter Einstieg in dieses Thema... Und man sagt sich echt... Okay, dann erzähl mal, was hat denn der kleine Bengel so angestellt... Und dann kommt gar nichts... Der Aufbau erfolgt auch weiterhin ziemlich gut... Damit das Laskar keinen Job und keine Kohle hatte... Nein, das war mir klar, weil es dir peinlich ist... Wie geil ist Nein hier betont... Nein! Richtig geil! So was fällt mir halt auf... Damit das Laskar keinen Job und keine Kohle hatte... Nein, das war mir klar, weil es dir peinlich ist... Du machst deine Tracks auf hart... Doch bist eigentlich eine kleine Bitch... Doch jetzt beginnt dein... Das fand ich auch so wack, dieses... Du machst deine Tracks auf hart... Du machst deine Tracks auf hart... Aber bist eigentlich eine kleine Bitch... Was ist denn das für eine Beleidigung... Zu jemandem zu sagen, du bist eine kleine Bitch... Das ist so witzig... Das ist wirklich... Das sind wir wieder bei der Rubrik... Tracks, die ich mit 16 geschrieben... Äh, mit 13 geschrieben hab... Nee... Texte, die ich mit 9 geschrieben hab... Ist es schon fast... In Vergangenheit dich einzuholen... Du hattest damals einfach keinen Job und keine Kohle... Auch noch relativ legitim... Aber dann driftet er langsam in eine komische Richtung ab... Es geht darum, dass er kein Geld für sein Dope hatte... Und sich dann Geld leihen musste... Von zwielichtigen Gestalten... Die ihr Geld aber irgendwann zurückhaben wollten... Am Anfang hast du dir dein Dope noch von dem Geld gekauft... Dass dir deine Eltern gaben... Du dachtest, es fällt nicht auf... Doch mit der Zeit haben sie es dann bemerkt... Plötzlich fehlt dir das Geld... Und von deinem Dealer was zu klären... Du warst am Arsch... Du brauchst das Geld... Und hast dir was gepumpt... Von komischen Gestalten... Ich red von wirklich krassen Jungs... Doch damit hast du dich... Basta eigentlich du selbst gefinkt... Denn irgendwann... Wann wollten sie ihr Geld zurück? Das finde ich aber... Ich finde es vom Aufbau wirklich so... Das sage ich jetzt bewusst... Bevor es Julian sagt... Weil... Nicht, dass ich jetzt wieder eine andere Meinung als Julian habe... Ich finde... Ähm... Ich finde es eigentlich gut... Und... Naja, kreativ... Nicht unbedingt unbedingt... Ich finde den Gedanken gar kreativ... Dass er versucht, sich schnell bei einer Angriffsfläche zu schaffen... Warum Lasker seinen Namen geändert hat... So, ne? Den Grund, den er dann schafft... Der ist jetzt nicht unbedingt kreativ... Aber dafür, dass der Grund, den er es schaffen hat... Nicht kreativ ist... Verpackt das ganz geil... Könnt ihr mir folgen? Das ist eigentlich ganz... Und ich finde auch die Poate... Denn... Denn irgendwann wollten die ihr Geld zurück... Das ist irgendwie... Das ist schon... Gut... Gut dargestellt alles so... Moment hast du dich... Basta eigentlich du selbst gefinkt... Denn irgendwann wollten die ihr Geld zurück... Das hätte er ruhig alles sagen können... Aber das im Zusammenhang mit seinem Künstlernamen zu bringen... Zerstört die ganze Geschichte... Denn dann kommt der Twist of Doom... Der die ganze Geschichte aufliegen lässt... Und zwar, dass die nur wussten... Dass er E-Shot heißt... Und dass er sich dann aus Angst vor Verfolgung umbenannt hat... Keine Ahnung, was er mit Twist of Doom meint... Ich kenne nur den Twist of Doom... Du wusstest selbst... Dass du die Schuldenliebe gleißt... Und dass die Jungs von dir nur wissen... Dass du E-Shot heißt... E-Shot... So hat man dich Bastard gekannt... Und aus Angst... Hast du dich dann Lasker genannt... Und dann kommt jetzt auch wieder... Das ist ja eigentlich geil... Dass er dann sagt... Du hast dich aus Angst Lasker genannt... Und hast dann mit dem Namen Lasker Zeug hochgeladen... Weil du einfach zu dumm bist... Dann greift er wieder die Angriffslöche... Die er irgendwie die ganze Runde davor so behandelt... Diese Dummheit Angriffslöche... Du bist so dumm... Dass du nicht mal raffst... Dass du das im Internet hochlädst so... Ich hab's scheiße erklärt... Ihr wisst aber was ich meine... Aber was erzähl ich dir? Du bist dumm! Kommt jetzt gleich irgendwie sowas... Als ob irgendwelche Bastis auf der Straße... Einen nur mit Künstlernamen kennen... Und Unsummen verleihen... Ohne irgendwelche Sicherheiten... Oder eine Adresse... Die Geschichte ist leider extrem lächerlich... Geldschulden ist eigentlich eine solide Geschichte... Aber dass er die Namensänderung... So in Scheiße verwandelt ist schade... Ich bleib dabei... Es ist nicht kreativ... Es ist schön sich eine eigene Angriffsfläche zu erschaffen... Mit dieser Namensänderung... Den Grund für die Namensänderung... Den Gio jetzt nennt... Der ist nicht kreativ... Das heißt... Ich geb da Julian schon recht... Ich find's jetzt nicht absolut scheiße... Aber es ist nicht unbedingt das Kreativste... Ich find aber trotzdem dafür... Dass es nicht das Kreativste ist... Und auch nicht das Beste... Es ist nicht unbedingt gut... Nennen wir es beim Namen so... Verpackt das aber ziemlich geil... Es hätte mehr Sinn ergeben... Könnt's halt nicht mich doch mal wiederholen... Schicht aber... Dass er die Namensänderung... So in Scheiße verwandelt ist schade... Es hätte mehr Sinn ergeben... Wenn er behauptet hätte... Dass Lasker sich innerhalb der Rap-Szene... Mit diesem Künstlernamen... Feinde gemacht hat... Beats bauen lassen... Und nicht bezahlen... Studiozeit nutzen... Und sich dann wie ein Bastard verpissen... Ohne die Rechnung zu begleichen... Sich wie ein Unmann aus Deals rauswinden... Einen E-Shot ist ein richtiger Bastardruf... In der Rap-Szene aufbauen... Den Namen Lasker ändern... Und dann weiterziehen... Um neue Leute abzufacken... Das wäre eine nachvollziehbare Geschichte... Wenn man das gut verpackt... Und ein legitimer Grund... Für eine Künstlernamensänderung... Ja gut... Aber er hat ja auch... Dieses Joint-Thema davor... Und dieses Drogen-Neben-Thema... Schon mit eingebracht... Das heißt... Das ist jetzt schon nicht so krass... Neben der Spur... Wenn er jetzt da irgendwie... Mit eingebracht hat... Dass Lasker auf einmal... Äh... Weiß ich nicht... Äh... Gießkannen klaut... Unter dem Namen E-Shot... Und sich deswegen umbenennt... Dann hätten wir so... Wo kommt der denn die Gießkanne... Jetzt auf einmal her... Aber das Joint-Ding... War schon so ein Thema... Er hätte es auch irgendwie... Mit Holz und seinem Vater machen können... Weiß ich nicht... E-Shot hat beim Baumarkt gearbeitet... Und hat zu viel Holz gefressen... Und irgendwann ist aufgefallen... Dann war er der Lasker... Der kein Holz mehr frisst... Vor der Engel... Ich kann es echt nur... Immer wieder sagen... Lügt was das Zeug hält... Aber bitte so... Dass man euch nicht... In einer Millisekunde... Dabei erwischt... Danach kommt aber wieder... Eine richtig lustige Punchlein... Über Laskers Dummheit... Die diese Schrottgeschichte... Wenigstens ansatzweise... Noch mit Humor rettet... Und im Anschluss... Noch eine gute Line... Die dann kommt... Wenn man für einen Moment lang... So tut... Als hätte man die Geschichte geglaubt... Doch das JBB kennt... Jedermann... Da sehen dich die Jungs... Aber das... Kannst du ja nicht verstehen... Du bist dumm... Eigentlich tut es mir leid... Nicht nur daraus zu schmeißen... Denn du machst dir ja nur mit... Um deine Schulden auszugleichen... Nach diesem Tiefpunkt... In Gios Runde... Kommt aber zum Glück... Nur noch Übershit... Denn Gio fängt jetzt noch mal... Herzhaft an... Laskers JBB-Werdegang zu kritisieren... Er sagt da einige Sachen... Die man auf jeden Fall... So auslegen kann... Wie er es macht... Zum Beispiel... Die Steigerung von Lasker... Spielt er wunderbar... Battle-Rap-typisch herunter... Um Lasker anzugreifen... Doch komm wir auf den Punkt... Und reden mal nicht rum... Sie sagen... Du hast dich gesteigert... Überlege mal warum... Dein ganzes Zeug... Am Anfang klang nach Schrott... In meinen Ohren... Hör die Quali... Natürlich war das... Potential nach oben... Deine erste Runde ist... Keine DM vom Hocker haut... Doch auf einmal schreiben... Leute... Ey der hat ja doch was drauf... Doch ich seh das leider... Etwas anders... Du hast deinen Sprung gemacht... Von Wax wie Standard... Er arbeitet das sehr gut... Mit der allgemeinen Meinung... Dass Lasker sich von Anfang an... Sehr gut gesteigert hat... Und nutzt das für sich... Um ihn damit runter zu machen... Und Laskers Erfolge klein zu reden... Danach kommt noch eine Art... Präventiv-Konter von Gio... Der wahrscheinlich davon ausgegangen ist... Dass Lasker sagen würde... Dass Gio seine Texte aus den Kommentaren... Für seine Gio Rap-Marserie klaut... Das ist zwar nicht passiert... Aber er kombiniert das mit einem... Sehr authentischen Byte-Vorwurf... Zu einem Kommentar... Wo jemand die 80 und 88 Nazi-These... Schon aufgestellt hat... Die Lasker dann in seiner Runde... Gegen 80 benutzt hat... Ja... Aber wie gesagt... Das habe ich auch schon gesagt... Das ist jetzt nicht unbedingt kreativ so... Ich meine diese... 88... 88... Haha... Geschichten... Die kennt man auch... Ohne auf dem Portal von 80... Oder auf der Facebook-Seite von 80... Gewesen zu sein... Wo sich da irgendwie Anreize... Für eine Punchline zu holen... So... Du kannst zwar alles geben... Und versuchen mich zu schlagen... Doch zu meinen Serien... Solltest du Huren... So nix sagen... Denn wer klaut sich seine Punches... Aus den YouTube-Kommentaren... Da hat der Gio mal richtig gut aufgepasst... Und was jetzt kommt... Ist das Finale... Und das ist richtig gut gemacht... Denn Lasker beweist es... Wie bereits erwähnt... Mit seinem Video... Und seinem ganzen Style... Sogar mit seinem Outro... Du fette Hurenso... Du fettes Hurenso... Alles was er macht... Ist extrem... Spongeboss... Inspiriert... Man könnte schon fast sagen... Kopiert... Und das steckt... Ja, es ist kopiert eigentlich... Gio ihm sowas von ins Arschloch... Er mischt das... Man könnte schon fast sagen... Kopiert... Und das steckt Gio ihm sowas von ins Arschloch... Er mischt das Ganze mit San Diego und Spongeboss... Natürlich will er hier Vorarbeit für das King-Finale leisten... Und San Diego schon wieder in die Rolle von Spongeboss stecken... Damit er dann im King-Finale darauf aufbauen kann... Die Strategie von Gio ist hier ziemlich einfach zu durchschauen... Aber nichtsdestotrotz hat der Lasker vernichtend geschlagen mit diesen Byte-Vorwürfen... Was deutlich wird ist einfach, dass Lasker hier richtig übel am Nachmachen ist... Und zwar Spongeboss und San Diego... Auch wenn Gio hier aus Strategiegründen beide als eine Person darstellt... Die ersten zwölf Zeilen dieser Angriffsfläche sind schon mal richtig gut genutzt worden... Sein wie er! Hör nur einen deiner Tracks und dann weißt du, ich hab recht... Hör nur einen deiner Tracks und dann weißt du, ich hab recht... Spätestens nach einer Qualifikation war's jedem klar... Du warst schon öfter in San Diego, doch nie in Amerika... Hör nur einen deiner Tracks und dann weißt du, ich hab recht... Ich mein aber Lasker wirklich so... Auch wenn er hier als Dom und so abgestempelt wird... Der weiß es doch sowieso... Der macht es doch so mit Absicht... Das ist doch... Ich weiß nicht... Das ist wie wenn ich zu... Früher zu Nelly-Zeiten... Als Nelly noch irgendwie... Viele kennen den vielleicht gar nicht... Aber... If you wanna go and take a ride with me... Smoke a L on the bag of the Benzy... Das war Nelly... Oder was war noch... No matter what I do... All I think about is you... Das war auch Nelly... Und Nelly hat ja immer dieses Pflaster... Das ist wie wenn ich mich jetzt in jeder Analyse hier hinsetze mit einem Pflaster... Und... Full Caps schief aufziehe... Und einen auf Nelly mach... Und dann sagt mir jemand... Ey Jiggy... Guck mal deine Videos an... Dann weißt du... Ich hab recht... Dass du auf Nelly machst... Und ich denk mir doch so... Hä? Bist du auf den Kopf gefallen normal? Ich mein... Auffälliger geht's doch gar nicht mehr... So... Ne... Doch jetzt hab ich auf die Kacke kein Bock mehr... Das hier ist Krieg... Und du kommst als Money Wayne Soldier... Rede dich nicht raus... Wer soll dir glauben... Du verrätst dich eh... Weil du sogar vor dem Auto wie San Diego stehst... Das ist der erste Angriff den ich überhaupt nicht nachvollziehen kann... Weil jeder x-beliebige Hayopi-Rapper vor einem Auto steht... Ganz kurz nochmal checken ob wir hier aufnehmen... Das macht mir immer Sorgen... Manchmal kackt hier einfach alles... Ah was ist hier los? Und weiter geht's... Vier sehr schwache Lines darüber... Dass Gio Texte von San Diego auf einen Beat klatschen sollte... Und dass Lasker dann einen Fansong gemacht hat... Weißt du noch damals als wir beide unser Feature hatten... Du hast drum gebeten Sanys Texte auf den Beat zu packen... Ich schrieb für dich San Diegos Texte aufs Blatt... Und du hast daraus dann einen Fansong gemacht... Keine Ahnung was so eine wacke, unauthentische Scheiße dazwischen zu suchen hat... Aber danach kommt dann zum Glück der Todesstoß... Der diesen kleinen Ausrutscher vergessen lässt... Die nächsten Zeilen stecken einfach nur voller Wahrheit... Besonders in Laskers Quali... Hört man einfach den unmittelbaren Einfluss von San Diegos Texten... Da bin ich jetzt mal gespannt... Weil ich höre... Ich sehe es anhand der Videos... Dass da Kopien am Start sind... Aber vom Rap-Style... Wir sind jetzt zwei Rapper... Die ich niemals miteinander vergleichen würde... Niemals... Aber ich werde jetzt hoffentlich eines besseren belehrt... Komplett... Das ist mir auch von Anfang an aufgefallen... Also tu nicht so... Als würdest du nichts von all dem wissen... Man hört San Diego in deinem Style... Und in den Anglizismen... In jeder Double... Achso... Ich dachte jetzt... Julian bringt jetzt den... Vergleicht das auch nochmal... Indem er das so zeigt... Vielleicht macht er das noch... Wäre wirklich interessant... Wenn er jetzt mal... San Diego rappen... Das Lasker rappen... San Diego rappen... Lasker rappen machen würde... Also... Für mich ist das komplett... Das ist wie als würdest du... Äh... Die allerletzte Aussage bringt Lasker komplett um... Ja... Sorry... Wenn jetzt... Da gibt es viele von euch bestimmt... Die sagen... Boah... Gänsehaut... Ich raste komplett aus... Er fickt den so hart... Julian sagt auch... Das ist komplett der Todesstoß... Der... Die Faust im Arschloch von Lasker... Und so... Ich... Ich... Weiß ich nicht... Für mich ist das so... Natürlich ist es gut... Das so hinzustellen... Und so wie Gio es macht... Und dann als letzte K.O. Punchline... Irgendwie zu sagen... Du kannst als... Als Kopie nicht das Original schlagen... Das ist alles gut... Aber für mich... Gibt es da diesen Vergleich... Diese Ähnlichkeit... Existiert für mich nicht... Vielleicht auch... Weil ich mich mit beiden Rappern... Nicht so krass auseinandersetze... Wie... Äh... Quatschmachende Schüler im Unterricht... Kid... Punchbox als Santiago bezeichnet oder nicht... Fakt ist... Dass Lasker eine Kopie vom King of Kings ist... Und die letzte Line ist eine Hinrichtung... Wir haben hier eine Battle-Runde... Monumental in Ausmaße... Sie ist nicht perfekt... Sie hat ein paar schwache Momente... Und Ungereimtheiten... Aber insgesamt hat sie ihren Zweck erfüllt... Und Lasker umgebracht... In Sachen Punchlines... Ein glasklares 2 zu 0 für Gio... Extra Punkt... Gio hat Lasker unter einer Masse von Punchlines... Die fast alle gut bis sehr gut sind... Begraben... Seine Runde geht fast 7 Minuten... Aber sie wirkt nie wie 7 Minuten... Weil sie durchgehend unterhält... Außerordentlich gut finde ich auch die Leistung vom Producer D-Rush... Der den Beat sehr abwechslungsreich und atmosphärisch gebaut hat... Die ruhige Einleitung... Der sich dann langsam aufbauende Beat... Die Spannungsbögen... Das funktioniert alles sehr gut mit den vielen Zeilen von Gio... Die Runde hat mich von A bis Z unterhalten... Unendlich... Ich hab das Strafgesetzbuch von A bis Z durch... Mit den vielen Zeilen von Gio... Die Runde hat mich von A bis Z unterhalten... Unendlich viel Gegnerbezug... Viel Recherche... Eine Mischung aus Humor und Ernst... Eine richtige Zerfickung... Besonders ganz am Ende... Und das obwohl sich beide so gut wie gar nicht kennen... Bei Gios Runde gegen Cassius Clay kannten sich beide persönlich gut... Und deswegen ist die Runde gegen Laska ohne persönlichen Bezug sehr viel schwerer gewesen... Und ich finde sie sogar noch besser... Ich wünschte mir nur, dass Gio die Logikfehler weglassen könnte bei seinem Pseudo-Real Talk... Damit man komplett überzeugt sein kann von dem was er sagt... Ohne manchmal denken zu müssen... Was labert er da eigentlich für ein Quatsch mit Soße? Es sind wirklich gute 144 Bars... Aber es wären grandiose 100 Bars gewesen... Ist ja wie beim Jahr Wocheend... 144 Bars... Krieg ich hin... An ein paar Sachen weggelassen hätte... Insgesamt eine mächtige Runde mit ein paar zu verschmerzenden Schwächen... Aber auch mein Extrapunkt geht natürlich an Gio... Kommen wir zum User-Voting... Auch da gibt es keine Überraschungen... Gio hat die Zuschauer auf seiner Seite und das völlig zu Recht... Ganz großes Kino und ein fetter Einstieg ins Finale... Ein fetter Einstieg, wie wenn Lasker den Bus betritt... Kid... Geht ziemlich eindeutig an Gio... Alter krass... Er hat direkt... Wir sind jetzt bei 27 Minuten... Und... Er hat wirklich jetzt genau das so in zwei gleich lange Teile fast gesplittet... So... Props... Also... Das ging jetzt 7... 7-2 ging es aus, gell... Gio hat die Zuschauer auf seiner Seite und das völlig zu Recht... Ganz großes Kino und ein fetter Einstieg ins Finale... Die erste Runde geht ziemlich eindeutig an Gio... 7-2 ging die erste Runde... Und bei mir ging sie... 29-10 aus... Da könnt ihr jetzt ja mal prozentual ausrechnen... Wie ähnlich Julian und ich uns da sehen... Ich glaube das ist schon relativ... Ich könnte es bestimmt jetzt auch ausrechnen... Aber jetzt wieder zu viel Druck... So... Um unter Beweis zu stellen, dass ich wirklich ein Mathe-Genie bin... Punkt vor was? Punkt vor Strich? Bist du blöd oder was? Es gibt keinen Punkt vor Strich... PQ? Satz des Pythagoras... Was? Satz des Pythagoras... Kenne ich das? Pythagoras... Der Satz des Pythagoras... So... Weiter gehts... Wir ziehen einfach komplett durch so... Als würde ich truff eine Dase Kokain ziehen... Wir ziehen durch... Weiter gehts, Alter... Zweite Runde... Zweite Runde bin ich in der Tat gespannt... Weil da fand ich die Lasker-Runde wirklich gut... Also... So vom... Vom... Vom Feeling... Ich meine... Ich hab's nicht so analysiert wie Julian... Ich guck halt die Runde und sag... Was ich denke... So ne... Wenn ich die richtig analysieren würde... Würde ich vielleicht auf ein anderes Ergebnis kommen... Aber... Also so richtig intensiv analysieren... Mit mehrmals Hören und Zeilen auseinander... Blabli... Blub... Ihr wisst doch was ich meine... Äh... Dann würde ich vielleicht auf ein anderes Ergebnis kommen... Aber so vom reinen Hörgenuss... Und vom Feeling... Fand ich Lasker in der zweiten Runde besser... Ich bin gespannt... Alter... Entschuldigung... Dabatsu Sabak... Jetzt sei der Abanderlerbüße... Zu der Röbük-Rubunde... Kommen wir zu Runde 2... Ich werde die Punkte erstmal... Ah... Das war aber die geile Gio-Runde, Digga... Das ist die geile Gio-Runde... Das gefällt mir so vom Klangbild... Das mag ich... Da mag ich Gio... Auch wenn es wahrscheinlich nicht so viele Punchlines drin sind... So... Aber... Das mag ich... ...separat werden und am Ende alles zusammenzählen... Denn was jetzt passiert ist extrem ungewöhnlich... Gio fängt an zu schwächeln... Und Lasker haut eine viel krassere Rückrunde als Hinrunde raus... Er hat das echt gut umgedreht... Die Videos... Diesmal hat Gio hier nicht den Hauch einer Chance... Lasker bringt den gleichen atmosphärischen Stil wie Gio mit den Ausschnitten... Aber zusätzlich sehen seine Performance sehen auch noch richtig gut aus... Gio hat ein echt mittelmäßiges Video abgegeben... Besonders schlimm finde ich die Unschärfe... Anscheinend liegt der Fokus hier auf der Wand... Der... Kameramann muss komplett besoffen gewesen sein... Punkt für Lasker... Äh... Was wollte ich jetzt gerade sagen? Dass es Gio vielleicht dann zu leicht auf die leichte Schulter genommen hat... Direkt wieder ein Vergleich überlegt... Auf die leichte Schulter nehmen... Was gibt es da für Wortspiele? Egal... Dass er vielleicht dachte so... Ah ja... Gut... Rückrunde... Könnte sein... In Sachen Flow bleibt es beim Alten... Auch wenn Lasker nicht mehr so monoton rappt... Er kommt hier abwechslungsreicher als vorher... Aber auch Gio hat ein Upgrade... Das kommt ungewohnt in die Fresse mäßig... Was Gio hier fabriziert... Was ich bei Gio außerdem immer so gut finde... Was ich noch nie erwähnt habe... Ist seine extrem deutliche Aussprache... Seine schön voneinander getrennten Lines... Und seine Punchline-Betonungen... Wieso fragst du mich... Wie ich mir nen R8 leisten kann? Das ist ein A6... Du Flachweifen, Mann! Und deine Weggefährten... Mann, die tragen doch nur Masken... Weil sie sich schämen zusammen... Mit ihr Gesicht zu werden... Gio, wenn du clever wärst... Würdest du mich nicht... Mit einer 90.000 Euro Karre dissen... Wenn du S-Band fährst... Was laberst du? Wie soll man deine Zeilen bieten können? Das ist doch gar nicht möglich... Denn du hast ja keine eigenen... Im Auto... Ey, das gefällt mir richtig gut von beiden hier gerade... Ich könnte mir das vorgeben... Auch so jede... Zwei Zeilen abwechselnd... Gib ihm mal ein... Was laberst du? Wie soll man deine Zeilen bieten können? Das ist doch gar nicht möglich... Denn du hast ja keine eigenen... Im Auto wäre Lasker wahrscheinlich besser... Aber im Battle Rap ist Gio überlegen... Damit ich jetzt aber keine Partei ergreifen muss... Vergebe ich den Flowpunkt wieder an beide... Technik bleibt auch alles beim Alten... Lasker hat das gleiche Problem... Mit den extrem vielen Lines wie Gio... Aber er reicht hier nicht mal im Ansatz... Das technische Level... Das Gio durchgehend in seinem Bassong gehalten hat... Er bringt ihm... Also... Da sind wir wieder bei der Frage... Was ist Technik? Wenn er... Technik ist für Julian... Habe ich auch bei der Hinrunde... Vergessen zu checken... Technik ist für Julian... Reime... Das ist auch die Technik... Es ist aber die Reim-Technik... Sehe ich so... Zumindest... Und da ist... Gio... Auf jeden Fall besser so... Definitiv... Aber... Okay... Auch die andere Technik... So vom Flow... Ist Gio... Auch... Besser... Im Sinne von... Safer... Anspruchsvoller... Von der Technik her... Von... Flow-Technik her... Ne... Ist... Für mich... Teilweise... Lasker... Nicht... Besser... Aber... Anspruchsvoller... Das ist echt schwer... Das immer so erklären zu müssen... Ihr müsstet mal so selber so einen Drang haben wie ich so... Weil es gibt jetzt auch wieder Leute von euch da draußen... Die vor ihrem scheiß Laptop sitzen... Oder vor ihrem... Scheiß Handy... Und nicht checken... Was ich will... Und die schreiben jetzt in den Kommentar... ZIKI... 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 Habt wieder gar nix... Das waren ja... Er bringt über große Teile... Ein Zweckreihen massaker... Technik... Das war so... er bringt über große Teile... Ein Zweckreihen... backant... schwerer, aber er hat sogar ziemlich gut gekontert für das, was da war. Die ersten vier Einleitungslines sind schon mal ziemlich okay, auch wenn es keine richtige Punchline gibt. Ich hab euch gesagt, dass dieser Junge nix im Schädel hat und da das Wasser da in seiner Runde kickt, bestätigt das. Denn ich dachte, du wolltest anfangen, Tacheles zu reden, doch stattdessen versuchst du hier nur die Fakten zu verdrehen. Das ist so gut. Das ist halt wirklich so vom Flow her. Das ist so geil. Das geht einfach so nach vorne, ich feier das einfach wirklich so. Das ist halt nett. Ich könnte schon wieder anfangen. Das ist ein netter Anspruch, aber es ist geil. Geile Dinge müssen nicht immer anspruchsvoll sein, Digga. Ich hör jetzt auf, ich sag noch nicht einmal mehr das Wort anspruchsvoll in Bezug auf irgendeinen Flow von diesen zwei Gesichtern hier. Was denn ich dachte, du wolltest anfangen, Tacheles zu reden, doch stattdessen versuchst du hier nur die Fakten zu verdrehen. Dann kommt leider ein richtig schrottiger Konter zu der Nummer-Zielein von Lasker, denn ich glaube einfach nicht, dass Gio schon mal eine Nummer geschoben hat. Achso, warte. Was für Nummern ziehen? Du bist echt ein dummer Freak. Frag mal deine Freundin. Er bin nicht am Nummer schieben. Das finde ich aber gar nicht. Das fand ich aber beim ersten Mal hören, dachte ich auch ein bisschen plump, aber dann habe ich mir gedacht, ey, ist eigentlich geil. Weil das ist halt der Gegensatz. Entweder Nummer ziehen oder Nummer schieben. Ich finde das gut. Das ist so, du willst eine Nummer schieben, nehmen die Null, die lässt sich rollen. Ist nicht das Gleiche, aber das ist so der ähnliche Intellekt. Wird's aber sehr gut. Der verwirrende Anfang von Laskers zweiten Part wird hier für mich ein wenig entschlüsselt, denn Gio erklärt, was My own Music ist und verarscht Lasker richtig geil damit. Du bist da vielleicht schon zu sehr untertrieben, denn du sagst, ich hab bei My own Music unterschrieben. Ernsthaft, wie kannst du so'n Scheiß-Plus sagen, das ist kein Label. Da kam mein MP3s hochladen ab. Ernsthaft? Das ist so lustig. Das klingt voll authentisch so, auch wenn du mit Gio so, das klingt wirklich so, als macht er das ist so, das ist Gio, so in der Form, wie ich ihn beurteilen kann. Also, wir haben ja schon mal Kontakt, wir haben uns ja auch jetzt getroffen in Berlin, für eine Gigi-Wills-Wissen-Folge, die ja auch bestimmt jetzt die Tage online geht. Und dieses ernsthaft? Das ist so wirklich, das ist so, das ist real, Digga, das ist authentisch. Das ist Gio halt so, ne? Ernsthaft? Wie kann man so'n Scheiß-Plus sagen? Das ist kein Label, da kann man MP3s hochladen. Das finde ich halt saugut, weil es halt auch einfach wieder komplett in diesen Dummheit-Front von Lasker reinpasst, Alter. Ernsthaft? Wie kannst du so'n Scheiß-Plus sagen? Das ist kein Label, da kann man MP3s hochladen. Aber okay, Dali-Fol, was in deinem Text verkehrt? Denn eigentlich hab ich ein Major-Deal bei Rapid Chair, du Idiot. Dann eigentlich hab ich ein Major-Deal bei Rapid Chair, du Idiot. Finde ich saugut. Da kommt direkt ein richtig geiler, selbstironischer Konter zu Laskers Line darüber, dass Gios Verräter-Lines nur treffen, wenn er sie in den Spiegel rappt. Mann, was war das denn für ne miese Runde, als wenn ich mit meiner Fresse in den Spiegel gucke. Richtig gute Idee, die Line so ins Lächerliche zu ziehen. Danach geht es weiter mit Laskers Gelaber über die vorherigen Gegner von Gio und darüber, dass Gio angeblich mit seinen Gegnern befreundet gewesen ist. Mistgeburt? Das darf nicht dein Ernst sein. Das sagt mit der, der privat mit die Wörst schreibt. Was Freundschaft, Alter, halte die Fresse, ich hab die noch nie getroffen. Das sehe ich ja jetzt. Das ist voll lustig. Mit der, der privat mit die Wörst schreibt. Das sehe ich ja jetzt erst. Das ist auch wieder so, ist halt komplett nur so'n, ich will nicht sagen Easter Egg, ist es ja nicht. Dafür ist es ja schon zu auffällig. Aber das ist einfach nur komplett dumm. Einfach komplett dumm. Es ist einfach nur Lasker komplett dumm hinstellen soll, dass er vor der Tür steht, wo dick und fett ziehen draufsteht und Lasker drückt und guckt nur so in die Kamera so nach dem Motto, warum geht die Tür nicht auf? Chopper, mach die Tür auf. Was, Freundschaft, Alter, halte die Fresse. Ich hab die noch nie getroffen. Außer mit Punches im Battle. Danach geht es weiter mit den Chatverläufen und Gio hat dazu praktisch genau die gleiche Meinung wie ich. Das zeigt einfach nur, dass beide richtig am Arsch sind und sich über Lasker irgendwie nochmal rächen wollen. Ist aber interessant, das haben die die Bitches geschickt. Warte, das beweist doch nur, dass ich die richtig gefickt habe. Mann, ich war in beiden Battlestar-Sieger und du zeigst mir mit deinen Verläufen nur zwei schlechte Verlierer. Die letzte Line ist komisch formuliert und deswegen find ich sie scheiße, denn Gio will hier sagen, dass jemand keine Missgeburt ist, wenn er sich fürs Zerficken bei einem anderen entschuldigt. Aber leider kommt es bei mir so rüber, als würde er sich damit selber meinen, also dass Gio sich tatsächlich fürs Zerficken entschuldigt hat. Klar, was für eine Missgeburt, man ist das. Man sich sogar entschuldigt bei dem Gegner, dem dann richtig gut zerfickt hat. Ich hab Gio nochmal gefragt und Ich check's immer noch nicht. Der meinte tatsächlich irgendwen und nicht sich selbst. Leider scheiße formuliert und deswegen eine Pussyline. Im zweiten Part geht es direkt mit acht guten Zeilen über das Thema Beiten weiter. Das war in Gios Hinrunde. Ja, das ist echt krass. Ich achte jetzt gerade erst auf das Video. In dem Video von Lasker wird auch Gio gehängt und zappelt so. Und hier steht mit Gio einfach mit einem Strick da. Dann macht es so. Das ist saulustig. Nein, im zweiten Part geht es direkt mit acht guten Zeilen über das Thema Beiten weiter. Das war in Gios Hinrunde schon Thema. Und auch hier ist es wieder überzeugend, weil es einfach authentisch ist. Auch deine Videos sind leider keine sehenswerten. Alles nur gebeitet, das kann man in jeder Szene merken. Und deine Weggefährten, Mann, die tragen doch nur Masken, weil sie sich schämen, zusammen mit ihr gesehen zu werden. Da habe ich kritisiert. Ich meine, das ist natürlich jetzt auch, weil es ist so auffällig, so dumm ist Gio nicht. Aber er sagt, dass sich, dass seine Weggefährten Masken tragen, weil sie sich nicht trauen, mit ihm gesehen zu werden. Und selber, er sagt es auch noch genau in dem Moment, wo hinter ihm jemand mit einer Maske steht. Das ist so, ich weiß nicht. Mal gucken, ob Chubulien da Batsu was erbarkt. Und deine Weggefährten, Mann, die tragen doch nur Masken, weil sie sich schämen, zusammen mit ihr gesehen zu werden. Dass du ein dummer Beiter bist, hab ich prophezeit. Und als Wunde bringst du wieder nur einen großen Beit. Was laberst du, wie soll man deine Zeilen weiten können? Das ist auch gar nicht möglich, denn du hast ja keine eigenen. Dann kommt eine extrem schwache Schrottline, aber danach eine, die umso besser ist. Denn es geht mal wieder um den Schwamm. Du hast doch nicht verloren, denn deine Gegner waren schwach. Und du drehst rund im Parkhaus, dabei geht es bergab. Denn sag mir, wie willst du es schaffen, dir die Krone zu holen? Alles, was dich ausmacht, hast du von deinem großen Idol. Dann wieder Gios King-Final-Strategie, unauffällig mit reingeschleust, aber eine gute Line über Laskers Location. Ja, sein Jäger zu kopieren ist bei dir Spaß, dir Programm. Das ist die gleiche Location, wie in der Quali vom Schwamm. Mann, du hast es übertrieben mit der Rigorosität. Denn du klausst ihm sogar seine Video-Ideen. Weiter geht's mit ein bisschen Selbstbeweihräucherung, denn Gio findet, dass er Lasker letzte Runde schon umgebracht hat. Was auch stimmt. Und danach kommt wieder eine richtig geile Line übers Byten. Das Thema wird echt nie langweilig. Ich frag mich sowieso, warum Lasker damit nicht schon vorher komplett zerfickt wurde. Du hast keine Chance, auch wenn dich immer noch... Das Geile ist, was mir jetzt auch noch auffällt, ich meine, er wirft die ganze Zeit Lasker vor, dass er sogar Video-Ideen bei Santiago bytet. Und jetzt nimmt er quasi dieselben Video-Ideen, die Lasker gegen ihn genommen hat und von Santiago bytet hat und bytet sie selber in seinem Video, aber zieht sie komplett ins Lächerliche. Wenn ihr versteht, was ich meine. Das finde ich auch eigentlich... Das fällt mir jetzt gerade erst auf. Das ist ganz gut. Sowieso, warum Lasker damit nicht schon vorher komplett zerfickt wurde. Du hast keine Chance, auch wenn dich immer noch paar Fans supporten. Denn du bist spätestens nach meinem letzten Text gestorben. Wie kannst du ohne dich zu schämen so ein Dreck recorden? Erst hab ich gedacht, alter Sponji, bist du fett geworden. Das Ding hat auf jeden Fall gesessen. Die letzten... ...die Lines sind auch richtig gut, besonders ganz am Ende. Denn Lasker bezeichnet ja allen Ernstes Gio als Byter. Was natürlich gerade Lasker nicht sagen kann. Komm mal lieber mit paar eigenen Texten anstatt mich mit Zeilen zu betteln, die mich leider nicht treffen. Komm mal lieber mit paar eigenen Texten anstatt mich mit Zeilen zu betteln, die mich leider nicht treffen. Geiler Flow, Digga. Komm mal lieber mit paar eigenen Texten anstatt mich mit Zeilen zu treffen, die mich leider nicht treffen. Denn deinen geklauten Scheiß können die meisten erkennen. Und da wachst du es wirklich, mich einen Byter zu nennen. Yo, das Ding hat auch mal wieder richtig gut gesessen. Gelungener zweiter Part. Kommen wir zum dritten und letzten. Am Anfang rechtfertigt er erstmal sehr humorvoll. Seinen eigenen sehr blöden Fehler mit dem R8. Ich hätte an deiner Stelle schon längst aufgegeben. Denn fast jeder hier in diesem Battle will dich draußen sehen. Die Sache mit dem Audi war nicht extra, sondern aus Versehen. Wie soll man das erkennen, wenn so ein Fettsack vor dem Auto steht? Danach... Ja, gut umgedreht, ja. Ist auch nicht mega innovativ, aber ist schon auf jeden Fall gut, gut, äh, sich gerechtfertigt. Startet Gio einen Konter zu einem Konter, den es leider gar nicht gibt. Denn Lasker hat die Vigitaria-Scheiße tatsächlich so stehen lassen. Also ein Konter, Konter, der ins Leere geht, aber trotzdem gut gemacht. Wie konterst du die Sache mit dem Vegetarier? Willst du sagen, ey, du hast der selber einen Sprachfehler? Ey, wie dumm ist man sein, um nicht zu peilen? Das ist kein Sprachfehler, sondern pure Unwissenheit. Danach geht es weiter mit Laskers abschließender Abhandlung über Gios Tochter, die hier ziemlich einfach entkräftet wird. Denn laut Gio hat er nicht mal eine Tochter und Lasker ist zu dumm zum Lesen. Und nur weil dein Vater dich immer so misshandelt, heißt das nicht, dass jeder Vater seine Kinder... Tochter so misshandelt, ja, auch gut. Und nur weil dein Vater dich immer so misshandelt, heißt das nicht, dass jeder Vater seine Kinder so behandelt. Abgesehen davon hast du mich mit so einem Schrott gebettelt, das hätte ich mal getroffen, wenn ich eine Tochter hätte. Jetzt wird's geil mit dem Neffen. Dieses Babyfoto da auf Facebook fand, dachte er sich jetzt greife ich eklatant mein Gegner. Nur schade, dass der Ich und mein Neffe daneben stand. Das ist so geil, wie er Ich und mein Neffe daneben stand. Das ist so gut, wie er das betont. Das ist so eine richtig saftige, deutliche Betonung und mit so einem Bist du behindert, Junge unter Ton. Dachte er schade, dass da Ich und mein Neffe daneben stand. Das ist wie, als würde ich jemandem erklären, der es nicht ganz rafft. Junge, da steht Ich und mein Neffe daneben. So, das ist, das finde ich eine richtig gute Stelle, auch wie er's hier mit eklatant mein Gegner an, wie er's in den Reihen verpackt. Richtig gut. Das ist ein ziemlich guter Konter. Danach gibt's ein Konter zu den Byte-Vorwürfen von Lasker und das finde ich sehr unnötig. Außerdem auch sehr Standard formuliert. Dass nicht Gio der Byter ist, ist im Laufe dieses Bettels sehr deutlich geworden, aber er wollte das trotzdem nicht so stehen lassen. Und zu die Bürst, was redest du da bitte? Guck mal auf den Text, er sagt halt hier Magneten vor die Lippe und nicht dicken. Los, erzähl, was soll das für ein Dreck sein? Du sagst, ich würd ihn biken, obwohl du nicht mal sein Text beißt. Nicht gerade der Höhepunkt dieser Runde, aber okay. Das Ende fand ich nicht schlecht. Nicht überschittig wie letztes Mal, aber nicht schlecht. Gio hat halt in seiner Hinrunde etabliert, dass Lasker ein Vollidiot ist und will den Sack damit ganz am Ende nochmal zumachen. Nach dem Part bist du im Arsch wie ein Homo. Du kannst mir den Buckel runterrutschen. Quasi-Modo. Quasi-Modo. Fassen wir zusammen, was du geschrieben hast, war Unsinn. Du hast mit deiner Runde nur bewiesen, dass du dumm bist. Ist ja ganz lustig gemacht. Ach, Kasa bickst ihm da in die Fresse, gell? Du hast mit deiner Runde nur bewiesen, dass du dumm bist. Ist ja ganz lustig gemacht, vor allem mit dem Kamp-Shot. Generell ist die gesamte Runde eher locker flockig. Sehr ungewohnt, dass man Gio hier... Mit dem Kamp-Shot. Bitch, fang an zu blasen. Ich bin kein Friseur, doch gebe dir meinen Kamm in die Haare. Bitte sehr. Mit dem Kamp-Shot. Generell ist die gesamte Runde eher locker flockig. Sehr ungewohnt, dass man Gio hier die gesamte Runde über sehr entspannt sieht, weil es die letzten Male deutlich anders in Gios Runden zuging. Lustig war es zwischendurch immer, aber der Grundton war trotzdem immer Karriere-Zerstörungs-Roboter Gio. Es ist eine gute Rückrunde. Er hat mit dem, was Lasker ihm gegeben hat, eine anständige Konterrunde gebracht. Das kann man nicht anders sagen. Diese Rückrunde ist besser als Laskers Hinrunde. Aber kommen wir zu Laskers Rückrunde. Jetzt bin ich auch gespannt, was er dazu sagt, Alter. Was ich krass finde, ist halt, dass damals schon, ich meine, ich kriege es ja jetzt mehr oder weniger zum ersten Mal so mit, zumindest auch in der Stärke und Fülle und im ganzen Gewicht, dass Lasker halt... Also für mich ist das, ich würde jetzt immer noch nicht sagen, dass es ein Byter ist, weil er das so offensichtlich macht halt, ne. Zumindest das Video-Ding. Beim Texten, wie gesagt, höre ich es einfach nicht raus, so, ne. Aber er hat auf jeden Fall da jetzt nach diesem Battle gegen Gio auf jeden Fall schon derbe den Ruf eines Byters, so, ne. Und dann kam ja irgendwann noch Time-Matic mit dieser ganzen Story. Das muss auf jeden Fall dicker. Der hat einen Rucksack, einen sehr schweren Rucksack, voll mit Byte-Vorwürfen. Nicht nur Vorwürfen, es ist ja wirklich so, also in vielen Augen ist das natürlich alles bewiesen, was Time-Matic damals gemacht hat, so. Aber, wie gesagt. Wie gesagt, wie gesagt, wie gesagt, wie gesagt, wie gesagt, wie gesagt, wie gesagt. Ähm, naja. Schauen wir mal, was Chubulia da Batsu Sabak zu seiner Rüppekrobunde, die fand ich auch echt richtig, richtig, richtig stark, alter. ...als Laskers Hinrunde. Aber kommen wir zu Laskers Rückrunde. Lasker hat auch gekontert, und zwar fett gekontert. Er hat richtig geile Lines. Lasker hat auch gekontert, und zwar fett gekontert. Lasker hat auch gekontert, und zwar fett gekontert. Er hat richtig geile Lines. Er hat endlich mal krasse Highlights drin. Und natürlich hat seine Runde mehr Punches als Gios Rückrunde, weil es mehr zum Kontern gab. Aber er hat auch Schrott drin. Viel mehr Schrott, als Gios in seiner Hinrunde hatte. Das Verhältnis an guten Lines zu schlechten Lines ist nicht der Überburner. Die, die gut sind, sind meistens richtig gut, und die, die nicht gut sind, die sind meistens richtig, richtig scheiße. Aber fangen wir an. Er hat Gios Beat umgebaut, will hier komplett den Spieß umdrehen, und das fängt auch richtig gut an. Direkt die ersten vier Zeilen machen richtig Stimmung. Ist mir mit dem Beat gar nicht aufgefallen, dass er ihn umgebaut hat. Real Talk. Geteilt. Gerade nicht scheinen. Das ist echt saugut. Ich bin gespannt, ob Julien was zu seiner Audio-Quali sagt. Weil ich glaube, mir ist schon bei der Rückrunde aufgefallen, dass hier wirklich Laskar irgendwie von der Aufnahmequalität echt eine scheiß Qualität hat irgendwie. Er fängt direkt an, Gio jedes Wort im Mund umzudrehen, und das kommt richtig gut. Nach den ersten vier Lines kommt aber direkt der erste Absturz mit einer Wacken-Line, in der Laskar Gios Mutter unterschwellig als Hure bezeichnet. Wieder im Finale, was an sich ne gute Leistung ist, denn für das Geld macht deine Mama nur mal stundenweise Schicht. Ja, das ist aber auch echt schwach. Das knickt. Eingeknickt! Das ist halt wirklich eingeknickt so. Das ist hin und her aus richtig guten und komplett ausgelutschten Lines ist leider Laskars große Schwäche in dieser Rückrunde. Danach kommt aber ein lustiger Konter von Gios Line, in der er gesagt hat, dass er Laskar wie sein Gras in der Pfeife rauchen würde. Du machst es wie ich mit meinem Gras. Was meinst du eigentlich? Weil du die Pfeife pisst. Das ist echt gut. Das zweite Schwäche, die wir auch schon aus dem Turnierverlauf kennen, und zwar die deutsche Sprache. Er sagt, versuchst mein Werdegang zu läutern. Obwohl es heißen müsste, versuchst meinen Werdegang zu erläutern. Aber davon abgesehen ist das ein sehr guter Konter, weil Gios sagt, er würde nicht oberflächlich dissen, aber... Dann hätte er doch nicht meinen Werdegang zu läutern, sondern hätte er sagen können, du willst meinen Werdegang erläutern. Was er es dann mit dem Voldemort-Bild trotzdem tut. Er versuchst meinen Werdegang zu läutern und das ohne rechtes Wissen und behauptest dabei, du willst mich nicht oberflächlich dissen. Bist du vollkommen behindert, denn nach Palin sagt er, ich sehe aus wie Voldemort. Wer ist jetzt der Holzkopf, du Spinner? Jetzt kommt der Konter, den Gio hat kommen sehen und auf den eigentlich jeder gewartet hat. Was sagt Laskar dazu, dass Gio denkt, dass das ein R8 ist? Ja, auf den Konter hat ja wirklich jeder gewartet. Also, boah, da konnte ich nächtelang nicht schlafen, weil ich mir die ganze Zeit gedacht habe, was sagt wohl Laskar dazu, dass Gio nicht wusste, dass das ein R8 ist. Jetzt bin ich jetzt einfach mal beattet. Und es ist nicht enttäuschend, denn er macht es in dem Stil, in dem Gio ihn für den Vegetarier-Fehler gefrontet hat. Kein richtiger Vegetarier-Konter, aber definitiv geil für sich ausgenutzt. Und danach kommt direkt noch eine Überlein, die ich extrem gefeiert habe, weil es Gio nochmal richtig geil als armen Schlucker darstellt. Wieso fragst du mich, wie ich mir einen R8 leisten kann? Das ist ein A6, du Flachweife-Mann. Lebst du Trottel hinterm Mund oder wieso fronztest du mich mit einem Auto, das noch mehr kostet als der Block, in dem du wohnst? Das ist geil. Das ist wirklich geil, diese Arroganz. Finde ich mega geil. Jetzt kommt etwas, das mich mal wieder in meinen Grundfesten erschüttert hat. Laskars Rechtschreibung. Grundfesseln erschüttert. Der lässt deutsche Rapper wie Sprungbretter erzittern. Rumkeuschenden Rapper. Das warst du jetzt nochmal ein Kollege. Der nicht auf diese Szene in den Grunddeutschen erschüttert. Mich mal wieder in meinen Grundfesten er... Der die Szene in den Grundfesseln erschüttert, lässt deutsche Rapper wie Sprungbretter erzittern. Erschüttert hat Laskars Rechtschreibung. Ich will mich ja eigentlich echt nicht über ihn lustig machen und ich behalte die ganzen Rechtschreibfehler in den Lyrics, die ich bekomme, auch immer für mich. Ich korrigiere sie immer nur, wenn ich sie in der Analyse einblende. Aber dieser eine Fehler hat mich wie ein riesiger Dildo ins Auge gefickt. Laskar hat clever mit K geschrieben. Ich glaube, die Endline von Gios Rückrunde war doch krasser als im ersten Moment angenommen. Aber wie auch immer, inhaltlich geht es weiter mit einer soliden Konterline darüber, dass Gio S-Bahn fährt. Gio, wenn du clever wärst, würdest du mich nicht mit einer 90.000 Euro Karre dissen, wenn du S-Bahn fährst. Jetzt gibt es acht Zeilen richtigen Ultramüll. Am Anfang bestätigt Laskar sogar Gio mit seinen Fronts über Laskars Dummheit. Denn er sagt, dass er gewinnt, weil ja der Klügere nachgibt. Ja, das finde ich, aber das fand ich gut. Das ist diese Portion Selbstironie, die Gio auch sehr oft an den Tag legt. Das finde ich eigentlich sehr gut. Wenn du mich jetzt, du stempelst mich jetzt als dumm ab, dann kann ich entweder sagen, nee, du bist dumm, weil das, das, das und das und das und das und das. Deswegen bin ich der Klügere. Oder ich sage einfach mit einer Portion Selbstironie, die ich auch in mir trage, jetzt sage ich, ja, ich bin dumm und also gewinne ich, weil der Klügere gibt nach. Finde ich eigentlich ein ziemlich gutes Mittel, muss ich sagen. ... in Fronts über Laskars Dummheit, denn er sagt, dass er gewinnt, weil ja der Klügere nachgibt. Also Gio. Selbst Ironie hin oder her, das ist kein sonderlich guter Konter. Vor allem, weil er danach sogar noch einen richtig dämlichen Fehler macht. Denn er sagt, dass Gios Mom ihm Deep Throws gegeben hat. Also Gios Mom gibt Laskar Deep Throws und nicht andersrum. Wer einen Deep Throws bekommt, kriegt einen Schwanz in den Hals, Laskar. Richtig. Da ist wieder so dieses, ähm, da steht ich und mein Neffe daneben. Dumm, dass da ich und mein Neffe daneben stand. Das ist so, wer einen Deep Throws bekommt, bekommt einen Schwanz in den Hals, Laskar. Das ist so, so, bist du behindert, Laskar? Alter. Nicht andersrum. Trows gegeben nach, sogar noch einen richtig dämlichen Fehler macht. Denn er sagt, dass Gios Mom ihm Deep Throws gegeben hat. Also Gios. Ja, aber das ist aber, weißt du, eigentlich weißt du, wie man das meint. Ich glaube, das ist wie so, das ist genau so wie, ähm, äh, 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 ich gebe einen Fick oder ich gebe keinen Fick. Was ist der Unterschied? Für mich gibt es keinen, so. Ich gebe keinen Fick. Ah, Digga, ich gebe einen Fick. Ich gebe einen Fick darauf. Ich gebe keinen Fick darauf. Das ist so, das ist genau, das ist, ja, jeder weiß noch, was er meint. Aber ich finde es sehr, sehr lustig und sehr unterhaltsam, ähm, wie Julian das hier gerade darstellt, Alter. Richtig dämlichen Fehler macht, denn er sagt, dass... Aber wie er auch, äh, versucht korrekt Deep Throat auszusprechen, ne? Deep Throat. Das ist auch ein ekelhaftes Wort, aber Julian versucht es so auf Krampf korrekt auszusprechen. Deep Throat mit CH. Deep Throat. Deep Throat. Happy Birthday. Deep Throat. Deep Throat. Throat. Deep Throat. Deep Throat in Oxford English. Mein Name ist Janis. Geos Mom ihm Deep Throats gegeben hat. Also Geos Mom gibt Lasker Deep Throats und nicht andersrum. Wer einen Deep Throat bekommt, kriegt einen Schwanz in den Hals, Lasker. Richtig absturzt die Line. Und danach geht's weiter mit richtigen Mülleins über sexuelle Praktiken mit Geos Mom und ein Wacker-Vergleich mit Tip Top Ice. Insgesamt acht Zeilen kompletter Rotz. Heute wird der Bastard gekillt, denn der Kluge gibt nach und der Dumme bekommt das, was er will. Du hast da was... Jetzt find ich eine richtig gute Zeile. Ich weiß einfach, warum die... Das ist richtig gut. Das ist genau... Weil... Das ist... Ich will da nicht Julian unterstellen, dass er da auch manchmal irgendwie partei ist oder... Parteiisch ist oder... Sympathie für jemanden ergreift. So selbst wenn es so wäre, ist es auch gar kein Front, weil ich selber immer kenne so. Ich kenn das zu oft, wenn du so unterschwellig... Du findest einfach, das ist besser, was der macht, den du mehr magst, so ne. Aber Gio sagt von wegen, was ist das für ein mieser Vergleich mit Spiegel, als ob ich in den Spiegel gucke. So nach dem Motto, weil er so hässlich... Weil ich so hässlich bin, gucke ich nicht in den Spiegel so, ne. Da könnte er ja auch sagen, ja, Gio hat mit dem Konter ja quasi bewiesen und zugegeben, dass er hässlich ist. Naja, aber da fand er es geil. Bei Gio fand er es geil und wenn Lasker sagt, ey, der Klügere gibt nach und der Dumme kriegt das, was er will, dann ist es meiner Meinung nach ein guter Konter. Und dann sagt er, ja, ne, also da hat ja Lasker quasi bestätigt, dass er dumm ist, so. Keine Ahnung, das finde ich, das ist einfach, das ist einfach irgendwie, das ist nicht richtig halt irgendwie. Das ist nicht konsequent in seiner Betonung, in seiner Beurteilung, wenn ich, in seiner Kritik und Analyse. Aber wem sag ich, ich bin selber oft in dieser Lage so. Das ist wirklich überhaupt kein Angriff oder so. Mir fällt es jetzt nur als Außenstehende einfach auf. Gab deine Mom mir einen Deep Throat? Als du noch Beatbox gemacht hast, gab deine Mom mir wöchentlich nen Deep Throat, du Bastard. Geld muss ich nie abdrücken. Doch bei deiner Mutter Sonja für die sexuellen Praktiken kein Plan, ob es die Bitch noch weiß. Doch sie hat das Kondom genüsslich ausgelutscht, als wäre es ein fucking Tip Top Ice. Danach kommt zum Glück die Rettung mit einem Ultrakonter zu Gios dumm und dümmer. Ja, Mann, Alter, das war echt geil, Alter. Allein über Lasker und Moneyboy, denn der krasseste Rapper des Universums behehrt uns mit seiner göttlichen Präsenz. Ich mach mit Moneyboy ne Crew, wir nenn uns dumm und dümmer. Du nennst deine Crew mit Casa, die zwei Hurenkinder. Schiech. Der Konter... Schiech, Digga, das ist so abnormal. Das könnte ich mir jetzt wieder voll im Loop geben. Ich feiere das eben. Du nennst deine Crew mit Casa, die zwei Hurenkinder. Schiech. Du nennst deine Crew mit Casa, die zwei Hurenkinder. Schiech. Wir nennen uns dumm und dümmer. Du nennst deine Crew mit Casa, die zwei Hurenkinder. Schiech. Der Konter ist inhaltlich kaum der Rede wert, aber es kommt einfach völlig überraschend und flash. Deswegen ist es ein echter Überkonter. Danach geht's weiter mit... Das ist echt ein absoluter Überkonter. ... mit soliden Kontern zu Gios offensichtlich erfundener Gaitlay-Geschichte. Nichts herausragendes und vor allem ist Lasker leider nicht drauf gekommen, den Logikfehler mit einzubauen, mit dem sich Gio selber gefickt hat, aber es ist okay gekontert. Auch das mit dem Bauarbeiter gegen Cassius Clay ist nicht schlecht. Mann, ich hab mir alles selbst verdient und mir in meinem ganzen Leben niemals etwas Geld geliehen. Dann sagt mir Giovanni, dass ich damals keine Kohle hatte, doch ich hab am Tag mehr Geld verdient. Als die Fotze in einem Monat machte Cassius einen Bauarbeiter nennen, find ich auch dämlich. Wenn das einer sagt, mit einem Abschluss im... Bautechnik. Danach kommen ganze 10 Lines voll mit Schrott. Von ausgelutscht bis einfach nur uninteressant ist alles dabei. Richtig, langweilig und unoriginell nochmal das Hartz-IV-Thema mit reingebracht. Dann macht er aus Gartner Gärtner. Es hat einen Grund, warum das noch niemand gebracht hat, obwohl jeder seinen Nachnamen kennt. Es ist ultra-wag. Ja. Grundschul-wag. Ich wette, das haben die Kinder maximal bis zur dritten Klasse gesagt, um ihn damit zu ärgern. Und ab der vierten war es dann einfach zu peinlich. Dann kommt er mit Gesichtschirurgen. Puh, langweilig. Gio wurde schon so oft hässlich genannt. Da muss schon eine mörderlustige Übertreibung kommen, wie hässlich er ist, um dann nochmal irgendwo einen Lacher rauszuholen. Und dann kommt er mit Alpinzin und so einem Müll über Gios Haare. Richtig gammeliger Untermüll. Aber dann geh doch mal bitte da auf die Technik ein, auf den Flow, Digga. Auf die Rap-Technik. Das ist die Stelle, wo ich sage, das ist sowohl von den Gimmicks als auch vom Flow her mit die geilste. Davon kriegst du von mir ein, äh, gar nix denn, denn du bist ein Gärtner und darfst Rasen mähen. Das ist so, ähm, auch wenn da dieses, dieser whacke Vergleich, sage ich mal, dass er einen Gärtner, Gärtner nennt. Das ist jetzt wirklich so, das ist schon Grundschul-Lieb, wo gebe ich Studien recht, oder? Aber dieses Gimmick wie dieses, äh, gar nix denn, du bist nur ein Gärtner und darfst Rasen mähen. Das kommt so geil abgehoben und ich finde den Flavor, den er mit dieser Zeile vermittelt, einfach nur geil. Und wie gesagt, die Reimsetzung halt. Das Rasen mähen ist wieder vorgezogen, wie es typisch für den Lasker-Flow ist, so. Und ich finde, das sollte man, das sollte man würdigen halt, weil das ist, das ist eine geile Stelle so. Und er achtet einfach nur auf die Zeile so und nicht auf, auf diese, diese Art, wie gerappt wird. Mach ich aber auch manchmal. Dann fragt man sich, was dieser Spaß, die verdient und findet raus, dass er nicht arbeitet und hat's, wie er bezieht. Doch Giovanni Gartner, ich schenk dir ein... Äh, gar nicht stemmen. Damit bist du Gärtner und das Rasen, man. Gio, du hast recht, den Logopäden habe ich empfohlen für dich. Habe ich auch noch einen Weltklasse-Gesichtschirurgen. Mann, um dich zu betteln, braucht man gar nicht viel. Da reicht meine Mähne, nur weil du ne glatze Arsch stehen, dir nicht die Haare zu Berge. Er denkt sich, was für ne Mähne, da braucht man keine Kappe anzuziehen. Genau das meinte ich. Richtig geile Lines und dann kompletter Absturz-Gammelmüll. Die Qualität der Lines wirkt manchmal so, als hätten zwei unterschiedliche Leute unabhängig daran gesessen. Nein, ich übe mich in Konsequenz und ich sage jetzt nichts. Nein, ich sage nichts. Jetzt kommen nämlich wieder überkrasse Lines und zwar zwölf Stück. Zwölf Lines. Aha. Hey, Junge, das fällt mir gerade so schwer. Das fällt mir so schwer, Alter. Von gut bis Zerstörung. In der ersten Hälfte geht es um Gios Bitchmov von damals, als an einem Video aufgetreten ist, in dem 20 Minuten erzählt wird, dass Spongeboss San Diego ist, ohne einen einzigen Beweis. Was manche Leute nicht alles für Klicks machen. Aber hey, die nennen sich ja selber Journalisten, wahrscheinlich Praktikanten bei der Bild oder sowas. Jedenfalls dröselt der Lasker das hier nochmal kurz auf und es stimmt. Gio hat sich damals wie ein schlechter Verlierer benommen und ist jetzt wieder dabei. Ich habe ihm das damals verziehen, weil er nicht wie alle anderen mir schaden wollte, sondern Spongeboss. Aber es war ein Bitchmov und Lasker bringt das richtig gut als Punchline. Danach kommen... Was war das nochmal? Das habe ich jetzt auch schon wieder vor meiner Bildfläche verschwunden, Alter. Noch vier richtig geile Lines. Gio sagt zwar, dass es sein Neffe ist, aber es mir egal ist, trotzdem witzig. Damals habt ihr Julia mal gedisst. Ey, was machst du denn hier? Ach, das bringt dir Hurensohn ja Klicks. Du machst alles für ein bisschen Geld. Wie bist du denn drauf? Du wirst ganz offiziell MC Bitchmov getauft. Front ist das Turnier bei Schizophrenic, Block wie ne Snitch. Und dann machst du dann bei dem letztendlich doch wieder mit. Hierin fragt sich jeder Mensch, was für ein Heuchler du bist. Der innerlich noch hässlicher als äußerlich ist. Du schreibst ein paar Lines hin und fix mich kurz. Kümmer dich mal um dein scheiß Kind, du Mistgeburt. Die ersten Worte deiner Tochter waren wohl nicht schön für dich. Denn sie sagte... Bitte Papa, bitte töte mich. Insgesamt gelungene zwölf Lines, die der Lasker hier raushaut, habe mich köstlich amüsiert. Danach geht es wieder mit ein paar soliden Kontern weiter. Und zwar geht's zurück zu Gios Geschichte mit den krassen Kredithaien, die Lasker alle suchen. Er dreht das ein bisschen um und meint, dass er die Leute zu Gio nach Hause schickt, um mit ihm die Wände neu zu streichen. Die krassen Jungs, die du ja so betonst, sind meine Freunde und sie kommen dich holen, sobald sie wissen, wo du wohnst. Auch geile Stelle. Die Leute, die du ja so betonst, sind meine Leute und sie kommen dich holen, ganz egal, wo du wohnst. Und sie kommen dich holen, sobald sie wissen, wo du wohnst. Geile Stelle irgendwie. Er dreht das ein bisschen um und meint, dass er die Leute zu Gio nach Hause schickt, um mit ihm die Wände neu zu streichen. Die krassen Jungs, die du ja so betonst, sind meine Freunde und sie kommen dich holen, sobald sie wissen, wo du wohnst. Und von dieser, wie du sagst, komischen Gestalt wird mit deinem Blut in Knallrot dein Wohnzimmer bemeilt. Danach geht es weiter mit Gio Web. Ich verstehe da immer Vis-a-Vie. Meine Freunde und sie kommen dich holen, sobald sie wissen, wo du wohnst. Und von dieser, wie du sagst, komischen Gestalt wird... Und von dieser, wie du sagst, komischen Person, also... Mit deinem Blut in Knallrot dein Wohnzimmer bemeilt. Danach geht es weiter mit Gio Web mal und Lasker hat recht. Gio rechtfertigt sich immer wieder dafür und es ist derbe peinlich. Gar nicht die Raps, die er da bringt, sondern das Gerede davor ist echt komplett Absturz. Lasker trifft mal wieder voll in Schwarze. Du schämst dich für dich selbst, denn in jedem Track musst du rappen. Komm nicht auf die Idee, mich mit Gio Web mal zu betten. Denn du weißt, das ist ganz schön peinlich. Hey Leute, willkommen zu der ersten richtigen Folge Gio Web mal. Manche Wörter konnte ich einfach nicht mit reinpacken, die waren ein bisschen zu... Ja, ich hoffe es gefällt euch. Falls ja, gebt einen Daumen hoch und abonniert mich. Wer zerreißt, ich hier ganz allein bin. Ja, ich bleib dabei, das ist irgendwie... Das ist... Ich verstehe da den Fick nicht so dran. Ja, das sitzt auf jeden Fall. Aber jetzt kommt Lasker mit einer sehr schrottigen Ausrede um die Ecke, um sein Gebeite zu rechtfertigen. Sagst du mir, ich wär ne Spongebosskopie, Mann, das Wort Eronie. Checkst du Holzkopfholie, das nennt man Deja Vu, du Trottel. Wenn du siehst, wie ich im Pack ausbitt, denkst du daran, wie man dir das letzte Jahr den Arsch auffrisst. Finde ich einen guten Konter. Das ist eine Rechtfertigung, die nicht greift, aber vom Konter her und wie er das dann doch noch mit so verpackt, finde ich gut. Und du bezeichnest mich dann als Fake, doch ich bin kein Plagiar, Mann, ich bin das Update. Lasker bezeichnet sich als Spongeboss Update. Ja, das ist halt schon lustig. Das ist so dermaßen lächerlich, dass ich es wegen der völligen Übertreibung als Überpunchlein werte. Danach... Das ist so derartig übertrieben, dass ich es als Überpunchlein bewerte, Alter. Ach, kommen wieder sechs Lines, komplett Absturz über Gios Hässlichkeit. Auch hier das gleiche wie bei Gio, wer im Glasaussitz sollte nicht mit Steinen werfen. Außerdem sind die Lines auch einfach derbe ausgelutscht. Und ein Photoshop-Hoden am Kinn macht das Ganze auch nicht witziger. Ich würde dich wirklich gerne eine Kopie nennen, doch zu deiner Fresse fällt mir nichts ein. Denn wirklich nichts scheint zu hässlich zu sein. Ist das ein Doppelkinn oder warst du beim plastischen Chirurgen? Denn das, was da rumhängt, erinnert mehr in einem stark beharrten Hoden. Mit dem Sackgesicht machst du noch auf King und behauptest du hast Eier schon richtig, aber nur. Da hat bestimmt, wenn wir schon beim Thema Beiten sind, hat bestimmt Julian da gebeitet. Bei der Idee mit dem Eierkinn. Ja, jetzt decke ich auf. Ich decke auf. Wie? Vergleich, bitte fügen Sie einen passenden Vergleich an diese Stelle ein. Ja, Julian, da hast du hier gebeitet. Bei einem Beiter, du Oberbeiter. Du Bauarbeiter! Ey, ey, guck mal, da fällt mir direkt, das ist wirklich mein Automatismus, der macht Kling, Kling, Kling. Das ist das, was ich dir in meinem Rap-Tutorial beibringe. Kauf mein Rap-Tutorial. Wenn du's bereust, schieße ich mir in den Kopf, Alter. Real Talk. Never ever bereust du's. Ähm. Ähm. Glaub niemals, dass ich dich bauarbeite, denn dann mach ich mich dreckig wie, als wenn ich auf dem Bau arbeite. Glaub niemals, dass ich dich bauarbeite, denn dann würde ich mich dreckig machen. Wie wenn ich auf dem Bau arbeite, in Kollegah Voice, wo der Beat an der Stelle weggeschnitten wird. Als würde ich ja, wie, bauarbeiten. Niemals würde ich dich bauarbeiten, denn dann mach ich mich dreckig. So wie bei Bauarbeiten. Kid. Ist jetzt nicht so krass, aber ist mir grad so in den Kopf gekommen. Ja, ist mir in den Kopf geschossen. Ich zieh die Gun und schieß dir in den Kopf, so wie ein Geistesblitz, Digga. Wenn ich vorher noch nie das Wort Schmachthaken gehört hab und zuerst dachte, es wäre der... Zweckreim, Schmachthaken ist komplett zweckreim. Richtig coole Lines. Auch wenn ich vorher noch nie das Wort Schmachthaken gehört hab und zuerst dachte, es wäre der Zweckreim des Jahrtausends. Das Wort existiert zwar, aber heißt wohl so viel wie dünner Lauch und Jio ist jetzt nicht... Du bist ein dünner Lauch wie Günther Jauch. Jemand, der dafür bekannt ist, irgendwie dürre zu sein, auch nicht fett oder so, sondern einfach normal. Also doch ein gammeliger Zweckreim, auch wenn er das Wort nicht erfunden hat. Macht aber nichts, denn die Erklärung, warum Lasker seinen Namen geändert hat, ist übergenial. Und danach wird's noch geiler, denn Jios Kifferei-Gedisse wird ihm richtig witzig ins Arschloch zurückgeschoben. Und meinen alten Namen, E-Shot, du Schmachthaken, hab ich nur geswitcht, weil wir ein Feature gemacht haben. Gut, ja. Wie konntest du das all den Leuten sagen? Bist du behindert oder was? Jetzt brauch ich wieder einen neuen Namen. Mann, der will mich doch verarschen oder nicht. Recherchiert mein ganzes Leben und dann sagt er, dass ich kiff. Ich saß vorm PC und dachte mir nur zugedröhnt, was geht denn, Mann? Ich kiff nur, damit ich mir solche Hurensöhne geben kann. Weiter geht's... Ey, sag doch mal bitte was zu seiner Aufnahmequalität, Julian. Komm, die ist unterirdisch, Alter. Mit einigermaßen soliden Kontern zum Thema Kiffen und damit das Gio sich seltsam häufig verkleidet, schminkt und bemalt. Das wird langsam echt bedenklich, auch mit den ganzen Perücken. Leider hat Lasker das meiste nicht sonderlich gut lyrisch umgesetzt, sondern nur so dahergesagt. Besonders das Ende mit dem Frauenkleid und den Perücken wirkt total hingekackt und punch. Kuchen schreibt, nee, der sieht nicht aus wie Mo. Wenn, dann eher wie ich. Also, Digga, da hast du dich ja gerade selbst ins Arschloch gefickt. Also, ich finde wirklich, ohne Spaß, die ganze Zeit, ich meine, ich sitze immer noch in der Analyse und du bist jetzt auch stolzer Teil davon. Ähm, jedes Mal, wenn ich Lasker sehe, jetzt denke ich nur an Mo. Ich weiß nicht, warum, aber gerade auf diesen zwei Bildern, die ich dir geschickt habe, finde ich es komplett... Bastard. Assi-Scheiße. Also, die Zeile ist doch so assi-Scheiße. Du miese Schwuchte bist kein G, du schlüpfst ins Frauenkleid und hast nur Haare, wenn du dir wieder Perücken ausleihst. Danach wird's wieder ein bisschen lustig, denn Lasker denkt sich eine unterhaltsame Geschichte über Gios Familie aus, wie schon vorher bei 80. Und am Ende gibt's auch noch eine Line über ein Bild, das aussieht wie ne Halloween-Bemalung oder sowas. Nicht wie dein Vater Wolfgang Winning, der es richtig machte, der deine Mann verließ und danach andere Bitches knackte. Denn er meinte, deine Mutter, dieses fette Schwein, hat beim Sex nur einen massiven Fetzgestein im Bett gegleicht. Echt mal heiß, Wolfgang hat einen guten Geschmack. Man kann nur hoffen, dass er nicht noch einen Hurensohn macht. Das ist ganz lustig. Danach kommen ganze zwölf Schrottlines. Das ist, glaube ich, der Tiefpunkt der gesamten Runde. Es geht los mit einer kompletten Zwecklein, nur um Potter-Spiel Gio auf Robert De Niro zu reimen, aber der kompletten Schwachsinn. Dann eine Wackelein über Spongeboss und Mr. Krabs. Dann redet er von dem Stall von Gios Tochter, den er wohl mit zum Dreh genommen haben soll. Und bringt einfach nur komplett sinnlosen Müll über das aus Sicherheitsgründen massive Stahlgerüst. Alter, was? Dann kommt eine schlechte Ausrede für die rechtsradikale Schlein. Und dann sagt er, dass Gio geistig behindert ist, weil der seine Lines nicht peilt. Kompletter Ultramüll. Hochkonzentrierte Gammelscheiße. Zum Glück kommt danach eines der größten Highlights dieser... Aber du da, aber du da, aber akk, akk, akk. ...der Runde, denn Laska hat einen Zusammenschnitt aus den behindertsten Spastiken von Gio gemacht. Und das ist zumindest eine Entschädigung. Laska hat das bestimmt nicht gemacht. Es hat irgendjemand anderes zusammengecuttet. Vielleicht hat es auch Laska gemacht. Warum habe ich jetzt Stopp gedrückt und das gezeigt? Im nächsten Teil von Harry Potter spielt Gio, Dobbys Bruder und wird dann der nächste Robert De Niro. Dann hast du, was du wolltest, denn du bloßt auch für ein bisschen Cash. Würde ich hier verlieren, hieß es Spongeboss gegen Mr. Crab. Und weil du so ein Opfer bist, dass... ...in Cash, würde ich hier verlieren, hieß es Spongeboss gegen Mr. Crab. Und weil du so ein Opfer bist, dass kein Geld für einen Nanny hat, nimmst du zum Dreh den Stahl von deiner Tochter mit. Überanstreng deine T-Rex-Arme nicht. Bei dem aus Sicherheitsgründen massiven Stahlgerüst. Pass mal auf die Leinen, der ich hate, die rechtsradikalisch nennen. Macht Sinn, weil ich sage, dass ich auch Zweckreime haben können. Meine Behinderung ist geistig, nein. Eher deine, wenn du nicht mal meine Zeilen peilst. Also unterirdischer, hochkonzentrierter Gammelmüll ist das jetzt nicht gewesen. Es ist schon nicht so geil gewesen. Aber wir kennen ja Julien, ne? Iwi, Iwi, Wicca, 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 Abadulla, Abadulla. Bun, 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 Bun. Ich habe direkt diesen Spongebob-Speed im Kopf, Alter. Gio, kommt nicht in den Club rein, Gesichtskontrolle. Die einzige Bitch, die mit dir chillt, sie ist obdachlos. Äh, bewusstlos. Warum obdachlos? Die einzige Bitch, die mit dir chillt, ist bewusstlos. Danach kommt auch wieder was halbwegs solides, denn Lasker meint, er frisst einen Besen, wenn Gio2 für seine Sprachschwäche sehr ungeeignete Lines vorrappt. Und ich schwör, dass ich einen Besen fresse, Mann, wenn du Spinner meine nächsten beiden Zeilen ohne Fehler rappen kannst. Meine Crew rappt immer nur auf Weed und Coca-Links, wir machen Trap auf Drush, schickst du mir nen Videobeweis. Der Gedanke ist nicht schlecht, die Umsetzung ganz okay, jetzt sind wir bei den letzten... Das hab ich irgendwie gar nicht gepeilt bis jetzt. Das ist eigentlich ein cooles Stilmittel, das mal so zu machen, so einen so fortzuführen. Das ist wie Cynic im Battle gegen wen? Weiß ich grad nicht mehr. Ey, du kriegst mal ne ganze Gage, wenn du hier dran kommst. Gegen den Kleinwüchsen, gegen wen war das nochmal? Ist auch lustig. Ey, im Vergleich zu deinem BMCL war das ja wirklich top. Und dafür Props. Als ob. Das fand ich auch so geil gegen Virus, Alter. Boah, das war so heftig bloßgestellt, Digga. Ah, der Arme, dachte ich mir da so. Der Gedanke ist nicht schlecht, die Umsetzung ganz okay, jetzt sind wir bei den letzten zwölf Zeilen dieser Berg- und Talfahrt. Ich weiß nicht genau wie viele, aber bestimmt die Hälfte der Zeilen hätte er lieber mal weggelassen. Das Finale, welches bei Gio die ultimative Zerwickung war, ist hier leider nichts besonderes. Die nächsten vier Lines sind ziemlich gut. Das mit den Steinen gegen einen Panzer gab's in ähnlicher Form schon, aber ich fand's trotzdem gut. Und das mit dem Arbeitsamt kommt mir extrem bekannt vor. Ich glaube, das gab's sogar in diesem JBB schon irgendwo, aber ist auch ganz witzig an dieser Stelle. Willst du siegen? Du erscheinst dir mit so gammligen Fersen. Da kannst du gleich versuchen, Steine an den Panzer zu werfen. Weil du öfters als zu Hause bei den Arbeitsämtern sitzt. Denken sich die Mitarbeiter, dass du ein Angestellter bist. Jetzt riecht doch Voice-Man vom Modus, Alter. Jetzt wird süß. Junge, ich glaube, es hakt, Junge. Was ist denn das für ein hässlicher Brug? Lass gar, Junge. Du hast ihn downy, Junge. Du hast wieder markend wie ich. Dicke, ich hab mir auch überlegt, warum ich eigentlich nicht direkt an dich schreibe. Aber ich finde wirklich, ich weiß nicht warum. Es soll auch gar kein Diss oder so sein. Aber irgendwie erinnert er mich zu krass an dich. Aber selbst der Marc sagt, dass der Marc findet, er sich dem Marc ähnlicher. Kann ich leider nicht nachvollziehen, Dicke. Ab jetzt hast du bei mir den Namen Lasska. Ich speichere dich direkt im Handy jetzt um. Der ist, ja, der, der Lasska. Labaska. Gudelein. Guldige Finale, also die letzte Nachtseilen, in denen Gio den Lasska vor drei Wochen komplett begraben hat. Mit authentischen Bite-Vorwürfen hat er ihn Realtalk-mäßig zerfickt. Lasska redet von Hartz IV und davon, dass er mit seinen Kumpels in einer Kneipe mit Bierflaschen post. Dass er seine Hose zum Doppelkinn hochzieht, dass seine Schwester Trippe hat und ganz am Ende versucht er ne Schockerlein, indem er ne tote Oma erwähnt. Wahrscheinlich dachte er, dass eine tote Oma ein schlimmes Tabuthema ist. Aber da er nichts dergleichen vorher aufgebaut hat und das einfach nur behindert in den Raum wirft, ist es nur ein richtig gammeliger Abschluss. Du hast ne leichte Ahnung, was die Fotzen mit ihrem Atz IV machen. Geh in den Kneipen und dann posen sie mit Bierflaschen. Bei den Pennern fragt man sich, ob sowas noch Klamotten sind. Du kleiner Sweater und du trägst die Hose bis zum Doppelkinn. Deine kleine Schwester Shishi hat Tripper, denn sie klebt an jeder Banane wie Chiquita Sticker. Das find ich saugeil. Die Zeile, das ist doch voll die gute Zeile, alter, Digga. Sie klebt an jeder Banane wie Chiquita Sticker, find ich mega gut. Ich glaub, da müssen wir uns mal zu zweit hinsetzen und das ausknobeln. Weil so geht das nämlich nicht. Äh, ich. Außerdem rappe ich besser als der. Warte mal, gibt's den... Der Mo ist in... Den müsst ihr mal sehen, ich zeig den euch jetzt. Der ist in jedem Video vom Mark drin, alter. Äh, vom Kuchen. Mark. Naja, Digga. Wir sehen uns bald wieder, dann knubbeln wir das mal aus. Ich glaub, ich impfe jetzt nochmal meine Community, indem ich nochmal ein paar Videos vom Kuchen durchgehe. Ja, und denen ganz genau zeig, wer du bist. Und da bin ich mal gespannt, was die dazu sagen. Ha, Digga. Nimm's mir nicht übel, ich hasste es auch manchmal. Wenn Leute mich mit irgendjemand vergleichen. Ja, die schicken mir Bilder oder so, vergleichen mich mit irgendjemand. Und dann merkt man eigentlich erst mal, oder man fragt sich dann selber, Digga, bin ich so hässlich. Bin ich so hässlich, dass die mich mit so jemanden vergleichen. Also nimm's mir nicht übel, Mann. Lasker hat hier nicht die durchgängig hohe Qualität wie Gio in seiner Hinrunde. Er hat richtige Überburner-Lines, aber leider auch viel wacke Scheiße in Gios. Du bist sogar zu dumm, um dich anzuschnallen, Stil. Außerdem kann er die Atmosphäre der Gio-Runde trotz fast gleichem Beat nicht mal im Ansatz erreichen. Also Hinrunde gegen Rückrunde würde Gio vorne liegen, aber gegen die Rückrunde von Gio ist Lasker hier trotz zwischenzeitlicher Ultra-Wackness überlegen. Ja, Mann. Ich seh's echt genauso. Er hat halt den Quantitätstrumpf und es gibt nach wacker Scheiße fast immer die Rettung in Form von einer Überline. Wenn man sich die Runde gibt und nicht auf alles achtet, dann wird man fast durchgehend entertained. Und er hat Gio im Großen und Ganzen echt gut gekontert, dafür, dass er nur zwei Wochen Zeit hatte. Er bringt viele wichtige Konterlines, außer das mit Spongeboss. Das konnte er nicht wirklich gut entkräften. Sich bei dem ganzen Gebeite selbst für ein Spongeboss-Update zu halten, ist der heftigste Front, den Spongeboss jemals abgekriegt hat. Ich hoffe, dass er das nicht auf sich sitzen lässt. Der heftige Kräfte, sich bei dem ganzen Gebeite selbst für ein Spongeboss-Update zu halten, ist der heftigste Front, den Spongeboss jemals abgekriegt hat. Ich hoffe, dass er das nicht auf sich sitzen lässt. Insgesamt hat Lasker hier aber trotz Schwächen gut abgeliefert und Gios Rückrunde in den Schatten gestellt. Nicht so sehr, wie Gios Hinrunde es mit Laskers Hinrunde gemacht hat, aber er hat ihn hier auf jeden Fall gefickt. Kann ich echt so unterschreiben. Da habe ich eigentlich wenig hinzuzufügen. Zwei Punkte Lasker und ein Punkt für Gio. Extra Punkt. Lasker hat eine etwas wechselhafte Runde. Es geht echt von Ultraschrott zu Überge... Geil, dann wieder Standard und dann wieder lustig. Das Ende der Runde ist im Vergleich zu dem von Gio ein Witz und die durchgängig sehr hohe Qualität von Gios Hinrunde wird nicht überboten. Aber im Vergleich der Rückrunden hat er Gio insgesamt gut Penis gegeben. Oder wie er es anscheinend laut der Deep Throat Line bevorzugt, hat er hier richtig schön Penis bekommen. Gio hatte nicht viel zum Kontern und hat das Beste draus gemacht, aber gereicht hat es trotzdem nicht. Den Extrapunkt bekommt Lasker. Im User Voting sieht es genauso aus. Es ist nicht so eindeutig wie für Gio in der Hinrunde, aber es reicht. Lasker war zwar nicht insgesamt, aber am Schluss war er besser als Gio und auch diesen Punkt holt er damit zurecht. So, rechnen wir mal zusammen. 7 zu 2 für Gio in der Hinrunde kommen obendrauf und ja, das reicht trotz verlorener Rückrunde. 10 zu 8. Jetzt muss ich meinen Zettel, den ich vorher weggeschmissen habe, nochmal kurz holen. Die ganzen Mathe-Nerds können sich jetzt gleich hier hinsetzen und das alles fein säuberlich errechnen und mir dann feinst, feinst säuberlichst in den Kommentaren mitteilen. Ich komme auf deine Party, aber nur mitteilen. Wo wollte ich jetzt genau hin? Genau, ich wollte jetzt hier mal zusammenzählen. Rückrunde war bei mir. Wo habe ich den Stift? Habe ich den auch weggeschmissen? Ja. Gio hat in der Hinrunde 29, 24 plus 29 sind 53. Und Lasker hat 47. Ey, das ist echt, guck mal, Digga, das ist echt. Mein Endpunktestand ist 53 zu 47. 53 zu 47. Ja, guckt einfach mal, dass ihr da irgendwas rechnet. Auf jeden Fall zeigt es schon ziemlich deutlich, wie nah wir diesmal sind, Julian und ich. 53 zu 47 insgesamt für Gio. Immer noch für den Sieg. Macht 1.500 Euro zu seinen 1.500 Euro. Mensch, du, er war richtig im Lotto abgesahnt hier. Mein lieber Herr Gesangsverein, Gio. Hä? Das habe ich mir ja schon komplett reingezogen, ne? Weiß ich gar nicht mehr, ob ich mir das mit Analyse reingezogen habe. Habe ich mir das mit Analyse reingezogen? Sagt mal kurz was dazu, Freunde. Ich weiß das nicht mehr bei den ganzen Analysen, die ich mir reinknalle, beziehungsweise bei den ganzen Videos. Von beiden gewinnt am Ende 2.000 Euro und ist der King of Kings. Morgen gibt es aber erstmal das Mini-JBB-Finale Cinema gegen Jasper. Jetzt wurde ich komplett hier schon gespoilert. Ey, ohne Spaß, Mini-JBB, Leute. Ihr dürft drei Runden. Nennt mir drei Runden, ja. Nennt sie mir. Die ziehe ich mir rein. Und den Rest nicht. Ich mache weiter dann. Was kommt danach? JBB 2015, Digga. Da bin ich dabei. Das wird eine ganz andere. Das wird eine ganz andere Motivation. Da fühle ich das. Da war ich richtig. Keine Ahnung. Da war für mich da. War JBB für mich das erste Mal auf der Fläche. Das hat davor für mich nicht existiert. Das hat mich nicht interessiert. Ich kannte es nicht. Ja. Da habe ich richtig Bock drauf. Und nächste Woche Freitag gibt es das erste von vier Bonus-Battles. Der Asiate. Grinch Hill. Aha. Die beiden. Fight. Bum, bum, tschack. Bum, ba, bum, tschack. Bum, tschack. Bum, ba, bum, tschack. So, Mibi-Friendos. War das schön oder war das schön? War das schön? Es war sehr schön. Ich habe komplett durchgezogen, Freunde. Ich knall euch das jetzt auch alles komplett vor den Latz. An die Leute, die bis hierhin, wirklich bis hierhin, ohne einmal vorzuspulen. Wirklich, seid ehrlich zu mir und vor allem zu euch selbst. Die Leute, die bis hierhin komplett durchgezogen haben, ohne vorzuspulen, die schreiben einmal Hashtag Durchgezogen. Jetzt, man dachte jetzt so, jetzt haut er komplett den krassen Hashtag raus, mega innovativ, gell. Und dann einfach durchgezogen. Hashtag Durchgezogen. Schreibt mal alle rein, die sich wirklich bis hierhin durchgezogen haben, Freunde. Ich bin gespannt. Alle Neuen hier natürlich, falls ihr jetzt nicht zu krass abgeschreckt seid, abonniert auf jeden Fall diesen Channel. Lasst auch gerne ein Like auf das Video da. Kommentiert, wie gesagt, irgendwas in die Kommentare, wenn ihr durchgezogen habt. Hashtag Durchgezogen. Aktiviert die Glocke wie Quasimodo. Schaut bei meinem Rap-Tutorial vorbei. rap-tutorial.de Da bringe ich euch das Ganze noch ausführlicher, noch näher. Und jetzt, ich gönne mir jetzt einen Kaffee und Zigarettchen. Und dann mache ich erst nochmal Schlaf und hole ein bisschen Schlaf nach, vielleicht. Jetzt, eure Freunde. Es war mir eine Ehre. Bis zum nächsten Video. Euer J.G.Golo. Muchos lovers. E-Peace. Ich hab gelernt, der allergrößte Schmerz geht auch hinüber. Komm, reiß mir ein Bein aus, doch ich laufe weiter. Tausend Füßloch. Ich sehe, du läufst gern rum mit einer Schlaghose. Da werde ich intolerant, auch ohne Larktose. Lauf und ich kämpfe, losz den Schlieren in der Optik. Und zieh mir ein Kondom über den Schädel wegen Kopfix. Wenn mir noch ein Rapper erzählen will, dass er hart wäre, fahre ich mit einem Dampfer über seine Privatsphäre. Weil wir die Champions sind, doch wir holen uns den Pokal. Nur diesmal nicht in Brasilien, sondern in Russland. Sie trägt die Nikes, ja, ja. Sie weiß ganz genau, dass sie heiß ist. Sie trägt die Nikes, ja, ja.